Herzlich willkommen, liebe Leute, zu dieser Ausgabe von Brain Battle, unserer Live-Spiel-Show hier auf Twitch. Und heute Abend haben wir natürlich wieder fantastische Kandidaten zusammengesammelt. Wir haben ein Team, Pete's Meet, und das Team Pete's Meet hat sich gedacht, wir schicken unsere besten Leute, die konnten leider nicht. Deswegen sind Bram und Jay heute Abend dabei. Hallo. Wow. Bitte, was? Moment, 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 Moment. Hast du nicht zugehört? Wir sitzen zwei in Brain Battle Gewinner, ja? Ja, das stimmt. Wen hättest du denn sonst schicken sollen? Das stimmt. Ja, genau. Und wir haben sogar einen dritten Brain Battle Gewinner, denn das Herausforderteam heute Abend besteht aus Flesk und Matteo. Und Flesk hat ja schon mal Brain Battle gewonnen. Herzlich willkommen auch an euch. Hallo. Ihr wollt mir erzählen, dass ich der einzige in der Lobby bin, der noch nie gewonnen hat, oder was? Du warst schon mal zumindest bei Quiz Poker dabei. Bei Quiz Poker war ich dabei. Hab auch verloren, ja. Danke. Ja, also ... Sehr gut. Ja, also wir haben drei Gewinner und einen, der noch nie die Möglichkeit hatte zu gewinnen. Aber heute Abend ist ja viel möglich. Also es kann sein, dass wir heute Abend einen vierten Brain Battle Gewinner hier noch dabei haben. Wir werden sehen. Nee. Okay, ja, doch. Je nachdem, wie dir das ... Also, Flesk, genauso viel Brain Battle Erfahrung wie ich zumindest. Ich weiß nicht, wie ... Bram, wie ... Du warst auch einmal erst dabei oder zweimal schon? Ich war einmal erst dabei. Aber Andi, ganz kurz. Einmal, guck mal. Ja, durch deine Technik, die wir gemacht haben, dadurch, dass ich jetzt doppelt bin, mein Mikro kommt über mich selbst, aber meine Webcam kommt über dich, ist die nicht synchron. Äh, ist das so, lieber Chat? Seht ihr das? Wenn nicht, kannst du dich nämlich delayen. Ähm, deine Facecam. Oder deine Audio, je nachdem. Ja, meine Audio müsste ich dann kurz ... Dann in den erweiterten Audio einschaffen. Da ist Synchron drin, Alter. Chat schreibt es synchron. Klatsch mal. Ja, passt. Passt. Ja, ich klatsch auch. Gibt schon Applaus. Wir haben heute Corona-konform auch wieder kein Publikum, deswegen muss man alleine klatschen. Ja, sehr gut. Okay, also, es passt alles ausnahmsweise. Dankeschön. Ja, super. Super, passt perfekt. Okay. Ähm, für all diejenigen, die nicht wissen, was Brain Battle ist, wir spielen heute Abend bis zu elf verschiedene Spiele, ja. Und das Team, welches zuerst sechs Spiele gewonnen hat, hat den Abend gewonnen. Ähm, es geht aber jetzt nicht um Computerspiele, sondern es geht um Spiele, wo Wissen, ähm, angebracht wäre, ja, oder, ja, Kombinationsfähigkeit, Merkfähigkeit. Ihr werdet das sehen. Unsere Kandidaten wissen natürlich nicht, welche Spiele heute Abend gespielt werden. Das weiß nur ich. Dafür spielen heute Valorant. Dann hätten wir ja gar nicht mal Easy Gang gehabt. Nee, gegen Matteo. Äh, nee, warte mal. Ich bin Brosse eins. Ich bin geboostet Silber 3 gerade. Okay, also, äh, ja, ihr seid gut vorbereitet. Ich merke schon, ihr habt euch die Regeln gut durchgelesen. Ähm, aber es ist ja auch ganz einfach, ja. Ihr wisst ja auch nicht so genau, was auf euch zukommt. Ich werd euch ja auch immer die Regeln erklären, deswegen alles gut. Ähm, und lieber Chat, auch hallo an euch, ja, ihr seid bisher jetzt noch gar nicht begrüßt worden. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zuschaut. Ähm, auch ihr werdet heute Abend wieder relevant. Auch ihr könnt wieder mitmachen. Ihr kennt das ja schon. Ich muss es eigentlich gar nicht erwähnen. Aber, ähm, ihr könnt heute Abend wieder Einfluss nehmen in mehreren Spielen. Und das Ganze läuft über die WatchBuddy-App. Wir haben ja eine App programmiert, mit der man interaktiv an Streams teilnehmen kann. WatchBuddy heißt das Ganze. Ihr könnt auch einfach Ausrufezeichen WatchBuddy in den Chat schreiben. Dann kommt ihr auf WatchBuddy.tv. Dort gibt's Links zu den entsprechenden Stores. Die App gibt's für Android und für iOS. Und, äh, ladet euch die jetzt einfach runter. Macht einen Account. Das geht ganz schnell. Ihr könnt euch auch mit Google registrieren. Oder mit eurem pizmeat.de Account. Und dann könnt ihr hier mitmachen. Ähm, und wie das Ganze dann aussehen wird, das werd ich euch dann natürlich auch immer bei jedem Spiel, wo das Ganze relevant wird, erklären. Und, äh, wir hatten auch schon eine Umfrage gemacht. Äh, die konnten die Leute bisher jetzt beantworten. Und die war einfach, wer wird Brain Battle gewinnen, ja? Team Bram und Jay oder Team Flesk und Matteo? Und was soll ich sagen? Es ist relativ eindeutig ausgegangen. Ach, Mann. Ähm, Team Bram und Jay, also da haben sich, äh, gute 84 Prozent für entschieden. Ich hab mir aber auch 2000 Accounts gemacht dafür, um abzustimmen. Das kann ich mir vorstellen. Also für Matteo und Flesk, damit das halt 16 Prozent noch gibt für euch. Frechheit. Aber ich seh grade, die, 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 die Votes für Team Flesk und Matteo steigen grade. Also jetzt, äh, die Bubble haben wir jetzt angestochen. Das wird jetzt vielleicht gleich ein bisschen anders aussehen. Wir machen die Umfrage aber gleich wieder zu, weil, äh, das ist ja sehr eindeutig. Ja, also... Die 84 Prozent sind eigentlich ganz angenehm. Noch, ja. 83. Jetzt sind's nur noch 82,5. Naja. Also, Flesk, Matteo, ihr müsst ein bisschen abliefern heute Abend, um die Zuschauerinnen und Zuschauer noch umzustimmen. Äh... Was euer Talent hier betrifft. Eigentlich, also, Flesk muss sich ja gar nicht mehr beweisen. Eigentlich, äh... Ja, macht bitte noch mehr Druck. Danke. Matteo ist derjenige, der hier abliefern muss. Naja. Genau. Okay. Ähm, so, ja. Eigentlich ist jetzt alles erklärt. Ihr habt alles verstanden? Nur die Regeln hab ich noch nicht gehört, aber ja. Elf Spiele, davon musst du sechs gewinnen. Mit Flesk. Okay. Mit Flesk zusammen. Ihr müsst natürlich zusammenspielen, das ist ja der Gag daran, ja. Also, das ist ja die Team-Edition von Brain Battle. Ihr tretet im Team gegeneinander an. Das heißt, ihr müsst euch auch, ähm, ja, gut kennen, bestenfalls, oder gut absprechen. Oh ja. Das kommt aber immer aufs Spiel an. Äh, Flesk ist gemutet gerade, falls das absichtlich ist. Ach, ich war die ganze... Ja, ich wollt grade sagen, ich find das gar nicht so schlecht, underdog zu sein. Beim Boxkampf zum Beispiel war ich's nicht. Äh, und das hat jetzt... Das hat nicht so gut funktioniert. Ah, das heißt, also, wenn's am Ende schlecht für uns läuft, boxen wir uns dann mit den anderen. Okay? Ja, ich probier mich diesmal so eine underdog-Position aus. Gefällt mir ein bisschen besser. Also, eigentlich haben ja... hat Peter ein viel besseres Allgemeinwissen als Bram und ich. Nee, aber ihr habt so ein krasses Spezialwissen, oder? Du bist doch... Ach, so Flaggen kann er doch gar nicht. Flaggenwissen ist bei Peter deutlich besser. Ja. Ihr werdet sehen, vielleicht werden ja heute Abend auch Flaggen gefragt. Wir wissen's nicht, ja? Ihr müsst das rausfinden. Dann würd ich sagen, wir starten mit Spiel eins. Seid ihr bereit? Ja, ich bin jetzt gespannt, ob's funktioniert mit dem Sound. Okay, dann starten wir jetzt mit Spiel eins in den heutigen Abend. Und das erste Spiel heißt so. Ach du Scheiße. Was? Nein. Ach, das ist das. Das wird sehr schön. Bram, hat das alles funktioniert mit dem Sound? Er hatte zumindest einen Ausschlag. Ich hoffe, dass die Lautstärke davon auch gut war. Sehr leise. Okay, sehr leise der Sound. Ich mach's lauter. Ich mach's aber mal auf nur minus 5 dB statt minus 15. Okay. Dann, genau. Bram regelt das ein bisschen nach. Ihr könnt das ja in den Chat schreiben, wenn die Musik zu leise ist. Malen heißt das erste Spiel. Ihr müsst malen. Und ich erklär euch gerade jetzt mal, wie die Regeln funktionieren. Beide Teams müssen gleichzeitig innerhalb von 45 Sekunden einen von mir vorgegebenen Begriff malen. Okay. Ihr bestimmt im Team in jeder Runde die Person, die malen soll. Okay. Nach den 45 Sekunden müssen die anderen beiden Teammitglieder den Begriff erraten. Dafür können sie buzzern und haben dann 5 Sekunden Zeit, um den Begriff zu nennen. Zum Erraten bekommen sie logischerweise allerdings nur das Bild des eigenen Teampartners gezeigt. Das Team, welches zuerst sechs Punkte hat, gewinnt das Spiel. Oh Gott, das wird keiner so fahren. Also kann es jetzt sein, dass Bram van Gogh auch es malt? Das können ... Ihr beide selber bestimmen. Nö, ihr könnt das selber bestimmen. Okay, es kann immer ... Okay, 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 okay. Wie sieht's bei dir aus? Na, du malst und ich rate. Okay, okay. Ich weiß, dass du ein begabter Künstler bist. Jaja, sehr begabt. Wir haben schon ein paar Mal Gartik von uns zusammengespielt. Ja, schon, aber da ... Okay, okay. Es ist ein bisschen so ähnlich, ja? Ja, Jay? Für ... Also Flask weiß es ja schon, die Chats müssen zu sein bei den Leuten. Genau. Es wäre ganz cool, wenn ihr dann nicht ... Okay, genau. Am besten ... Am besten nicht in den Chat gucken, weil sonst wäre das ja blöd. Ein Hinweis für euch. Wenn ihr malt, ihr könnt jederzeit in den 45 Sekunden, die ihr Zeit habt zu malen, unter dem Bild ist so ein kleines Icon. Da könnt ihr draufklicken und das Bild zurücksetzen. Aber wir machen jetzt gleich mal ein Beispiel, damit ihr auch seht, wie das funktioniert. Okay. Dann setzt sich aber das ganze Bild zurück. Ihr könnt nicht radieren, ihr könnt es nur zurücksetzen. Und für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr seht dauerhaft beide Bilder und die Teams jeweils entsprechen natürlich nur das Bild des eigenen Teampartners. Ist ja logisch, ja? Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal eine Beispielrunde. Und ihr könnt mir jetzt sagen, wer in den Teams jeweils malen soll, das Beispiel. Ich würde malen direkt. Ja, komm, ich mach das Beispiel, Jay. Ja, komm, ich mach das Beispiel, Jay. Du machst das? Ja, dann mal mal. Ich mal das Beispiel, komm. Okay, Bram malt und Matteo malt. Und wir starten den Timer. Also jetzt entsprechend, wir würden natürlich gleich entsprechend Jay und Flask rausgehen, weil sonst würde das ja keinen Sinn machen. Aber, äh, ich sag euch jetzt mal, was ihr malen müsst. Und zwar, äh, meine Aufgabe ist Sonnenschein. Ihr müsst Sonnenschein malen. Innerhalb von 45 Sekunden los geht's. Ja, gut. Dann... Es gibt keine Farben. Wir müssen das jetzt erraten. Es gibt keine Farben. Aber ich weiß doch, dass es Sonnenschein ist. Ja, deswegen, ich sag ja, deswegen gehst du gleich hier aus dem Channel raus, damit du das hier hinbekommst. Aha! Ich hab auch nur diesen einen Stift, ja? Du hast nur diesen einen Stift, nur diese eine Farbe. Ja, also ihr könnt jetzt hier nicht sehr kreativ mit Farben sein. Ja, kennt man doch, die Sonne stimmt schwarz. Damit ihr euch... Haben wir dann nur einen Guess? Also, wir können nur einmal sagen, das ist Sonnenschein. Das ist echt schwer. Fertig. Also, ihr könnt buzzern, jederzeit. Die Buzzers sind dann scharf. Und, ähm, der, der zuerst buzzert und das Richtige innerhalb von fünf Sekunden sagt, der kriegt den Punkt. Ansonsten ist das andere Team. So. Keine Ahnung. Das ist voll schwer, weil es könnte Sonnenstrahl sein, es könnte alles sein im Prinzip. So, das ist jetzt gemalt. Jetzt sehen die anderen beiden Teammitglieder das entsprechend gemalte vom anderen Teammitglied. Äh, das heißt, Jay, äh, du müsstest hier jetzt Sonnenschein erkennen. Wie Jay guckt. Okay, okay, also, okay, ich sehe, ja, ich würde wahrscheinlich Sonnenstrahlen sagen, um ehrlich zu sein. Aber, musst du halt dann wissen, ob das halt durch... Ja. Spinne war richtig bei mir. Spinne? Spinne ist korrekt, ja. Flask, die Pfeile sind auf Strahlen, Sonnenschein, ja, kann natürlich auch Sonnenschein sein, klar. Okay. Also, und Flask, du hättest das auch wahrscheinlich als Sonnenschein erkannt, ne? Nee, Spinne... Sonne... Hätte ich wahrscheinlich gesagt, tatsächlich. Also, ich habe jetzt gerade das Bild von Matteo bekommen. Nee, du hast das Bild von Matteo bekommen. Jetzt seht ihr beide. Jetzt seht ihr beide. Genau. Buzzer war Leertaste, ne? Buzzer ist Leertaste, genau. Okay. Das haben wir jetzt nicht gemacht, genau, aber wenn ihr gleich buzzern wollt, einfach auf die Leertaste drücken. Okay. Dann könnt ihr buzzern. Okay. Kannst du bitte noch einmal jetzt sagen, wie genau du das haben möchtest, weil das ist jetzt echt unwichtig. Bei Sonnenschein. Ich hätte gerne den Begriff. Also, ich würde... Also, eins zu eins, das muss richtig sein. Außer vielleicht plural Mehrzahl oder so. Genau, genau. Also, wenn du jetzt Sonne sagst oder Schein oder so, dann würde... Ja, Sonnenstrahlen zum Beispiel. Ja. Die Pfeile sind ja auf den Strahlen. Kurze Frage. Nein. Dürfte ich das Wort in zwei aufteilen? Also, Sonne und Schein und dann... Aber darf ich eins und zwei reinschreiben? Oder ist das verboten? Ja. Also, eins und zwei reinschreiben ist okay, aber schreiben generell natürlich nicht. Okay. 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 Ihr habt das verstanden. Ja. Dann, äh... Nein. Sehr gut. Dann starten wir jetzt. Wer zuerst sechs Punkte hat, gewinnt das Spiel. Okay. Und wir starten mit der ersten Runde. Und ihr sagt mir bitte, wer in den jeweiligen Teams malt. Ja, Bram hat zieliert. Ima Matteo. Ja, ich mal, ich mal erst mal. Wir könnten ja switchen. Ja, ja. Gerne, aber wenn du merkst, ach du Scheiße, ich raff gar nichts, dann können wir switchen auch gerne mal. Okay, Matteo malt. Und? Bei Bram und Jay? Ich fang an. Okay. Dann Jay und Flashspit einmal hier aus dem Channel raus. Okay. Und, äh, dann nenn ich euch jetzt den Begriff, den ihr malen sollt. Und der lautet Stepptanz. 45 Minuten. Ja, genau. Ey, was? Alter, was? Bram malt und Matteo malt. Äh, scheiße. Du kannst das ganze Bild wegmachen, wa? Ja. Oh Gott, ich hasse dich. Zehn Sekunden habt ihr noch. Äh. Das ist... Fuck. Das ist super hart, ey. Fuck. Da hab ich... Oh Gott. Das ist... Okay, ich hol die anderen wieder zurück. Also bitte nicht darüber reden. Das ist... Ja. Oh Gott. So. Ja, weil ich hab jetzt gesagt, ich zieh jetzt Flashspit runter, wenn... Oder den runter, wenn ich rausgehe und ihr zieht uns dann einfach wieder hoch, ne? Wenn ihr fertig seid. Genau. Genau. Perfekt. Okay. Okay. Äh, die beiden haben gemalt. Und, äh, ihr müsst jetzt erraten, was der jeweils andere Teampartner gemalt hat. Dafür könnt ihr buzzern. Leertaste. Habt dann fünf Sekunden Zeit, das zu sagen. Was wurde denn hier gemalt? Was ist das? Ja. Ja. Fläsk. Stepptanz? Oh mein Gott! Was? Stepptanz ist korrekt. Ja, das geht... Richtige Antwort. Das ist ja unglaublich. Ja, ich sagte aber, du, das ist gut. Das ist wirklich gut gezeichnet. Stepptanz ist aber auch wirklich schwer. Ich war zwar... Ballett oder... Aber Ballett ergibt ja mit den Noten keinen Sinn. Ja, oh mein Gott. Oh, bless. Ich liebe dich ein bisschen. Alter. Alter, das ist richtig gut, was Matteo da gemalt hat. Das ist echt gut gezeichnet. Fotorealistisch fast schon. Ja, sehr gut gemalt. Krass. Das ist der erste Punkt für Team Fläsk und Matteo. Oh Gott. Ich hatte erst schon überlegt, ob das sein könnte. Aber ich hab nicht drei Haare auf dem Kopf. Deswegen... Ja, das ist für euch zur Info. Wir haben bei Gartic Phone eigene Regeln gemacht, wie der jeweils andere von Team Peaks mit dargestellt werden muss. Ah, okay. Jay muss grundsätzlich mit drei Haaren dargestellt werden. Okay, okay. Ja, das ist sehr wichtig. Dankeschön. Dankeschön. Kannst du die Musik ein bisschen lauter machen noch bei dir, bitte? Ja, absolut. Sehr gut. Ich drehe nochmal drei Dezibel hoch. Boah, so stark, bless. Wirklich. Weil ich dachte, du machst dann vielleicht so Balletttanz oder so, weil... Ich hab auch... Ballett hatte ich auch erst im Kopf tatsächlich. Ja. Ja, das war der erste Punkt. Krass. Das heißt, wir gehen direkt weiter in die zweite Runde. Und ich brauch wieder von euch den jemals Malenden. Ja. Ja, ich mal mal weiter. Willst du jetzt doch mal oder soll ich... Ja, ne, probier dich mal ruhig aus. Wir tauscheln ab. Ja, probier dich mal. Okay. Wechselt sich das dann auch ab, welches Bild man zuerst sieht? Ah ja, da ist es. Ne, du siehst immer das von deinem Teammate, glaub ich. Genau, du siehst immer das von deinem Teampartner. Dann haben wir voll den Vorteil, wenn Matteo malt. Mach Farbe bitte nicht hoch. Jetzt ist die Musik zu laut. Okay, Bram, es war eben besser. Sorry. Ich drehe um zwei. Es war nervös. Es gibt immer unterschiedliche Meinungen. Okay. Matteo malt und Jay malt. Das heißt, ihr beide müsst jetzt einmal aus dem... Wieder runter. Ausgehen. Okay. So. Der malt tatsächlich halt gut, ne? Alter, das war richtig krass. Würde ich auch nicht bekommen. Vor allem 40 Sekunden. So schnell kann ich nichts visualisieren. Geht nicht. Geiles Spiel, ne? Ja. Ich glaube, was nicht ganz durchdacht worden ist, ist, dass die jetzt... Wobei, ich weiß nicht, man hört, was man sieht. Die hat das alles gemacht. Man hört, was man sieht. Man hört, was man sieht. Man hört, was man sieht. Ich weiß nicht, was man hört und sieht. Ja, das verstehe ich nicht ganz. Ja, noch 14 Sekunden. Ja, klar. Ja. Okay, Bram kann auch gerne wieder weitermachen. Ich hab das gelesen. Das Problem ist jetzt natürlich, wenn Bram aus dem Channel rausgeht, dann hört ihr mich ja nicht mehr. Ja, der ist gerade, dachte ich mir genau dasselbe. Das hat er auch gesagt, ja. Also ich rausgekommen und dachte mir so, Moment, jetzt irgendwann stimmt aber mit den Spuren nicht. Das ist das Problem, weil, nur für euch zur Info, Bram streamt gerade, weil bei mir das Internet dafür nicht gut genug ist. Anscheinend, ich droppe zu viele Frames und das ist jetzt natürlich ein Problem. Wie machen wir das denn jetzt? Ihr könnt es ja so machen, dass die Leute... Kannst du nicht Bram einfach mal mitziehen? Oder die Leute, die es nicht hören dürfen, muten einfach die anderen Spuren, damit die nichts hören, oder? Genau, kannst du nicht einfach kurz schreiben in TS? Ne, das geht nicht, weil ich bin... Bei uns TS ist auch in einem anderen Raum. Ich kann es nicht lesen, leider. Ja, dann gehst du kurz auf. Ja, klar. Bin kurz weg. Dann komm ich so nach 10 Sekunden... Okay, also wie wollen wir das jetzt machen? Ja, also die Leute, die es nicht hören dürfen, die muten einfach die anderen, damit die es nicht hören. Also mute all. Okay. Oder? Das ist jetzt natürlich ein bisschen problematisch hier für euch, aber geht jetzt... Also technisch ist das jetzt gerade ein bisschen komplizierter. Mute all? Wir werden vielleicht heute Abend auch noch das ein oder andere Spiel haben, wo das nochmal so sein wird. Aber wenn das für euch okay ist, dann passt das schon. Dann können die Leute ja irgendwie mitraten oder so. Mute ich mich jetzt dann einfach im TS dann oder was, wenn ich... Nein. Wenn du nicht malst, dann machst du den Sound aus, sodass du die anderen alle nicht hörst. Dann hörst du ja niemals das Wort. Ja, genau. Ja, weil wenn Bram... Immer wenn Bram rät, ist das Problem ja so oder so da. Na, weil er darf das Wort ja nicht hören. Sprich... Ja, der Chat rät dann einfach mit, dann bleibt dann einfach so. Genau. Und wo der Chat mit rät. Der Chat rät jetzt mit. Genau. Ihr, also unser Chat sieht jetzt schon die Bilder. Und die anderen beiden, Bram und Flash, sehen jetzt das Bild. Was ist denn da gemalt worden? Bram. Ist das Rülpsen? Bram sagt Rülpsen und das ist absolut korrekt. Richtige Antwort. Sehr schön. Ich dachte, er bricht irgendwas. Nice, Bram. Nee, ich hab da wieder so... Ich habe das Gas erkannt. Ich hätte da wieder so Töne hingemacht und dachte, ich fang vielleicht mal nicht singen oder schreien und deswegen wollte ich, hab ich die Töne wieder weggemacht. Aber das Problem war, es hätte auch irgendwie so Mundgeruch oder sowas sein können, deswegen war's schwer. Aber ja, stark. Ja, also... Der hat's gebracht. Der hat's gebracht, ja. Ja, der hat's gebracht, ja. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn ich falsch mal... Dann kriegen die anderen ja einen Punkt, ne? Ja, ja. Weil ich hätte nicht Rülpsen gesagt, ich hätte Brechereiz gesagt. Ja, ja, ja. Ist schon gut. Drück wirklich nur, wenn du denkst, dass es sicher ist. Okay, sehr gut. Äh, eins zu eins. Und das nächste Bild, wer malt denn? Ich mal wieder. Ja. Mir egal. Ne Chat-Geld mit. Der Chat-Geld mit. Also mal ich, okay. Jay malt. Hab geklappt. Und, äh, bis, äh, gleich dann. Ach so. Muss ich jetzt euch noch ziehen? Das ist so. Ich zieh dich einfach mit. Ich dachte nicht, dass das so ein einfaches Wort ist, wenn wir gerade so Sonnenstrahl hatten und Stepppanz. Ja, das war... Ich dachte nicht, es ist einfach nur Rülps. Aber krass, wie unterschiedlich die Bilder sind. Es ist voll krass, dass man halt nur sein eigenes sieht, ne? Mhm. Bin sehr gespannt. Das ist wirklich... Aber erst mal sehr effektiv gezeichnet. Ja. Es konnten nur Rülpsen sein. Mit dem Tod... So gut. Nein, es hätte nicht nur Rülpsen sein Tod. Aber... Mundgeruch, ne? Ja, Mundgeruch hätte es auch noch sein können. Aber da hab ich tatsächlich nicht drüber nachgedacht, weil Rülpsen bei uns halt auch so ein Ding ist. Scheiße, ey. Alter, man wartet hier voll so... Ja. Aber das ist ja zum Glück noch die andere Hälfte. Ich bin gespannt auf nachher, wenn dann... Wenn's da so um Allgemeinwissen sowas geht, ja? Ja, das eine ist jetzt... Da wird's potenziell immer sehr gefährlich. Okay. Ach, wie Scheiße! Ihr seid zurück. Ja. Es wurde gemalt und ihr müsst jetzt raten, was ist denn das hier? Ah! Das ist hoffentlich ein Astronaut! Ah! Yes, Bram! Es ist auch ein Astronaut! Es ist auch ein Astronaut! Richtige Antwort! Jawoll! Boah! Auch gut! Ja, das ist... Ich überdenke das, glaub ich, gerade so ein bisschen. Ich überdenke das, glaub ich, gerade so ein bisschen. Ihr habt meine Finger! Und der Salamimod unten links, den hab ich schon da gehört. Ja, das war die letzte Sekunde, wo ich gedacht hab, erst mal schnell ein Boot hinmalen. Mein Bild, Matteo, da hätte ich schnell baseln können. Ich kann aber verstehen, was du meinst, weil das erste Wort war so schwer. Dass man jetzt so voll kompliziert denkt und denkt so, okay, ist es das Visier vom Astronaut? Oder ist es... Oder ist es... Spacewalk! Ja, oder Vakuum, was weiß ich was. Ja, ja. Also, ihr malt sehr gut. Das hätt ich gar nicht gedacht. Da war sogar ein Scheiß-Pfeil, ne? Da war sogar ein Scheiß-Pfeil. Ja, ihr habt den Pfeil dann gemacht, weil ich dachte, fuck nicht, dass du denkst, dass das irgendwie Weltraum ist oder so. Nee, nee, das war gut. Genau. Äh, bei den Chat nur für euch zur Info, ne? Das linke Bild ist vom linken Team, das rechte Bild ist vom rechten Team. Falls es da zu Verwirrungen kommt. Wir hatten auch direkt die Siegerpose. Ja, es stimmt! Ja. Sehr gut. Äh, die nächste Runde, wer malt denn? Ja, wir bleiben dabei mit dir, oder? Ja. Wollen wir noch einen drüber bleiben? Ja, ja. Ja, ja. Also, du kannst jederzeit switchen, aber ich will einfach weiter mal, ne? Jawohl, ne? Okay. Dann Matteo und Jay und, äh... So. Da sind wir wieder. Scheiße, ey. Ich hätt einfach sofort... Das war so richtig gut. Die einfach buzzern müssen. Aber ich dachte mir so, ah, was ist, wenn es irgendwas anderes ist? Ja, ich hab... Ich hatte kein Selbstvertrauen. Ich hatte Gott sei Dank diesen Gedanken gar nicht. Ich hab einfach gebuzzert, als ich gedacht habe, zu erkennen, was ich gesehen habe. Mhm. Das muss ich auch machen. Und dann einfach direkt draufhauen. No regret. Ja. Ja. Wobei, wenn du falsch hast, dann natürlich der geht an den Punkt, ne? Ah, hey. Lieber falsch buzzern, als nie buzzern. Ja, wobei, die Frage ist, ob der jetzt gleich richtig assi wird, Dreck, weißt du, mit so... Ja, und jetzt kommt irgendwie so, weißt du, Golden Gate Bridge oder so'n Quatsch. Ja. Die vierte Speicherte Golden Gate Bridge, aber nur das zählt. Im Kreis drauf. Das ist immer schwierig, ne? Wenn man sich so ne Art von Wort angewöhnt, dann wird's auf einmal anders. Ja. Okay. Okay. So. Ihr seid wieder da, es wurde gemalt. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich hab im Chat hier schon ein bisschen mitgelesen, was wurde denn hier gemalt? Das ist ein Picknick. Ja! Oh Gott. Ja, ich... Also das Picknick unter sich wissen auch so leid. Ich steck mir drüber nach, ich baller rein, ich vertrau dir jetzt. Komplett. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Sehr gut. Scheiße. Ich hab einfach alles im Kreis, weil ich Angst hatte, dass du nach einer Picknick-Decke sagst oder so'n Quatsch. Ich war ganz ehrlich, dadurch stand alles im Kreis und dachte erst, das wär ne Höhle. Ja. Aber hier war's drüber nach. Einfach dasselbe Bild, nur ne andere Perspektive. Ja, ja, stimmt. Einfach von Vogelperspektive, einfach von der Seite. Ja, sehr gut. 2 zu 2. Kann ich ne Taktikbeschwächung mit Bram machen? Nee. Außer wenn wir auch eine machen dürfen. Eine Auszeit, meinste? Ja. Time-out. Ja, also, wenn ihr das wollt, dann kann natürlich vielleicht von Matteo das auch machen. Aber ich geb euch 30 Sekunden. Okay, von mir aus. Das ist das Ding, wir wollen das halt eigentlich gar nicht. Wir brauchen das gar nicht. Ihr wollt das nicht? Ja, aber wenn ihr... Ja, macht doch eine. Ja, macht mal eine. Aber wenn ihr dann gewinnt, dann zählt's nicht, ne? Ja, ja. Du musst ja nicht die Weltmeisterschaft ziehen. Nee, er gewinnt dazu. Warte kurz, Bram. Ich zieh dich. Ja, okay. Mach schnell. Also, wenn ich male und das quasi nicht irgendwie was Spezielles eingekreist ist, dann ist es overall. Ja. Weißt du, wenn ich irgendwas, einen Pfeil drauf mache, dann ist es genau das, was ich meine. Ja. Okay, alles klar. Ja? Also, okay. Ja. Okay. Das fängt schnell. Nee, wir wollten einfach nur ganz kurz gucken, ob alles so in Ordnung ist, der Technik und so. Ach so, ja. Klar, klar. Kurz WhatsApp-Channel aufgemacht, Handy raus. Kurz, wird dann immer geschrieben. Ja. Okay. Ja. Und ich werde angehoben. Ja, mal gucken. Ja. Hallo, Jonathan. Wir gehen weiter in die nächste Runde. Und ihr definiert wieder, wer malt. Ja, einfach weiter. Ja. Ja, ich würde dich weitermachen lassen, weil ich dann nur exekuten muss. Du bist einfach viel besser im Zeichnen als ich. Okay? Wir gehen. Danke. Stay out. Ja. Da sind wir wieder. Ja, wird jetzt das Rate-Battle zwischen uns beiden. Jawoll. Ja, knapp zwei, zwei. Ich hab gesehen, du hast hier letztens nochmal geil ein Nachfärben-Tön, ich bin mir nicht ganz sicher, deiner Haarpracht gegönnt. Ja, ich sah erst mal aus, als ob ich eine Perücke tragen würde, weil wenn man die färbt, dann hast du natürlich, die Kopfhaut ist doch auch dann komplett pink, ne? Und da war die komplette Hairline, so ein Strich-Pink, sah aus, als ob ich mit Perücke rumlaufe. War richtig geil. War einfach so. Aber ich krieg das ja auch, ich krieg das ja nicht mehr los, weißt du? Ich muss ja. Muss ja. Das ist ja so eine Art Markenzeichen. Aber du könntest ja eine andere Farbe auch nicht? Stell dir mal vor, Rezo hätte jetzt irgendwie rote Haare. Das wäre auch mega weird, oder? Ja, aber irgendwann musst du aber sagen, ich stehe da jetzt drüber. Ich find pink ehrlich gesagt auch ganz geil. Irgendwann... Ich find pink ehrlich gesagt ganz cool so. Ich find das ganz nice. Ich hab kein Problem mit. Aber vier Stunden beim Friseur sitzen, das kann ich sparen, ja. Das ist geil. Es wurde gemalt. Und, äh... Was wurde denn gemalt? Wamm. Katzenklo. Scheiße. Wir haben gesagt Katzenklo und, äh... Das ist auch korrekt. Richtige Antwort. Das ist ja... Das war eine krasse Katze. Alter. Ich war erst... Ich hab Katze gedrückt und dann als ich Katzenkloge dachte ich mir... Scheiße, wir können auch ein Eichhörnchen sein. Hä, was die spitzen Ohren und die Schnurhaare, die nur vier sind. Eindeutig. Ey, Matteo, aber echt sehr gut gezeigt. Ey, Matteo, ey, der ist ja... Ey, Matteo ist halt einfach krank, was die kirchnerische Darbietung da ist, ey. Alter. Das ist wirklich sick. Danke, danke. Ich hab jetzt einen Plan, Matteo. Okay, okay, okay. Wir gehen zur nächsten Aufgabe und ihr dürft mir wieder sagen, wer malt. Ja, bleibt so. Wir gehen auch so. Bleibt so, ja. Bleibt so, ja. Wenn wir eh gerade hier unseren Smalltalk so... Ja, genau. Aber vier Stunden? Krass. Ja, ja, das dauert ewig. Also Männer oft zu rot in den Haaren mit drin haben. Sprich, du musst es halt immer so doppelt bleichen. Und dann tönen und den ganzen anderen Scheiß machen. Das ist richtig nervig. Und dann auch für... Wahrscheinlich nicht nur eine Mark 50. Ja, 200 kostet's, glaub ich. Wie heißt das? Mit Olaf Flex oder wer das heißt? Ja, ja, ja. Olaf Flex rein. Ich glaube, es wird ein bisschen günstiger gehen. Aber so... Was Frauen beim... Also ich verstehe mittlerweile so, warum... Warum Frauen Frisor immer so ein bisschen überdrehen will kostet. So die Haare länger sind. Und ich ein bisschen mehr machen lasse. Das ist einfach maximal teuer. Ja. Fünf Sekunden. Du musst uns konzentrieren. Denk an... Denk nicht an Pink jetzt. Denk nicht an... Ich muss... Du lenkst mich ja ab. Nicht an Pink denken. So. Jetzt weiß ich, was ihr machen wolltet. Ich hab's ja rausgefunden. Pram lenkt mich ab, während wir im anderen Channel sind. Damit ich nicht schnell buzzern kann. Ah. Äh... Ihr bekommt die Bilder gezeigt. Was wurde denn hier von eurem Teampartner gemalt? Kletteraffe. Was? Kletteraffe. Affe. Affe. Sorry. Das ist Affe. Okay. Du hast Kletteraffe gesagt? Ja, ich hab erst Kletteraffe gesagt. Das ist natürlich einfach nur ein Affe. Ist das ein Pfeil? Ein Affe. Ja, das war ein Pfeil. Keine Ahnung. Das war ganz schlimm. Alter, ich dachte, da hängt ein Typ, der irgendwie vorne so einen Stab in so eine Flamme hält. Ja, mir ist am Ende aufgefallen, scheiße, ich sollte dem ja noch einen Schwänz hier malen. Das war dann zeittechnisch etwas eng. Ja, mach Felix. Also, er hat Kletteraffe gesagt, aber da ich gesagt habe, dass ich natürlich das korrekte Wort nur ziehen lasse und Plural ist in Ordnung. Aber Kletteraffe, Affe wäre richtig gewesen, deswegen ist das der Punkt für Bram und für Jay. Okay, okay, okay. Ich habe es gesagt und wusste es falsch. Ich muss Affe sagen. Das ist so dumm. Na gut. Okay. Dann ist bei mir auch eher Winnie Pooh gesagt, glaube ich. 4 zu 2 und wir gehen zur nächsten Aufgabe. Was? Nicht an Pink Ding. Mann! Ja, Andi ist krass, wenn du was sagst, dann… Einen Punkt, den hätten wir aber auch nicht. Also, wenn du so anfängst, dann musst du immer irgendwo so eine kleine Ausnahme machen. Das ist mega nervig dann, glaube ich. Ja, deswegen… Ne, das ist auch schon generell in Ordnung. Aber, äh… Ja, ja. Also, da… Da wäre ich raus gewesen, bin ich ganz ehrlich. Ja, vollstes Vertrauen von Matteo. Ja, ich habe auch vollstes Vertrauen in Matteo. Okay. Machen wir die beiden mal zurück. Ihr habt gemalt. Ne. Und, äh, was hat denn euer Teampartner hier gemalt? Bram. Krücken? Ach… Nein, Bram. Krücken. Nein, korrekt. Die richtige Antwort. Alles gut. Aber da war ich lost, weil das war so komisch. Ich habe angefangen, die Figur dazu wurde so scheiße, dass man gar nicht erkennen konnte, dass es ein Mensch ist. Ja, ja. Ich habe nicht… Ich dachte, das ist ein Klavier. Ja, vielleicht habe ich auch Elefantierassist halt oder sowas, aber… Ne, für mich war das ein Gipsbein. Sorry, aber… Ja, ja. Ich meine, drei Punkte vorher ging ja auch auf meine Kappe, das ist alles gut. Ja, aber das ging auf meine jetzt auf jeden Fall. Okay, ja. Ausgleichende Gerechtigkeit. Damit steht es 5 zu 2. Das heißt, wenn das nächste Bild korrekt geraten wird von Team Bram und Jay, dann haben diese das erste Spiel gewonnen. Und wir gehen jetzt in die eventuell letzte Runde. Ja, holen wir noch. Ciao. Ciao. Glaubst du, das nächste Mal ist wieder ein Gegenstand? Weiß es nicht. Aber diesmal war es nicht… Ich denke, diesmal war es nicht meine Schwitz. Ich habe uns sofort drei Punkte verschwunden. Kletter. Na, ich fand gut, dass ein Jaycee-Figur so ein dickes Bein hatte. Ja, aber die Quintessenz, die war drinnen. Die Quintessenz war drinnen. Ist bestimmt ein Gegenstand. Ist ein Gegenstand. Komm schon. Denk an ein Gegenstand. Ne. Ne. Gar nichts. Ein Glas. Eine Uhr. Denk an eine Uhr. Stell dir eine Uhr vor. Eine Uhr. Stell dir doch einfach mal einen Sandkasten vor. Ne, ein Uhrzeiger. Sandkasten, neben zwei Kinderspielen, Grundschule. Kinderraten sogar noch. Gleich ist vorbei. Ja. In fünf Sekunden. Sandkasten. Tick, tick, tick. Jetzt nicht an Elefanten denken. Oh Gott. Es wurde gemalt. Es wurde gemalt. Und, äh, was denn? Das sagt ihr mir jetzt. Motorrad. Motorrad ist die korrekte Antwort. Sehr gut. Sehr gut. Was ist das für krasses Teil wert. Ich meine, Bobbycar. Mit Auspuff. Das ist sehr gut. Matteo, gib alles. Wir holen das. Ich geb alles. Ich geb alles. Damit 3 zu 5. Jetzt für Team. Man hat halt immer nur 45 Sekunden Zeit. Ey, Matteo lässt mich sonst was dastehen. Wenn er da irgendwelche künstlerischen Da Vincien da rausholt. Oder was auch immer. Hier noch ein bisschen Schattierung. Ja, auf den Scheiß. Okay. Das ist Monet. Gehen wir zur Ne... Ich hab's nicht an Elefanten gedacht. Ich bin enttäuscht. Ne. Motorrefant. Motorrefant. Highland. Oh Gott, ey. Weiß ich nicht. Schon wieder ein dummes Spiel. Ey, dass ihr Matchpoint habt, das stört mich richtig jetzt gerade. Jedes Mal, wenn ich den Buzzer drücke. Ja, für dich vielleicht nicht. Ja, weißt du, stell dir vor, du versprichst dich jetzt nochmal am Anfang. Ja, ja, ja. Ich bin ja so ein Nuschler, ne. Nuschler. Ja. Herr Affe. Komm mal ran. Oh Mann. Boah, Ansel. Oh Mann, oh Mann. Das ist Game 1. Mir pumpiert schon alles. Ja, wie viel gibt's nochmal? Sieben oder so, oder? Naja. Best of... Best of... Best of... Best of Seven, ja. Komm schon. Jetzt gleich. Jetzt gleich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. So viel Zeit ist so kurz. Hast du Vertrauen? Bin ich confident gerade in dieser Zeichnung. Scheiße. Schauen wir mal, was wurde denn hier gemalt? Bram. Spaghetti. Spaghetti. Lagerfeuer. Lagerfeuer. Ist falsch. So ein Spaghetti sein. Ja, wie fehlt denn der letzte Pile? Fuck. Ich dachte nicht um solche Teller sein. Es tut mir leid. Alles gut, Blesk. Alles gut, Blesk. Alles gut. Aber du hast sogar erkannt. Ja, ja, ja. Sofort. Scheiße. Kann man verstehen, dass ich vielleicht auch Lagerfeuer gemalt habe. Lagerfeuer. Ich sehe jetzt erst den Pfeil. Ja, das war... Man kann ja nicht nur einen löschen, den man mal gemalt hat, man löscht ja direkt alles. Ja, man muss vorher schon Gedanken machen, was man malt. Das ist halt echt problematisch. Tja. Okay, damit steht's jetzt. Ja, mein Zähler. Ja, wir gehen schon wieder. Ach, Matteo. So. Entschuldigung, musst du nochmal zurück? Ne, ne. Ich wollte nur sagen, Matteo gibt alles. Nein, der gibt alles. Boah, das passt. Der gibt alles. Der war grad krass, ey. Spaghetti. Ich hätte einfach... Ich hätte aber das sagen sollen, nachdem du Spaghetti gesagt hast, hätte ich auch Spaghetti sagen sollen. Ja, ich hätte es dir einfach... Ich hätte es dir so richtig blöd vorgesagt gerade. Aber ich habe auch Leertasse gedrückt, habe den Buzzer gehört. Ja, klar bin ich. Easy. Ich achte jetzt auf meinen Namen, bevor ich was sage. Ja, ja. Spaghetti, Alter. Spaghetti! Lagerfeuer Scheiße, ey. Spaghetti. Ich sehe… 13 Minuten, können wir noch einen Schlick trinken. Ja, genau. Ich habe nichts zu trinken. Ja, gut. Geil, erstmal am Mundwickel vorbeilaufen lassen. Richtig stark. Okay. Pues ist mir so knapp jetzt. Jetzt vereineías. Alles klar. Wir haben alle wieder beisammen und ihr müsst mir jetzt sagen, was hier gemalt wurde. Miesens. Miesens ist die korrekte Antwort. Wow. Wow. Ja, wie du das... Ich wollte, ich habe wieder in der letzten Sekunde den Mund gemalt, aber wieder zu tief angesetzt. Und mich hast du nicht... Ich dachte ganz, der Ostend hat gegen die Wand oder so. Ey, also das hätte ja auch alles andere sein können. Stark. Ich wollte nicht wieder alles lösen, deswegen habe ich da durchgestrichen. Ja, gut. Also, zwei verschiedene Qualitäten beim Malen, aber wir kommen jetzt zur allerletzten Runde, es steht nämlich 5 zu 5 und die nächste Runde wird es entscheiden. Das heißt, wir gehen... Boah, scheiße, als wenn du das jetzt geholt hast. Und jetzt ist es einfach fucking stichen. Ich bin sehr aufgeregt. Tick, 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 tick. Okay. Oh mein Gott. Was würde es sein? Keine Aufregung jetzt. Nein, überhaupt nicht. Ich bin richtig zittrigen gerade. 15 Sekunden noch. Die Frage ist jetzt, lasse ich euch raten und ihr macht einfach falsch. Also gerade hättest du das bei meinem Bild auf jeden Fall machen können. Ja, ja, gerade. Also das war... Ich dachte, das ist Vogelgriffe bei euch. Ich dachte, das ist ein Nasenblut. So. Jetzt kommt es darauf an. Der letzte Punkt, der ausgespielt wird. Was wurde hier gemalt? Nein! Let's go! Let's go! Das ist das Telefon und das ist die richtige Antwort. Muffine einfach. Damit gewinnt ihr das erste Spiel. Oh, das Comeback. Wow. Wow. Aber du bist jetzt einfach ein Künstler. Hey, du hast es halt genauso sicherlich erkannt. Dass das eine Zeitbombe war, die ich ja gemalt habe. Ja, ich hatte beim letzten halt wirklich Angst, weil das war halt so eindeutig. Da kommst du auf Drücken drauf an, wer zuerst drückt. Ja, ich war gerade so, ich war eigentlich nur Telefon oder Telefon. Insane. Sehr gut. Damit 6 zu 5. Das erste Spiel gewonnen. Das war sehr knapp. Boah, war das knapp. Und das gibt euch den ersten Punkt des heutigen Abends. Vielleicht ist es auch, Mathio. 1 zu 0. Ich bin jetzt schon durch. Ich bin fertig. Von da wird's heute nicht mehr. Nee. Boah. Ihr braucht erst mal Pause. DG, DG, DG. Komplett am Schwitzen. War gut. Das schöne ist, Malen kommt jetzt nicht mehr dran. Nee, das stimmt. So viel kann ich euch schon verraten. Das gibt's jetzt nicht nochmal. Okay. Okay. Der Chat hat übrigens gut mitgeraten. Also ihr habt's immer eigentlich relativ schnell erkannt. Also das war schon sehr gut. Aber ihr habt doch beide Bilder gesehen. Ja, ich hab das schnell verkackt. So war nicht so gut. Okay. Ihr seid bereit für die zweite Runde? Für die zweite? Ja. Für das zweite Spiel? Okay. Dann kommen wir zum zweiten Spiel. Und das heißt so. Aha. Geile Mucke, ey. Entweder oder heißt das Ganze. Und die Regeln funktionieren folgendermaßen. Ihr bekommt gleich von mir eine Frage gestellt. Ja. Beispielsweise, was ist das bessere Haustier? Ein Hund oder eine Katze? Das sieht dann so aus. Ja. Und eure Aufgabe ist es, einzuschätzen, wie sich die Zuschauerinnen und Zuschauer bei dieser Frage entscheiden würden. Dazu habt ihr 30 Sekunden Zeit, um mit dem Schieberegler, den ihr unten in der Mitte seht, euer geschätztes Abstimmungsergebnis der Zuschauer einzustellen. Ihr könnt das beide dann gleichzeitig bedienen, diesen Schieberegler, ja? Aha. Okay. Jetzt gerade aber noch nicht. Jetzt gerade noch nicht, genau. Okay. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, und jetzt ist das Wichtige für euch im Chat, können dabei über die Watchbody-App abstimmen. Ja, das heißt, ihr könnt jetzt die Watchbody-App aufmachen und hier mitmachen und abstimmen. Und dann fließt das hier gleich noch mit ein. An euch, an die Teilnehmer, ihr könnt keine 50-50-Verteilung eingeben, weil das hat Gründe wegen den Punkten, das erkläre ich sofort. Und wenn ihr in den 30 Sekunden habt, ihr es eingestellt, sobald die 30 Sekunden abgelaufen sind, wird eure Antwort automatisch eingeloggt. Okay? Okay. Habt ihr verstanden? Okay, ja. Zur Punkteverteilung. Ja. Solltet ihr euch tendenziell für ein unterschiedliches Ergebnis entschieden haben, also Bram und Jay sagen irgendwie tendenziell eher Hund, Flask und Matteo tendenziell eher Katze, dann erhält das Team einen Punkt, welches mit der Tendenz der Zuschauer über allen stimmt. Okay? Sollten beide Teams sich tendenziell für die gleiche Antwortmöglichkeit entschieden haben, also zum Beispiel beide für Hund, so bekommt das Team einen Punkt, welches mit seiner Einschätzung näher an der der Zuschauer liegt. Okay? Und das Team, welches zuerst fünf Punkte erreicht hat, gewinnt die nicht. Aber das heißt für mich zur Info, ganz kurz, gehen wir davon aus, dass wir jetzt Hund mit 68 Prozent hypothetisch, ja? Ja. Und Flask und Matteo machen 100 Prozent Hund, wir machen aber 51 Prozent für Katze, dann wären wir näher dran, aber die haben tendenziell richtig, also kriegen die den Punkt. Genau. Okay. Genau. Genau. Wenn ihr euch unterschiedlich entscheidet, definiert sich der Gewinner nur mit der richtigen Tendenz und wenn ihr euch gleich, dann ist es mit den Prozenten. Okay. Das Ganze ist jetzt ein Beispiel, also die Leute machen gerade auch schon fleißig mit in der Watchbody-App und ihr könnt das jetzt einmal testen. Ich gebe euch jetzt die 30 Sekunden, dann könnt ihr abstimmen, ihr schiebt den Schieberegler unten, ihr seht dann ja, wo sich die Prozente entsprechend verändern. 30 Sekunden ab jetzt. Ihr habt jetzt Zeit. Okay. Hey! Das ziehst du auch Lifetime? Nee, warte mal, hä? Ich seh das Lifetime. Also, ich seh das Lifetime. Warte mal, wenn ich so ziehe, ist falsch rum, so rum. Ja, ja, wir müssen so machen quasi. Also, wenn die Zahl unter dem Hund, das ist die Zahl, die da auch für den Hund zählt. Genau, genau, also die Prozente sind auf den entsprechenden Seiten, da müsst ihr drauf achten. Ja. Okay, okay. Wie knapp kann man das eigentlich? Also, es gibt jetzt gleich wieder einen Prozentbalken, da bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Ja, ist kein Problem. Also, wenn die Abstimmung anders ist, dann ist der Chat halt los. So, wir haben ein Ergebnis und ihr sagt, Bram und Jay sagen 99 Prozent für Hund, 1 Prozent für Katze. Flesk und Matteo sagen 60 Prozent Hund, 40 Prozent für Katze. Ja, wir beide sagen das. Das ist ja ein Beispiel, das heißt, das zählt jetzt noch nicht, aber das sagen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. 58 Prozent Hund, 42 Prozent Katze. In dem Fall, ihr habt euch für die gleiche Tendenz entschieden, aber würden Flesk und Matteo jetzt den Punkt bekommen. Mhm, mhm. Weil sie sind näher dran. Alles klar? Ja, alles klar. Ja, cooles Game. Sehr gut. War aber nur ein Beispiel, es gibt keinen Punkt. Wer zuerst fünf Punkte hat, gewinnt dieses Spiel. Und wir gehen in die erste Runde, die auch tatsächlich zählt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr könnt jetzt einmal in die Watchbody abgehen und für die nächste Frage mitmachen. Aber ganz kurz, wir hören uns ja, das heißt, wir können nicht reden. Ihr könnt nicht reden, genau. Okay. Ja. Klar, ihr könnt natürlich reden, wie viel ihr abstimmt. Okay. Das wäre eine interessante Info. Also, ich sag, 100 Prozent salziges Kornbram. Was sagst du dazu? Ja. Also, die Frage ist noch. Ja, wir sind 100 Prozent süß, oder nicht? Damit das jetzt einmal, ne? Was schmeckt besser? Haben wir den Chat gefragt. Süßes oder salziges Popcorn? Ihr habt 30 Sekunden Zeit. Ab jetzt. Klar. Ich rendiere zu sowas. Ne, warte. Ähm. So. Ja, ich hätte tatsächlich das hier gesagt. So, die Gegend. Das für mich in Ordnung. Können auch das machen. Aber ich weiß nicht, ob wir so extrem gehen sollten. Aber ich weiß, dass du meinst. Ich weiß nicht, es sei du. Meine erste Intention wäre so gewesen. Ja, denk schon. Ja, ich denke schon. Ja, jetzt denk ich mir noch so. Ja, du kannst so feindlich gehen noch. Aber ich denke, vielleicht so machen. Können wir machen. Okay. Ah, nein. Die haben so 50-50 gemacht. Safe. Die haben so 51 Prozent. Aber das, ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube, also, der isst ja ein salziges Popcorn. Ich esse super gerne salziges Popcorn. Nee, Mann. Nee. Ja, dann schauen wir mal, was ihr gesagt habt. Flasko Matteo entscheiden sich 64 Prozent für Süßes und 36 Prozent salziges Popcorn. Salziges Popcorn kommt halt so langsam in Deutschland an. Das ist ja eigentlich aus Amerika, ne? Ja, so ein paar Kinos haben das auch. Ich finde salziges wirklich geil. Am geilsten ist aber gemixt. Gemixt ist sauvegut. Das habe ich auch schon gehört. Das ist ja wie diesen komischen Harry-Potter-Bohnen, wo du gar nicht weißt, was da am Ende kriegst. Ja, dann weißt du gar nicht, jedes Mal, wenn du reinbeißt, ein Geschmackserlebens. Ich bin da so ein bisschen biased mit rein, glaube ich. Weil ich salziges nicht mag, weißt du? Deswegen mache ich automatisch mehr Richtung Gewicht. Okay, okay, ja, ich verstehe. Da musst du mich ein bisschen zügeln, glaube ich. Nee, nee, ich glaube schon, die Mehrheit mag Süßes. Also, stimmt schon. Ja, wir schauen mal, was Bram und Jay gesagt haben. Die sagen 74 Prozent, Süß und 26 Prozent salzig. Also, gleiche Tendenz. Das kann auch sein. Wir schauen jetzt, wie die Prozentzahlen von euch, liebe Leute, sind. Komm schon. Was sagen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer? Ja! Oh, ja! Oh, sorry, Les. Nein, 81 Prozent. Aber ich hätte ja auch nur, ich hätte nur 69 gesagt. Nee, nee, die wären so oder so immer näher dran gewesen als wir. Okay, das macht gar stark. Das ist der erste Punkt für Bram und Jay. Und wir kommen zur nächsten. Aber dass es so eindeutig war, hätte ich jetzt nicht. Hätte ich auch nicht gedacht. Das ist so krass. Das ist wie die Ägyptenfrage vom letzten Mal. Das ist selten. Wir gehen zur nächsten Frage. Wir haben den Chat gefragt. Welche Musik hörst du dir denn lieber an? Klassik oder Techno? Und die 30 Sekunden für euch, die laufen jetzt. Jungen, das ist ja mega schön zu schätzen, oder? Oh, ich würde, also, es ist halt so ein bisschen auch die Frage. Das ist halt echt die Frage. Also, wie antworten die Leute so? Ich meinst, jetzt mal ganz ehrlich, ich würde eher denken so. Aber beide zwei. Ich würde eher so sagen, wahrscheinlich. Vielleicht ein bisschen weh. Genau so machen. Ja, wobei, wobei man das, nee, lass mal weiter. Enttausch noch mal. Pass an, pass an, pass an. So? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einfach nur so. Komm. Ich finde es schwer zu sagen so. Wir haben generell alle, glaube ich, eher ältere Zuschauer, oder? Aber hätte da gestanden Elektro, hätte ich es eher verstanden. Aber Techno ist schon so speziell. Und dann so, wer sagt, ja, genau. Also, Techno ist schon sehr speziell. Bram und Jay, ihr habt euch entschieden. 51% Klassik, 49% Techno. Sogar mehr Klassik? Oh, aber dann siehst du, dann ist es nur Tendenz. Tendenziell mehr Klassik. Ah, dann ist es nur Tendenz, okay. Ihr sagt 37% Klassik, 63% Techno. Das heißt, wir haben eine unterschiedliche Tendenz. Das ist halt eigentlich richtig, also, kann halt richtig sein, Musiker. Ich würde auch eher Klassik hören. Ja, ich auch, aber guckt mal, wenn ihr auf einem Channel, auf Twitch guckt, da gibt es so Synthica, die so Techno auflegt. Und da gucken tausend Leute zu und zeigt mir einen Channel, der Klassik auflegt. Ja, aber gucken die halt Pete's Meet und Bonjois. Ja, aber kannst du einen Klassik aufhören? Synthica, glaube ich, kann halt sein. Ich würde auch eher Klassik hören, aber keine Ahnung. Haben wir intellektuelle Zuschauerinnen und Zuschauer, wir finden es jetzt raus. Moment mal, was ist das für eine Unterstellung? Willst du sagen, dass Techno... No! 40% Klassik, 60%... Ja, aber wir hätten auch so verloren. Wir waren so bei 1,5,49 die ganze Zeit im Wechsel, was wir halt eher so machen. Ja. Techno ist eine starke Szene, ja. Techno kann halt die Leute, entweder feiern die das richtig, oder sie hassen Techno. Und Klassik ist halt so... Genau. Ich finde so, wenn ich in den Club gehe, will ich ja nicht Klassik hören, sondern eher Techno. Aber wenn ich zu Hause bin, ist es ja genau andersrum. Ja, ja, ja. Die nächste Frage. Welches alkoholische Getränk schmeckt besser? Bier oder Wein? Bier oder Wein? Welches alkoholische Getränk? 30 Sekunden ab jetzt. Boah. Also ich würde sagen, tendenziell so. Ich geh doch voll mit. Ja. Aber ich... Vielleicht so? Glaub. Glaubst du eher? Weiter... Ich glaube eher so. Glaubst du? Ja. Ja. Ja, ist okay für mich. Ja, passt ruhig. Pass. Lass darauf hin. Hochgehen vielleicht? Aber wobei... Passt so an, wie du denkst. Also ich kann... Wobei, also jetzt vielleicht noch spielen mit denen. Vielleicht so? Ja. Cool. Nehmen wir den mal raus, ja? Ja, 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 ja. Hau rein, hau rein. Zeit ist rum. Ich denke, das... Das ist auch schwierig, weil ich wäre Minderheit wäre, wie wir abgestimmt haben. Du magst Wein lieber? Weiß ich gar nicht, wie wir abgestimmt haben. Ich mag Wein lieber. Das ist 33 Prozent Wein. Ich bin eher der Weintrinker. Die anderen beiden sagen 86 Prozent Wein. Boah, was? 14 Prozent Wein. Kann sein, ja. Ja, wir haben mehr eindeutig zu Bier. Die Tendenz bei beiden gleich. dass Wein immer mehr kommt, gefühlt. Ja, ja, schon. Habe ich auch das Gefühl. Ja, weil wir werden auch älter und fängt dann auch irgendwann an, einen Wein zu trinken. Ja. Was sagen... Du kannst auch mehr von saufen und wirst ein Zuschauer. Ich komme aus München. Das ist schwierig. Oh nein. Ja, schade. 40, 60, 60 Prozent. Tendenz bei Wein. Ich nie gedacht, du hast es so ausgeglichen. Ich auch nicht, auch nicht, krass. Wein ist im Kommen. Ja, Wein ist im Kommen. Sehr gut. Wir kommen zur nächsten Frage. Das ist 2 zu 1 für Bram und Jay. Und die nächste Frage lautet, welche Sportart ist denn besser? Eishockey oder Handball? Und eure 30 Sekunden laufen ab jetzt. Besser. Das ist schwierig. Also, früher so, aktuell so. Dann lass es so machen. Ich glaube, ich glaube, ich weiß, das kommt ja voll drauf an. Ich würde den Zustand besuchen. Ja, ja. Ich habe sogar eine Theorie. Also, ich denke, dass ich gerade da erzählen würde. Okay, ja, ja, doch, doch. Also, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Bleiben wir auch so? Ja, doch. Können wir machen. Können wir machen so. Let's go. Ist cool. Ist cool. Scheiße, sorry. Nein, nein, nein. Ich bin aufgewachsen mit Eishockey tatsächlich. Ja, aber wir können jetzt offen reden. Das ist ja schon abgestimmt. Handball ist schon cool. Aber man würde jetzt klassischerweise sagen, Eishockey ist mega der coole Sport. Die hauen sich auf die Fresse, die fahren mit so krassen Dingern rum. Aber Handball ist in Deutschland halt stark, ne? Also, viele Leute finden Handball cool. Handball war halt vor zehn Jahren waren wir richtig erfolgreich so. Ja. Aber gerade aktuell läuft der Stanley Cup und ProSieben hat sich da jetzt auch gerade richtig reingefuchst. Und ich hatte gehofft, dass dadurch vielleicht jetzt dann Eishockey eher am Kommen ist. Ja. Das ist zumindest so die Herangehensweise. Glesk und Matteo sind 40 Prozent bei Eishockey, 60 bei Eishockey. Ja, Tendenzabfahrt. Och, nee, das ist aber auch schwierig, weil das alles sind... Ich habe so von den Leuten im Fernsehen, ich habe immer nur mitbekommen, dass Leute vielleicht mal Handball-WM gucken, aber selten Eishockey so. Aber das ist nur meine Wahrnehmung. Ja. Ja, das kann halt auch sein. Schauen wir mal, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gesagt haben. Oh! Nein! 53 Prozent! Stuntball-Tendenz. Sehr, sehr stark. Aber es ist krass knapp, ne? Fuck. Ja, aber trotzdem, allein, dass du die Tendenz richtig gehittet hast, ich war ja auf der komplett anderen Seite. Ja, ja. Stell die Frage in zwei, drei Jahren nochmal, dann ist das anders, glaube ich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Eishockey ist im Kommen, ne? Sie sind so die amerikanischen Kommen, ne? Ja, ja, Wein und Eishockey, Bram, Wein und Eishockey, Alter. 2024. Siehst du im Stadion die ganzen Leute beim Eishockey-Holaden kommen? Spielen Wein in der Hand zu? Ja. Mit einem Hund im Schoß. Mit einem Socken ausziehen, Alter, mir wird es so warm. Das ist eine erotische Vorstellung, die ich mir jetzt gerne gönne. Wir kommen zur nächsten Frage, es steht zu zwei. Und wir fragen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, was ist besser, Essen bestellen oder im Restaurant essen? 30 Sekunden Zeit zum Abstimmen. Das wäre meine erste Einschätzung, Matteo, willst du die haben? Willst du die, ja, mach mal. Erste Einschätzung wäre, wäre sowas irgendwie. So hätte ich geschätzt. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so eine Definitionsfrage auch. Ja, 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 und so, ja, boah. Ja, doch, ich. Aber warte mal, aber nicht, warte mal, ich würde ein bisschen rübergehen, tatsächlich. Okay, okay. Aber die Sache ist ja, nicht jeder Mensch wohnt in einer Großstadt, in der Essen bestellen, irgendwie supergeil ist, oder? Ja, und so im Restaurant essen kann ja voll geil sein, aber du würdest trotzdem nicht 50 Mal im Jahr im Restaurant essen gehen. Nee, aber das ist besser, ist halt subjektiv, oder? Es ist halt immer eigentlich geiler, im Restaurant zu essen, als im bestellten Fraß. Ja, aber es gibt Leute, die sagen, ich esse lieber so bei mir zu Hause gemütlich, statt in so einem Restaurant, wo es so laut ist und so viele Leute sind. Absolut. Gut, deswegen ist es total subjektiv, was ist besser, ist jetzt ja auch nicht gerade so eineindeutig. Das ist Tendenz, glaube ich, ne? Wir schauen uns das mal an. Bram und Jay sagen 37% bestellen, 63% Restaurant. Und Lesko und Matteo. Ich hoffe einfach, dass die Leute so zu Hause sitzen, sich zu essen bestellen wollen. Und wir schauen uns jetzt viele Leute vom Land zu gucken. Brain Battle bei YouTube angucken. Keine Kröteurs, Chat. Also, wir haben unterschiedliche Tendenzen und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer haben folgendermaßen abgestimmt. Ja! Okay. 60% im Restaurant essen. Das sind übrigens die richtigen Zahlen, also es ist jetzt kein Zufall, dass es jetzt zum dritten Mal 40, 60 ist. Das ist wirklich so, das Voting. Das heißt, die Tendenz ist bei... Beim letzten Mal fand ich die Anzeige besser. Hättest du anders wie gesagt, Matteo, ja. Ne, ne, ne. Ich hätte auch gesagt, Essen bestellen mehr, weil so... Ich glaube, Essen bestellen ist im Kommen, Matteo. Ja, ich glaube auch. Mit Eishockey und Wein. Eben Eishockey-Stadion. Ja, genau. Da rein bestellen mit einem schönen Wein. Auf jeden Fall. In Gießen kann man nichts zu essen bestellen. Das ist Schmutz. Ja. In Gießen? Wer ist in Gießen? Ja, in Gießen. Okay. Weiß ich auch nicht. Okay. Wer wohl da wohnt. Okay. 3 zu 2 für Bram und Jay, wer zuerst 5 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Wir kommen zur nächsten Frage, die da lautet, welche Frisur hast du denn eher? Das muss man sich selber einschätzen als Zuschauer hier. Kurze Haare oder lange Haare? Ich würde sagen, ich habe lange Haare. 30 Sekunden habt ihr Zeit, ab jetzt. Okay, wie ist... Boah. Boah, da müsste man jetzt... Mach schon mal einen ersten Gäst. So? Ich würde schätzen... So. Weiß du nicht, ob ich da mitgehen würde? Das ist für mich... Das ist super. Ich würde echt sagen... Warte mal. So... Echt so dominant? Ja, weil... Also... Es sind... Wir... Was meinst du? Ihr habt auch lange Haare genommen. Ja, ja, klar. Vor allem jetzt so im Sommer. Also, ich... Ich weiß nicht, wie soll ich... Hast du lange Haare, Flask? Ich... Würde... Für... Also... Ich denke, lange Haare. Ja, ich würde sagen, das sind lange Haare. Ja. Alles... Ja, schauen wir mal, was ihr gesagt habt. 82 Prozent kurze Haare bei Flask und Matteo und Bram und Jay sagen 60 Prozent kurze Haare, 40 lange Haare. Ihr habt das 60-40-Better jetzt übernommen, oder was? Möglicherweise. War Zufall. Ja, richtig Zufall. Also... Also, bei beiden die Tendenz eher bei kurzen Haaren. Und, äh, wir schauen mal, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer... Bis 70 ist okay. Bis 70 ist okay. Bis 71. Ich glaube, wir haben das so gemacht, wir haben hier fünf Leute und vier davon haben ja kurze Haare. Oh, nee, es ist vorbei. Scheiße. Ja! Soll ich jetzt, sorry. 67 Prozent. Shit. Ja, das bedeutet, Bram und Jay tendenziell näher dran an den Prozentzahlen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Gebt mal zum Friseur, Leute. Friseure sind doof. So, es steht jetzt 4 zu 2. Wer zuerst fünf Punkte hat, gewinnt das Spiel. Das heißt, Matchballspiel für Brammen, bzw. Matchballfrage für Brammen und Jay. Oh, nicht schon wieder. Und wir kommen. Wieder 4 zu 2, ne? Da kacken wir wieder. 4 zu 2, okay? Nee, diesmal nicht. Was machst du eher? Ein Buch lesen oder ein Hörbuch hören? Oh mein Gott. 30 Sekunden ab jetzt. Das musst du übernehmen. Ich wäre bei so. Ja. Können wir machen. Ja. Also wollen wir dann eher so machen? Oder wollen wir es so machen? Wir können auch so. Nee, wir können auch von anderen machen. Podcasts zählen nicht, Chad. Podcasts zählen. Nein, nein, nein. Das ist kein Hörbuch. Es geht dann schon um... Ein Hörbuch halt. Das Pete's Meat Kochbuch, welches man im Pete's Meat.Store sich erwerben kann. Genau. Ja. Ob man das vorgelesen bekommt. Hab dich nicht mal gefragt, dieses Formatio. Ich hab einfach gemacht, ja. Nee, nee, mach einfach. Machst du wirklich auch kurz. Ich glaube, ich hätte auch so ähnlich wahrscheinlich eingeschätzt. Okay. Zeit ist abgelaufen. Geiles Hörbuch, das sind wahrscheinlich echt weniger. Aber Hörbuch ist, glaube ich, gekommen. Aber Hörbuch ist, glaube ich, irgendwie geiler. Sagen. Aber die meisten Leute wollen, glaube ich, die würden eher sagen, ja, ich bin ein Leser. Auch wenn die einmal im Jahr ein Buch lesen. Ja, ich lese. Ganz viel. Hörbuch kommt gerade. 60-40 wieder. Bei Bram und Jay. Keinem Bein. Und Fleske und Matteo sagen 67 Prozent Buch lesen. Oh je. Hörbuch hören, also Tendenz wieder gleich. Jetzt wird es sehr knapp. Oh je. Es geht um eventuell den Sieg für Bram und Jay. Wenn jetzt Hörbuch die Mehrzahl hätte, dann würden wir gewinnen, oder? Nee, hätten wir beide keinen Punkt. Genau. Dann kriegt keiner einen Punkt, okay. Komm, Leute, hört alle Hörbücher. Oder hört... Nein, 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 alle Buch lesen 60-40, wie immer. Nee, Buch lesen 70-30, komm. Das kann ja nicht, das ist ja... Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass immer 60-40 ist? 50-50. Ja, 50-50. So haben sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden. Oh. Nein! Oh Mann, 54 Prozent bei Buch lesen, das bedeutet Bram und Jay. Ja, 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 nee, Bram bekommen einen Punkt und gewinnen dieses Spiel. Aber 50-40, es geht ja 60-40. Wie viele Leute aufhören, das wäre krass. Oder wie viele, oder wie wenig Leute lesen, keine Ahnung. Ich werde die über einen Algen-Podcast. Wenn du unterwegs bist, kannst du halt auch echt gut Hörbücher hören. Ja, oder zum Einschlafen. Wirklich. Zum Einschlafen ist auch cool, ja. Bei Eishockey so ein Eishockey-Hörbuch hören. Genau, ja. Ist am besten. Sehr, sehr gut. Fünf Punkte für Bram und Jay, damit gewinnen sie dieses Spiel. Und auch ihr erstes des heutigen Abends. Das heißt, es steht jetzt eins zu eins. Okay. Sehr, sehr gut. Nice. Das war das erste Spiel mit der Interaktion mit WatchBuddy. Nicht mit TwitchBuddy, sondern mit WatchBuddy. Also super, Leute, dass ihr da mitgemacht habt. Habt gesehen, es waren teilweise so 5.000 Leute, die mitgemacht haben. Sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür. Stark. Ihr habt eben noch abgestimmt für die nächste Frage. Ja, die ist jetzt nur für euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Okay. Ihr seid bereit für das dritte Spiel? Ja. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu dem... Flaggen, flaggen, flaggen. Oh nein, ich seh nichts. Oh, das ist so Spot the Difference oder so ein Scheiß. Ja, das ist jetzt Fehler finden. Oh, ich hasse das. Nein. Da bin ich ganz schlecht. Nein, ist nicht Fehler finden. Ich muss sagen, also der Name dieses Spiels, der kommt von der Aussage von Jay. Und Jay hat dieses Spiel auch schon mal gespielt, mehr oder weniger. Nämlich bei Brain Battle Jay gegen Sepp. Aber es sind jetzt natürlich eventuell andere Runden. Ich erkläre euch trotzdem noch mal die Regeln. Ihr seht gleich ein Bild mit mehreren durchnummerierten Dingen. Ihr werdet mir gleich als Team abwechselnd jeweils eines dieser Dinge benennen. Also zum Beispiel Bram und Jay fangen an. Dann sind Flasko, Matteo dran. Dann wieder Bram und Jay und so weiter. Immer hin und her. Ist die Antwort richtig, ist das andere Team dran. Ist die Antwort falsch, bekommt das gegnerische Team einen Punkt. Und das Bild ist dann auch aus dem Spiel. Solltet ihr alle Dinge benennen können, bekommt niemand einen Punkt. Das Team, welches erst fünf Punkte erreicht, hat dieses Spiel gewonnen. Habt ihr das verstanden? Kringen Beispiel? Nein, es gibt kein Beispiel, aber ihr habt natürlich so viel Zeit, wie ihr wollt. Und wir können das gleich, also falls ihr gleich noch mal eine Frage habt, dann kann ich euch die gerne beantworten. Ja, ich werde auf jeden Fall noch eine Frage haben, wahrscheinlich gleich. Ich habe gar keinen Plan. Wie war die Regel mit so einer Frage? Ich habe gar keinen Plan. Ich denke, es wird sich gleich von selbst erklären, wenn ich euch die erste Runde einläute. Und, äh, das Ganze sieht so aus. Flaggen. Nee! Ja, ihr müsst ihr Flaggen... Les, hast du die gelernt? Äh, nee. Also, das bleibt jetzt die ganze Zeit, ich muss das nicht auswendig lernen. Nein, ihr müsst das nicht auswendig lernen. Bram und Jay fangen jetzt an. Oh, ich kann das nicht. Alles gut, Matteo. Ihr habt jetzt im Prinzip so viel Zeit, wie ihr wollt. Ihr nennt mir eine Zahl und die entsprechende Flagge, von welchem Land das ist. Und wenn das... Ja? Der Reihe um, oder? Genau, also erst fängt Bram und Jay an. Wenn das jetzt richtig ist, seid Flask und Matteo dran, immer hin und her, bis einer einen Fehler macht. Und dann kriegt das andere Team einen Punkt. Oder ihr löst das komplett auf, aber da bin ich mal gespannt. Ich hatte mich um 17 Uhr, haben die gesagt, hast du Bock, noch Flaggen zu leeren? Wir haben jetzt nichts mehr vor Brain Battle, das bringt eh nichts mehr. Muss man dir jetzt die Zahl auch sagen, oder kann ich einfach sagen, ihr nennt mir eine dieser Zahlen und dann die Flagge dazu. Ah, okay, okay. Ja, okay. Nur eine. Okay. Ja, Bram, was wollen wir machen? Sollen wir mit der Neuen gehen? Die ist sehr bekannt. Das heißt, so die bekanntesten wegnehmen. Ja. Ja, das macht wahrscheinlich Sinn. Das ist Lucky Strike, oder? Das ist ein Kippen. Das ist ein Kippen, ja. Scheiße. Okay, Jay, ich wäre dann für die Neuen, ja? Und mein Guest wäre... Was würdest du die nennen? Ich würde die in Japan nennen. Dann würde ich sagen, da gehe ich mit. Okay. Dann, Andi, wir nehmen die Neuen mit Japan. Und das ist auch korrekt. Die Neuen ist Japan. So, Felsko, Matteo, ihr seid jetzt dran. Lass uns die Einfachen machen, weil ich... Willst du? Sonst nehmen die die ja weg, weißt du? Ja, mach mal gerne das, was du als erstes machen würdest. Da ist ja eins dabei, das für dich wahrscheinlich relativ viel süß ist. Genau. Ich würde die Zehn machen. Deutschland, oder? Ach so. Und das ist fast Deutschland. Das ist Italien. Ne, glaube ich nicht. Denk mal drüber nach. Ich denke gerade drüber nach, aber... Das könnte auch ein ganz anderes Land sein. Das ist nicht irgendein afrikanisches Land? Ein mittelamerikanisches Land hätte ich gedacht, ist das. Mittelamerikan... Ja, ich würde das einfach... Oder? Vielleicht, was sagst du? Ja, ja, gehe ich mit, klar. Ja, okay, okay. Okay, also, ihr sagt? Zehn Italien. Aber ich hätte gesagt, das wäre Mexiko. Ich bin für Stand with Ukraine. Ja, ist okay. Sechs. Sechs. Also, sechs. Ukraine. Korrekt. Okay, Les, wollen wir die zwölf machen? Okay, also, dann sagen wir USA. United States of America. Zwölf. Ist korrekt. Fünf? Ich finde, fünf und elf musst du aufpassen. Ne, das ist meiner Meinung nach einfach. Ja, dann Schuss. Aber wir können... Oh, das ist eine gute Idee. Ja. Sollen wir erst die sieben? Das ist gefährlich. Okay. Kann gefährlich sein. Dann nehmen wir nicht die sieben. Scheiße. Lass einfach drei Mexiko machen. Ja, okay. Ja. Okay, ihr sagt drei Mexiko und das ist korrekt. Und das ist das Problem. Das war jetzt die letzte Flacke, die ich gekannt habe. Echt? Bei mir ist jetzt over. Achso. Dann würde ich die zwei machen. Das ist Saudi-Arabien. Okay. Zwei Saudi-Arabien ist korrekt. Stark. Stark. Ich bin mir bei sieben, habe ich Angst. Bin ich ehrlich. Ja, ist okay. Dann lass dich die sieben nehmen. Lass die, lass die, lass die, lass die, äh, hier nehmen und das wäre Thailand. Okay. Da kommt Alex Albon her, 0-1-Fahrer, thailändische Flagge. Das heißt, ihr sagt? Die vier. Vier Thailand. Genau. Vier Thailand. Das ist falsch. Das ist falsch. Ja. Hä? Das ist falsch. Ist das, ist das Costa Rica? Ja, das ist Costa Rica. Thailand hat in der Mitte blau und oben und unten rot. Das ist Österreich. Österreich, Niederländer hätten wir noch gehabt. Oh mein Gott. Niederlande. Wie assi ist das denn? Welche hättest du noch gewusst? Österreich und Niederlande hätt ich noch gewusst. Österreich, Niederlande und Luxemburg hätt ich nicht auseinanderhalten können, bin ich ganz ehrlich. Aber stark. Stark, 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 stark. Das ist ja voll assi gewesen, da war ich mir so sicher. Stark. Das ist egal. Hey, after fishing, weiter geht's. Das Geile ist, Flaggen sind jetzt weg. Flaggen sind weg. Aber ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht für uns. Nachher kommt noch spannend, äh, Flaggen oder so'n Scheiß. Da kommen jetzt auch nicht nur noch Flaggen. Bitte nur Flaggen. Da war minus 500 Prozent Sehkraft. Naja, da kommt jetzt wahrscheinlich irgendwie so Marken. Jetzt kommt nur noch Flaggen, jetzt kommt halt einfach... Ach, jetzt sind Unternehmen aus Deutschland, würde ich sagen. Formel 1 Reifenprofile oder sowas. Das wäre auch okay. Ja genau, weil ihr kennt euch ja voll aus. Wir schauen mal, was ist denn die nächste Aufgabe? Okay. Unser Sonnensystem. Und dieses Bild, dieses Bild kennt Jay schon, weil das war beim letzten Mal, es wurde leider nicht so lange gespielt, deswegen hab ich mir gedacht, das spielen wir uns einfach nochmal. Also hat Jay einen Vorteil. Jay hat eventuell einen Vorteil, aber, ähm, ihr dürft anfangen, Flasco, Matteo. Okay, dann lass uns... Warte mal, wenn wir anfangen dürfen, lass uns... Ja, okay, es sind zwei Sachen, die sind extrem offensichtlich. Mhm, ja, die 1 zum Beispiel. Die 1 und die 4, äh, ist egal, was wir machen einfach. Ja, dann mach ruhig gerne mal... Ja, dann mach mal 1, Sonne. Mhm. Ist aber kein Planet, ne? Es geht ja auch um das Sonnensystem, äh, aber 1 ist die Sonne, das ist korrekt. Okay. Kennst du noch den... Kennst du noch den Merksatz? Ja. Zumindest den Anfang kenn ich noch. Ich kenn ihn 100-prozentig. Ja, okay. Und daher ist das okay. Aber wir können 4 sagen... Aber wir sollten trotzdem die 4 nehmen. 4 ist Erde, ne? Ja. Sind wir da einer Meinung. Da sind wir uns einig, die 4 ist die Erde. Okay, 4 ist auch die Erde, ist korrekt. Der Merksatz ist, meine Mutter erklärt mir selten falsche Planeten. Nee, eher. Ja. Okay. Also wir können, wir können die 5 nehmen, dann würd ich spekul... Obwohl... Die 6 ist auch eindeutig. Und... Und die 7 eigentlich auch. Äh... Okay, warte, wir müssen dann am Ende halt gucken, ne? Also ich glaub, okay... Wollen wir einfach erstmal die... Achso. Weil die 6 ist 100% eindeutig. Ja, aber die 5 ja auch. Die Milchstraße. Ja, die 5 auch. Wobei ich sagen... Also ja, du hast recht. Aber irgendwie sieht die 3 auch so ein bisschen so aus. Aber stimmt nicht, ne? Also ich... Guck mal. Bei der 6 haben wir 0 Fehler-Prozent. Unmöglich ist es Falsches. Also... Okay, dann mach. Damals hab ich die Punkte deswegen bekommen. Also... Die 6 ist... Kann ich mich noch gut dran erinnern. Die 6 ist Jupiter. Die 6... Der Jupiter... Das hätte Sepp damals sagen müssen. Ist nämlich korrekt. Sepp hat das... Die 7 ist doch auch relativ einfach, oder? Ich würd auch mit der 7 gehen jetzt, ja. Ich würde den Planeten Saturn nennen. Ja. So würd ich ihn auch nennen. Okay, sehr gut. Die 7 der Saturn ist korrekt. Hier hieß früher mal Mediamarkt, haben sie umbenannt, ne? Mhm. So, jetzt haben wir ein bisschen... Ne, dann ist die 8. Jetzt müssen wir ein bisschen nachdenken, weil... Also da sind 9. Können wir nicht einfach die 5 machen jetzt? Ja, doch. Ja, stimmt. Jetzt die 5. Dann lass doch den Mars machen jetzt. Genau, Mars. Ja, ja. Okay, sehr gut. Die 5 der Mars... Korrekt. Okay. Nehmen wir dann die 2? Können wir machen. Okay, ich würd diesen Planeten Merkur nennen. Würde ich auch machen. Okay. Wir nehmen Merkur 2. Ist korrekt. Shit. Und jetzt haben wir ein bisschen Probleme. Weißt du einen sicher? Sag mal nur die Zahl, wo du dir am sichersten bist. Die 3, glaub ich? Also die 3 bin ich mir unsicher. Warte mal, das war doch... Guck mal, die sind nicht geordnet, oder? Die sind noch nicht so angeordnet, wie die im Sonnensystem vorkommen. Oder doch? Die sind, äh... Das kann ich euch ja sagen. Das ist der richtigen Reihenfolge. Doch! Ja, dann ist ja einfach. Dann ist ja ultra einfach. Die Sonne ist doch in der Mitte eigentlich. Ja, stimmt. Ne, aber Blaster, das ist super einfach. Das ist ja voll einfach. Ja. Okay. Ne, dann sag doch was. Ja, ähm... Ja, dann... Dann ist... 3 ist doch... Sag einfach... 3 ist so Venus, oder nicht? Genau, 3 ist Venus, genau. Dann sagen wir 3 Venus. Ja. Ja, dann schaffen wir alle. Das ist auch korrekt. Dann lass die 9 machen. Okay. Ich glaub die 8 ist eher so... Ja, die 9, die würd ich Neptun nennen. Ja. Okay. Ja. Ist korrekt. 8 ist Uranus. 8 bleibt nur noch Uranus, ja. Okay. 8 Uranus. Was ist mit dem Pluto? Das ist korrekt. Der ist aberkannt. Ne, der ist ja nicht wieder dabei. Ne, der ist... Der haben die kaputt gemacht. Der hätte ja dabei sein können, weil der nur im Sonnensystem geht. Nicht um Planeten. Genau. Das ging ja... Er hätte dabei sein können, ja. Aber war er nicht. Und ihr habt alles erkannt. Im Gegensatz zum letzten Mal. Sehr gut. Wir wussten alle, was das ist so, aber keiner hat Bock irgendwas... Keiner hatte Bock irgendwas Falsches zu sagen die ganze Zeit, oder? Du kannst dich halt nur blamieren. Du kannst dich nur blamieren, wenn du dir falsch sagst. Ja. Wenn die durcheinander gewesen wären, was ich am Anfang dachte, weil ich dumm bin, dann wär's schwer gewesen. Aber so dann ging's ja. Ja. Okay, gut, dass ihr das verstanden habt. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Planeten. Er erklärt mir jeden Sonntag unseren Planeten. Er erklärt mir jeden Sonntag unseren Planeten. Genau. Unseren Nachthimmel. Unser Nachthimmel, ja. Achso. Unsere Nachthimmel? Für Neptun. Unsere neuen Planeten. Achso. Ich kenn den alten Satz noch. Unsere neuen Planeten. Ja, ja, genau. Ihr habt recht. Achso, ja stimmt. Das geht natürlich auch. Das alles für nichts. Haben wir das auch geklärt? Ja, genau. Es gibt keinen Punkt, du Scheiße. Können wir beide einen Punkt kriegen? Nein. Ich würd's am Hutus gekommen. Okay. Aber wir haben uns nicht blamiert. Wir haben uns nicht blamiert. Ja. Das war auch peinlich, ey. Das wär peinlich gewesen. Zur nächsten Runde steht weiterhin 1 zu 0 für Flask. Und Matteo. Und die nächste Runde darf ich von euch wissen. Breaking Bad-Charaktere. Oh mein Gott. Und zwar die Rollnamen, ne? Nee. Nicht die Schauspielernamen. Vor und zu? Oder nur? Mir reichen auch Vornamen, beziehungsweise ... ... dass ich sie erkenne, ne? Okay. Scheiße. Alter Falter! Nee, da ... Also ... Bram und Jay beginnen. Okay. Ich würd mit der 3 gehen, Jay. Weil der der bekannteste, glaub ich, mit der bekannteste ist. Ja, den würd ich Gustavo nennen. Ja, Fring. Ja. Ach so, ja. Vor- und Nachnamen? Nein, nein, brauchst du nicht. Reicht ... Mir reicht auch der Vorname, solange ich ihn erkenne als ... ... als Namen. Das ist er. Gustavo Fring für die 3. Und das ist richtig. Okay. Wollen wir die 8 machen? Weil das ja ultra ... oder? Ja, Hank. Genau, Hank. Die 8. Hank ist korrekt. Okay. Mit der 1? Ja! Jetzt fähle ich jetzt den Namen wieder. Ja? Ja, können wir machen. Ich würde sie Skylar nennen. Sky ... Skylar, genau. Ja. Ich fiel der Name nicht mehr ein. Skylar White ist korrekt. Ähm ... Ich ... Soll ich? Ja, ja, mach ... Warum ist denn Oliver Kahn bei der Nummer 6? Hä? Ist das die Liede? 7 ... 7 ist Walter, Junior, White. Richtig? Ja. Also Junior. Ja, aber Walter, Junior, White ist richtig, ja. Ja. Sehr gut. Ist auch korrekt. Die 9 kenn ich ... Ja, ich ... Ich glaub, ich wüsste nur noch die 4. Und dann wär ich, glaub ich, raus. Ich weiß nicht, was halt wahrscheinlicher ist. Also ... Was man halt weiß. Also, wir können auch die 4 nehmen. Wir können auch die 9 nehmen. Wenn du den Namen direkt hast, bei der 4. Also, ich bin in Breaking Bad, obwohl ich's komplett gesehen hab, nicht so super stark leider, bei den Charakterennamen. Ja, ich ... Mir fallen die auch nicht mehr alle so ein. Ja, dann lass die 4 nehmen. Okay. Wie würdest du denn nennen? Ne, sag du erst. Okay. Ich würd den Mike nennen. Ja. Ich glaub, Ermantrout. Okay. Ich bin mir aber grad nicht sicher gewesen, ob das der Schauspieler war oder nicht. Deswegen wollt ich dich nicht auf was Falsches bringen. Ne, das ist gut. Dann nehmen wir die 4 und der heißt Mike. Das ist auch korrekt. Oh, schein ... Ey, bei mir wird's jetzt schon langsam unsicher. Ähm ... Bei der 5 ... Schein gehabt, Alter. Ja, 5. 5. 5. 9. Achso, die 9. Ja, 9. Wenn du die 9 safe weißt. Der Vorname ... Wie schlimm ist es, wenn ich den Vornamen falsch habe? Ich kenn den Nachnamen auf jeden Fall. Kannst du auch den Nachnamen nennen. Kannst du den Nachnamen nehmen. Ja, ich auch. Ich glaube, dass es ... Also, ich bin mir relativ sicher, dass es Hector Salamanca ist. Weiße. Weiße. Was wollt ihr auch so sagen? Die 9. Wir haben ein Problem. Warte mal. Es ist Hector Salamanca. Ja? Oder ist es ... ein anderer Salamanca? Ist es nicht der ... Hector? War Hector nicht der ... Oh mein Gott. War Hector nicht der ... Okay. Das ist Hector Salamanca. Okay, okay, let's go. Ich hab's schon lange nicht mehr gesehen, deswegen weiß ich den Namen einfach nicht mehr. Hector Salamanca. Die 9 ist ... Hector Salamanca. Sehr gut. Scheiße. Ich hab bei der 11 Namen im Kopf, aber ich glaub nicht, dass der richtig ist. Und zwar? Betty oder so? Ist sie nicht Betty? Das klingelt bei mir gar nicht. Kann sein, weiß ich nicht. Wir nennen sie Schrader. Miss Schrader. Wir nennen sie Miss Schrader. Ich brauch nen ... Also, da es mehrere Leute gibt, die so heißen mit Nachnamen. Mrs. Schrader. Ja, das ist ja wohl ne ganz eindeutige Zuordnung. Oh, jetzt wird aber hier geschummelt. Ich brauch den Vornamen in solchen Fällen. Ach, ha, ha, schon. Aber Salamanca gab's auch mehrere. Ich muss eindeutig identifizieren. Aber ich hab mir den Vornamen gesagt. Ja, ja. Hat er gesagt, ja. Das ist ja aber ganz schön ... Hieß die Betty ... Nein, die hieß doch nicht Betty, oder? Ich hab keine Ahnung wie die hieß. Boah, ey, wie hieß denn die zwölf, Mann? Oder die zwei, fünf, fuck, sechs? Ich weiß es nicht. Also, wenn ihr zu lange braucht, dann werde ich euch einzählen. Ja, versteh ich. Bei dem ist halt, ich kenn die meisten von denen noch. Vielleicht siehst du ja auch Beth. Oh, geil, geil. Ich hab keine Ahnung. Ich find Beth aber besser als Betty. Ja, dann ... ich weiß es nicht. Wenn du gar keine Ahnung hast, ich bin los. Ich hab gar keine Ahnung. Wir fehlen die nicht mehr ein. Das ist so ne geile Serie. Ich weiß die zehn auch nicht mehr. Ich sag mal 20 Sekunden. Ja. Die zehn, weißt du noch, wer das war? Ich weiß das auch nicht mehr. Also, halt der Freund. Ich kann dir genau sagen, wer der ist. Ja. Aber ... Aber wie hieß der? Wie hieß denn der ... Der Arzt. Wie hieß die fünf? Fünf Sekunden. Ja. Okay, wir nehmen Beth Schrader. Für die elf ... Ja. Beth Schrader ist ... Falsch. Falsch. Marie, oder? Marie. Marie, ja. Todd und Ted, oder? Genau. Und Skinny Pete. Skinny Pete, Steven Gomez und Jay. Ich, genau. Ich wusste nur noch, Badger, Honey ... Also, Badger war ja der Kumpel, der andere, oder? Genau. Ja, Badger. Ja, ja, genau. Ich hab grade erst Better Call Saul fertig geguckt. So. Dann hab ich so ein paar YouTube-Blips geguckt. Die waren alle noch ... Geil, geil. Sehr gut, Vlesk. Sehr, sehr gut. Das ist der zweite Punkt für Flesk und Theo. So eine geile Serie. Wer die Liebe gesehen hat, der sollte sich die auf jeden Fall angucken. Die sollt ihr euch auf jeden Fall angucken. Absolut. Better Call Saul ist übrigens auch ... Seriengeschichte. Wenn man ... Das ist ähnlich, da muss man durch die erste Staffel durch, aber dann wird das richtig nice. Hm. Better Call Saul bin ich leider ausgestiegen nach der ersten. Fangen wir doch an. Ist geil. Okay, okay. Die erste Folge. Die erste Staffel, glaub ich. Ja, die erste ist ein bisschen ... Die zieht sie ein bisschen. Also, noch ein paar Serien-Tipps hier von uns. Äh, ändert aber trotzdem nichts. 2 zu 0 für Matteo und Flesk. Und wir gehen zur nächsten Gruppe. Ich möchte von euch wissen ... Royals. Nein! Das hatten wir beim letzten Mal. Das bin ich ja komplett raus. Robin, Robin! Okay. Oh nein. Und Flesk und Matteo beginnen. Okay. Das ist aber ein sehr altes Bild, oder? Das ist ein bisschen älter. Sehr alt. Aber ... Okay. Wollen wir erst mal fünf Prinz Charles? Ey, von wem ist denn noch mal Diana? Too soon. Auch hier reichen mir die Vornamen. Also ... Oder würdest du widersprechen, dass fünf Prinz Charles ist? Nee, wir sind Teammates. Ich vertrau dir vollkommen. Wenn du sagst, ich geh jetzt dafür, dann gehst du jetzt dafür. What the fuck? Nee, aber ist das irgendwie so ... Ich denke, das ist okay, weil dann haben wir zu Not auch noch ein Backup. Und irgendwann bin ich einfach raus, leider. Das ist aber der Offensichtlichste, find ich fast. Ja, Marta, mach einfach gern. Ja, ja, okay. Also fünf Prinz Charles. Fünf Prinz Charles ist korrekt. Okay. Sollen wir mit der Eins gehen, denn? Ist wirklich die Königsfamilie? Oder was? Ja. Also ... Die kann man alle kennen. Die kann man alle kennen, Alter. Ja, okay. Wer ist die Eins? Ja, ich würd Harry sagen. Ja. Ja. Prinz Harry ist die Eins. Und dann wollen wir die letzten Offensichtlichen wegmachen. Also für mich offensichtlich. Sag mal die Zahl. Da haben wir Meghan Markle auf der Zwei. Okay, ja. Auch geile Seriousuits. Guck ich sehr gerne. Find ich auch kurz. Ja. Ist auch korrekt. Aber wie heißt denn der Säugling von denen? Acht machen wir? Ist easy, oder? Können wir machen, ja. Acht ist easy. William. Ja, ja. Acht Prinz William. Korrekt. Okay. Ja, du, Matteo, jetzt ... Jetzt ist bei mir schon ... Ja, ich bin auch richtig lossy schon. Irgendeinen generischen britischen Namen irgendwo draufpacken. Irgendwie ... Irgendeiner heißt ... James. Margaret oder sowas, oder? Eine von denen heißt Margaret's Elf. Hm. Margaret. Warte ... Ich weiß es nicht, leider. Du musst aber auch den Nachnamen haben, ne? Nee, nee. Der Vorname reicht. Genau. Wie heißt denn die Frau von Prinz William? Prinz. Mit Vorname. Weißt du das? Nee. Wie heißt ... Wie heißt die Frau von Prinz ... Die Neuen? William ist der Nachname, oder? Prinz ist der Vorname. Wir haben sie alle Prinz genannt, Thomas. Weißt du, ob irgendjemand ... Ich bin ... Ich bin ... Ich glaube, ich bin komplett raus, tatsächlich. Ja, ist bei mir auch so. Ich bin da so desinteressiert für solche Sachen. Ja, bei mir auch komplett. Nice. Die ersten vier gehen und dann ist das vorbei. Das haben wir, Bram. Das haben wir. Ähm ... Dann geb ich euch mal 20 Sekunden. Prinz William und seine Frau ... Ja. Catherine. Catherine? Nee. Ist das vier irgendwie so ... Elizabeth? Nee, keine Ahnung. Elis ... Ja, was ist vier ... Keine Ahnung. Fünf Sekunden? Sag einfach mal was. Ähnliches wie Elizabeth, ne? Aber ich weiß den Namen nicht mehr. Bethany. Keine Ahnung. Was sag ihr? Elizabeth? Ja, mach einfach. Wir haben ihn verloren. Aber ich hab keine Ahnung. Welche Nummer denn? Vier. Vier, vier, vier. Aber ich bin generell komplett raus. Vier ist Camille. Camilla. Vier ist ... Aber ist das halt Camilla? Elizabeth, das ist falsch. Boah. Da wär ich jetzt aber gespannt gewesen, ob wir Catherine hättest durchgehen lassen. Vier ist Camilla. Ach, Kate. Neun ist Kate, oder Catherine, ja. Äh, drei ist Archie. Ähm ... Der Sohn. Jane Fellows. Ja, klar. Jane Fellows, klar. Ist die Mutter von Meghan. Und Jane Fellows ist die Schwester von Prinzessin Diana. Genauso wie ... Ah. Ja, ich hatte keine Ahnung, Matteo. Oh, nein. Aber während beim letzten Mal, bei dem Quiz, war so die Thronfolge. Und die Jüngste, die da dran war, hatte irgendwie so Lizziebeth oder so. Ich weiß nicht, mir so einen verniedlichten Namen von Elizabeth quasi. Wer könnte die Jüngste sagen? Aber das ist Camilla. Der Sieben erkennt man aber, dass das quasi die Schwester von Diana ist. Also ... Ja, könnte man sehen, ja. Ähm, das Ding ist auch, wenn wir das jetzt in Lucky Shot geraten hätten, die hätten noch viel mehr gewusst als wir. Ja, ja. Also Camilla und Kate, danach wär ich raus gewesen. Hm. Okay, sehr gut. Also, das ist der Punkt für Bram und Jay in dieser Runde. Nice. Nehmen wir ... Zwei zu eins für ... Richtig. Hatet man eigentlich erkennen können. Richtig und richtig. Ja. Oh je, oh je. Scheiße. Und wir kommen zur nächsten Runde. Ich will von euch wissen, Logos, Firmenlogos oder generell Logos ... Was? Ja. Da fehlt ein bisschen was. Was steckt dahinter? Da fehlt ein bisschen was. Da fehlt teilweise ein bisschen was. Das macht aber auch Sinn. Du Scheiße. Oh nein. Und Bram und Jay beginnen. Okay. Gehen wir mit der zwölf? Okay. Oder wir können mit der vier gehen? Okay. Ich kenn beide. Ja, dann lass mit der vier gehen. Ich würde die Chupa Chups nennen. Würde die auch nennen. Okay. Nehmen wir die. Vier. Chupa Chups ist korrekt. Da wir jetzt wissen, dass die zwölf ja auch wissen, wollen wir die wegnehmen einfach schnell. Können wir wegnehmen. FedEx. Ja. Zwölf. Elf. Nehmen wir die elf, ja. Ryanair. Krass. Und das hätte ich nicht gewusst. Sehr gut. Wollen wir die drei nehmen? Äh, die drei. Wenn du das weißt. Ich weiß nicht, was das ist. Klar. Bundesliga. Ach so. Oh mein Gott. Ja. Du hast recht. Da fehlt einfach der Spieler und unten seine Buchstaben. Krass, dass du das erkannt hast, ey. Hättet ihr das nicht gewusst? Ich dachte, das ist genau das, was ihr auf jeden Fall habt. Das ist stark. Ja, aber. Ja, natürlich. Aber ich hätte das euch da gelassen, damit ihr das nicht wisst. Das ist stark. Ja. Das ist stark. Ja. Dann auf jeden Fall Bundesliga. Das Fußball habe ich selber sehr lange verfolgt. Sehr, sehr gut. Ist korrekt. Die neun? Neun. Ja, neun. Mazda. 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 Ja. Dann nehmen wir die sieben noch weg, oder? Lindh. Die sieben ist Lindh. Richtig. Ey, du bist ja saugut. Ja, aber jetzt kommen, glaube ich, die ekligen. Ist korrekt. Sieben ist Lindh. Tja. Tja. Eins hab ich noch, Matteo. Eins hab ich auch noch, aber wir haben hoffentlich nicht dasselbe. Glaub ich nicht. Vielleicht die zehn? Ich wüsste die zehn gerade auf Anhieb nicht. Okay. Ich weiß zwei. Aber du kannst die Zehn. Hast du irgendwas anderes? Ich würde vermuten. Am ehesten. Das ist das, was ich noch am ehesten kenne. Die acht wäre mein hartester Guest, den ich noch hätte. Ja, können wir auch machen, wenn du da Ahnung hast. Ich weiß gar nicht. Okay, die Acht wäre für mich L'Oréal Paris. Okay. Ich hab keine Ahnung. Meinetwegen ist das L'Oréal. Kutschnersteller sein oder Schokoböle, Pferde oder was weiß ich. Ich dachte, die Acht wäre... Ja, vielleicht ist das L'Oréal. Also, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Andi, wir nehmen das. Also Acht, L'Oréal. Paris. Ist falsch. Was ist das? Flamengo, oder? Ich hab jetzt nicht geworfen. Omtom. Tomtom, wer kennt den Tomtom-Logo noch? Fuck, Alter. K-Hart hätt ich gehabt. Genau, K-Hart 5 und 10 ist Huawei, oder? Ist 10 nicht Huawei? Clamonten, Clamonten-Label. 10? Leck mich am Arsch, Alter. Ja, K-Hart ist Skater-Chamonten. Ey, machst du nix. Ich habe auch schon versagt. Ich wusste das auch nicht. 10 Huawei, oder? 10 ist Huawei, genau. Das hätt ich noch gewusst. Dann wär ich auch komplett raus gewesen. Was waren die 1? 1 ist Time Magazine. Ach, Time Magazine, oh mein Gott. Aber ein anderes, ja. Oder? Genau, es ist nicht Hermes der Lieferant, sondern die Modemarke. Genau. Auch ein Comeback. Hab ich auf jeden Fall schon mal gehört. Da steht's ja auch. Ja, okay. Ja, genau. Da steht's auch. Sehr gut, aber trotzdem Punkt für Matteo und Fester mit 3 zu 1. Wer fünf Punkte hat, gewinnt das Spiel. Aber Bundesliga war ein Zähn. Das ist aber eine geile Idee gewesen. Ja, ja. Sehr cooles. Also wirklich cool. Sehr cooles Spiel, ja. Wir gehen weiter zur nächsten Runde. Ich möchte von euch wissen, das deutsche Monopoly-Feld. Also wie heißen die Felder im offiziellen deutschen Monopoly? Fuck. Das ist von Feedsmead, oder? Nein, das originale offizielle deutsche Monopoly. Nicht Jason's Miene. Ich hab's vor zwei Wochen gespielt, aber ich hab's mir nicht gemerkt. Das ist gut. Oh nein. Weißt du irgendwas davon? Ja, also diese dunkel, diese blauen, die letzten, die teuersten, die kurz verlost sind, das ist einmal... Ja, beide. Ist das die sechste oder die fünfte? Ich hab auch einen im Kopf, aber ich weiß nicht, ob's dir richtig ist. Weißt du sonst irgendwas? Nein, leider gar nicht. Immer nur so einzelne Wörter, und dann weiß man nicht, ob das stimmt. Soll ich reingehen, oder willst du? Wie sicher bist du dir? Wenn du eins sicher weißt, dann sag das Sichere erst mal. Aber müssen wir als erstes? Ja. Wir müssen anfangen, aber wenn Jay da schon so jubelt, dann wird alle wissen. Ja. Also außer ich setz mich wieder mal in die Brennnessel. Wollen wir einfach sechs machen, wenn's falsch ist, dann whatever? Ach so, da sind ja welche Nummer... Ach so, jetzt seh ich's erst. Das sind nicht alle, die gefragt sind. Nee, nee, nee. Warte, warte, warte. Also genau, fünf oder sechs? Sechs ist das Gefängnis, oder? Also, warte mal, es fängt, also meiner Meinung nach fängt die sechs mit S an, oder? Mit S? Oder, oder, was hast du, mit welchem Buchstaben fängt da eins an? Ist das die fünf? Ah, shit, du hast recht. Ich hab jetzt nur das eine gesagt, was ich wusste. Ja. Aber was ist ein C? Also, wenn ihr wollt, also, ihr könnt ja nicht bei... Ey, der Matteo, wenn wir das E verlieren, soll ich einfach reinballern? Oder willst du... Nee, mach fünf mit S. Soll ich fünf mit S sagen? Ja. Also, ich hätte jetzt gesagt, fünf Schlossallee. Und was... Was ist der auch? Oder würdest du mir... Oder würdest du sagen, das ist die sechs? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was die sechs und was die fünf... Ich kenn beide, glaub ich, aber... Wir verlieren da so oder so. Ja, ja, komm, mach einfach mal. Ja, fünf Schlossallee. Fünf Schlossallee ist... Was wäre denn das mit C gewesen? Fünf... Das habe ich auch gefragt. Fünf ist die Parkstraße. Ja, sechs ist Schlossallee. Was wäre denn das mit C gewesen? Habe ich irgend so ein Berliner Monopoly gehabt? Ich hätte irgendwo Chosé-Straße drin. Ja, die Chosé-Straße ist die erste hellblaue. Die hellblaue. Stimmt, genau, die hellblaue. Ach, die hellblaue. Der See, Elisen, Poststraße. Okay, ja, gut. Ja, nee, keine Chance. Richtig. Ein Goethe-Schüler und... Ich hatte beim Pokémon-Monopoly. Ja, Pokémon-Monopoly ist auch mega geil. Da waren dann die Arenaleiter, ne? Kleinstein und Onyx war damals Badstraße, Turmstraße. Okay, krass. Aber nee, hab ich keine Chance, ey, keine Chance. Nee, das hätten wir so oder so verloren. Ich glaube, wir müssen uns bei uns. Jay hätte alle gewusst wahrscheinlich, ne? Ja, Bram aber auch. Nee, alle hätte ich nicht gewusst. Ich hätte mich bei den Gelben gut vertan. Mein erster Gäst wäre gewesen Goethe. Habt ihr nicht auch... Ihr habt einen Pete-Smeat-Monopoly, oder? Ja. Dann habt ihr euch bestimmt mal irgendwie auseinandergesetzt, oder? Ja, wir spielen das auch regelmäßig. Also da waren die sehr nett zu uns. Hat gemerkt, wir brauchen mal ein paar Punkte. Okay. Ist das nächste Spiel Sonderrollen in Among Us? Ja! Können wir mal Flammen machen? Gucken wir mal. Nee, Flammen gibt's jetzt nicht mehr. Aber es gibt jetzt die zwölf Tierkreiszeichen des Zodiaks, also die Symbole für die Sternzeichen. Oh mein Gott. Zwölf Stück. Es sind alle, sind natürlich nicht in der richtigen Reihenfolge, logischerweise. Scheiße, Mann. Also ist eins der Pickel? Äh, Flammen und Jay beginnen. Vierster Spermium. Oh nein. Vierster Spermium. Wann ist das denn? Wir müssen anfangen. Wir müssen anfangen. Okay, ich würde sagen fünf. Ja. Flammen. Fünf könnte man natürlich machen, klar. Das ist doch relativ entspannt, oder? Ist es das? Wenn du das sagst, dann ist es das. Moment, Moment, Moment. Moment, wir reden von den, was war nochmal die Frage? Also die zwölf Tierkreiszeichen des Zodiaks, also die Symbole für die Sternzeichen. Okay. Also jetzt nicht so Löwe oder so wahrscheinlich. Pass auf. Wenn wir was anderes haben, wie nicht der Löwe? Ja, da gibt's ja ein anderes Wort. So, ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Okay, brav. Erzähl mal was, du bist im Zweifel. Nein, nein, ist okay für mich. Ich kenne mein eigenes nicht mal, obwohl ich dachte, dass ich das erkennen würde. Ich würde sagen, wir bleiben mit der Fünf. Ich würde jetzt einfach sagen, was ich denke, ja? Ja, sag, was du denkst. Ich würde sagen, es ist Wassermann. Wassermann, ja. Würde ich auch sagen. Das ist, ne, die Welle da, das ist Wassermann. Okay, ihr sagt Fünf, Wassermann, und das ist auch korrekt. Oder Spanien. Achso, ich dachte, das ist... Also man kann die Wörter einfach normal sein. Ich muss Aquarius sagen, oder sowas. Achso, ich dachte auch, so. Aquarium? Aquarius oder sowas. Also ich würde gerne sagen, Aquarium. Ja, das macht es natürlich ein bisschen... Okay, ist... Hast du eins, was 100 Prozent, wo du dir 100 Prozent sicher bist? Nö. Okay, also ich würde schätzen, die zwei könnte ich identifizieren. Aha. Weil ich würde jetzt schätzen, ich sage, es ist nicht unsere Antwort, aber du sagst noch, was du dazu sagst. Ist zwei vielleicht sowas wie Stier? Nee. Okay, gut. Ist acht. Aber ich weiß, ich hätte... Also ich hätte... Ich hätte gesagt... Ja? Was hättest du gesagt? Ich hätte die acht genommen und hätte gesagt, das sind Fische. Wie, acht? Fische. Weil entweder... Also ich habe da nur so... Ich hätte... Weil entweder sind acht Fische oder Zwillinge, aber es sieht mehr aus wie jedes Fische. Weißt du, die zwei Fische, die sich so jeden gegenseitigen Schwanz... Ich hätte... Fuck. Ich hätte halt gesagt, sechs. Warte, aber sag jetzt nicht, was es ist. Wir geben denen voll viele Tipps. Ja, ja, ja. Mach euch weiter. Aber es kann ja auch scheiße sein. Aber die Fische, da bin ich mir zu 30 Prozent sicher. Das ist ja hoch bei diesem Spiel. Ja, ja, das ist ja hoch bei diesem Spiel. Mehr als 30 habe ich nicht. Nee, aber Fische ist schon... Ich brauche langsam mal eine Antwort von euch. Also ich würde acht Fische einfach sagen. Komm. Ich hätte was anderes gesagt. Was hättest du bei acht gesagt? Nee, nicht bei acht. Ich hätte einen anderen Buchstab... Also wenn du dir nicht... Ich will wissen, wie sicher du dir bist jetzt gerade. Ich gebe euch mal 20 Sekunden. Ich sage, ähm... 60 Prozent. Ja, dann baller rein. Dann baller gerne rein. Acht Fische. Acht Fische. Da bin ich gespannt jetzt. Könnte sein... Oder Zwilling. Also dann hätte ich auch gesagt. Nee, die sechs wäre für mich Zwilling gewesen. Oh, scheiße. Das muss ich tatsächlich auch. Acht ist... Nicht Fische. Yes. Falsch. Oh, nach Zauri. Das ist ja ein Krebs. Was ist das Krebs? Alter, was? Was sind denn dann Fische? Was ist denn die zwölf für Fisch? Was wäre denn sechs gewesen? Ich hätte sechs Gemini und sieben Scorpio genommen. Und neun wäre Sagittarius gewesen, glaube ich. Sorry, Bless. Die zwei ist doch der Stier. Hat Matteo nicht gar gesagt, die zwei bin ich als Stier. Zwei Stier, ja. Ja, warum ist die Jungfrau quasi nur ein bisschen anderer Strich als der Skorpion? Kein Helm. Ich glaube für männlich, das gilt für... Keine Ahnung. Der Löwe. Ey, sorry, Bless. Ja, aber ich habe ja auch bei Stier gesagt, nee. Also ich war mir halt nicht sicher, wie sicher du dir bist. Und ich hätte ein paar gehabt tatsächlich. Alter, das war schwach. Aber das ist sehr schwer. Ich habe in letzter Zeit wieder ein bisschen Binding of Isaacs gespielt. Sprich, ich hatte halt so dieses Sagittarius, Scorpio und so ein Kram. Das hatte ich drinnen. Weil da gibt es genau die Icons. Und dann haben die halt einen Upgrade-Namen. Aber für mich war das Fische-Symbol, was man so kennt, sind immer diese zwei Fische, wo einer oben, einer unten ist. Und das sah für mich 100% so aus. Nein, guck dir die zwölf an. Das sieht doch genauso aus, die zwei Fische. Ja, genau. Das ist doch ganz klar. Die gucken sich an. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, sehe ich auch, die kissen sich so ein bisschen. Das sind die Fische, die aufgespießt sind von einem Speer. Oh Mann, ey, scheiße. Hätte ich mal auf dich gehört. Die hätten die nächste Runde nicht geschafft. Ja, aber ich hätte ja auch nicht reinlaubern. Ich würde jetzt einfach Stier sagen können. Klar, Abraham hätte Zwillinge gesagt. Okay, okay, 3-3. 3-3. Ja, ich auch tatsächlich. Der hat zuerst fünf und halb gewinnt das Spiel. Und wir kommen zur nächsten Runde. Länder Europas ohne Ländergrenzen. Länder Europas ohne Ländergrenzen. Und Flaske und Matteo beginnen. Ähm, wollen wir mit der 3 starten. Ja, ja, das machen wir gerne. Also, wir nehmen 3 Irland. Ja. Das ist korrekt. Dann 1 ohne Ländergrenzen. Ja, dass ihr 1 nehmt. Polen. Polen. 1 ist Polen. Ja. Dann nehmen wir die 2, oder? Äh, sag mal, was du da sagen würdest. Istland. Estland. Ja. Ja. Äh, ich bin mir zu 30% sicher, dass es entweder Litauen, Lettland oder Estland ist, ja. Okay, Estland. Estland. 2 ist Estland. Sehr gut. Die 4? Könnten wir machen. Ja. Die 4 wäre Stay with Ukraine. Ja, Schwarzes Meer. Die Krim ist dabei. Man sieht alles. Hätte ich auch jetzt gesagt. Okay. Also, die Ukraine muss das sein, ja. Ja. Deswegen, die 4 ist die Ukraine. Ist korrekt. Die ohne Ländergrenzen ist halt... Ist richtig hart. Ist richtig schwer. Also, bei der 5 tendiere ich zu Österreich. Aber es könnte auch, keine Ahnung, theoretisch, ist da Ungarnisch auch irgendwo? Mhm. Scheiße. Das ist... Aber Österreich ist schon... Ja, ja. Doch, doch. Ich würde reingehen und Österreich sagen. Ja, würde ich auch. Ich würde reingehen. Was willst du denn da... Also, es könnte... Es ist halt ohne Ländergrenzen einfach ein bisschen tricky sein. Ja, ja. Aber das ist geil. Aber das ist bei der 6 genauso tricky. Genau, aber der 6 ist für mich noch schwerer, muss ich sagen. Ja, da bin ich... Da bin ich... Da bin ich ein bisschen näher dran, wahrscheinlich. Aber nichts... Jetzt kann ich ein Guess sagen, weil die müssen es sagen. Was wir die 5 sagen. Sag doch mal, Vlesk. Nö. Was ist denn so dein Guess? Okay. Also, Vlesk. Sag doch mal die... Wollen wir 5 Österreich sagen? Ist das jetzt die 5 oder 6 Deutschland? Also, ich... Das ist nicht Deutschland. Okay, dann sagen wir es. Ich trau mich fast gar nicht. Italien? Ja, Österreich. 5. Okay. 5 ist Österreich, ja. Bitte. Das ist zu weit südlich. Da war ich mir nicht sicher. Also, das könnte auch irgendjemand anderes sein. Tschechien oder Slowenien oder sowas. Die 5 heißt Österreich. Oh, danke. Jetzt will ich die 6 von euch haben. Jetzt will ich aber... Jetzt will ich mal hören. Also, ich weiß die 6, glaube ich. Da in der Nähe liegt Kroatien. Aber das Problem ist, dass da auch sowas wie Serbien liegt und etc. pp. Mazedonien liegt ja noch. Aber Kroatien hat quasi Adria-Küste. Und die Adria ist ja zwischen Italien und... Also, rechts von Italien, östlich, von dem Schuh. Das heißt, das könnte Kroatien sein. Ich weiß natürlich, ehrlich gesagt, nicht, wie weit Kroatien runter geht. Das weiß ich nicht. Aber mein harter Guess wäre Kroatien. Aber wenn... Aber es kann halt auch was anderes sein, weil... Das ist super schwer da unten. Ich weiß... Ich bin tatsächlich... Ich bin da bei den Staaten nicht so sicher mit den Ländergrenzen, weil da auch so viele kleine sind. Ja. Das kann auch Albanien sein. Das kann irgendwas anderes sein. Aber, wie gesagt, da das halt relativ nah noch an dieser Adria-Küste ist, hoffe ich, Kroatien nicht so klein ist. Könnte das Kroatien sein? Kriegen wir denn davon gleich nochmal sechstens so die Länder eingemalt, damit man das sieht? Wie fies. Ihr müsst mir das glauben und ihr kriegt jetzt auch 20 Sekunden von mir. Weiß es nicht. Also außer Kroatien. Ja, also Kroatien, Serbien, Mazedonien, Griechenland ist es nicht. Nee, Griechenland ist zu weit unten. Boah. Das könnte auch Albanien sein. Oder... Ja, der Kroatien war dein erster Gästlerstar mitgehen. Ja. Ja, bei dem Kroatien. Wierig. Ihr sagt sechs Kroatien. Das ist so ein Bumerang, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass Kroatien das ist. Weil Kroatien ist doch am Meer direkt, oder? Ja. Ist das Albanien oder Nordmazedonien oder nicht? Ja, oder ist er nicht auch... Super fies. Ja, Albanien hängt hier so am Meer dran, ne? Und ich glaube, im Osten davon ist Nordmazedonien. Kann halt auch sowas sein. Also das ist super schwer für dich mit den Grenzen da. Ja, ohne ist mega schwer. Die sechs ist nicht Kroatien, das ist Serbien. Serbien? Ja, Serbien könnte da auch sein. Das ist wirklich sehr schwer da ohne die sechs, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, Serbien wäre näher an der Ukraine dran. Weil die doch da auch im Clinch jetzt aktuell so ein bisschen sind. Weil Serbien ja so pro Russland ist. Das hätten wir auch falsch gehabt, glaube ich, ne? Ich hätte es nicht rausgefunden, ne? Chat kann ja auch Google mit einer Weltkarte nehmen an. Ja, das ist trotzdem nicht so einfach, aber die meisten wussten es. Das finde ich wirklich schwer. Das war wirklich hart. Okay, können wir dasselbe nochmal mit Afrika machen? Ja, bitte. Da scheinst du vor, wie es das ist. Da kann ja, weil es nicht wo Ägypten ist, auch ohne Ländergrenzen, bitte. Wir schauen mal, was als nächstes kommt. Das ist jetzt das Matchballspiel. NFL-Teams, Bundesliga-Teams, Formel-1-Weltmeister. Wo sind denn hier die wichtigen Sportsachen? Nein, 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 nein. Nein, nein, bitte nicht. Kein Sport, kein Sport, bitte. Kein Sport, bitte. Kein Sport, bitte. Kein Sport, heute. Ich möchte von euch wissen, Automarken. Oh, nee. Was ist denn die Automarke hinter dem Fahrzeug? Nicht das Modell, sondern die Marke. Bitte veranfangen, wa? Drei weiß ich. Drei weiß ich. Drei weiß ich. Da muss ich dich jetzt leider verlassen, Matteo. Mit der drei würde ich auch gehen. VW. Ne, ne, ich meine drei Stückweise. Das wäre für mich auch. Das ist ein Golf, glaube ich, oder so. Ich glaube, ja. Oder Chirocco oder was weiß ich, was das ist. Das ist aber, du siehst ja auch diesen Kreis da unten noch, der halt raus ist. Also, das müsste ein VW sein. Ja, wäre ich auch dabei. Das heißt, ihr sagt? Drei ist ein Volkswagen. Das ist korrekt. So, Vles, hast du einen, wo du dir hartlich sicher bist? Matteo, ich weiß, dass ich ein Chevrolet fahre. Das ist alles, was ich überhaupt nicht weiß. Okay, gut. Also, das ist wirklich komplett vor Ruhe. Was davon ist der Chevrolet? Bitte? Was davon ist denn der Chevrolet? Keiner. Also, ähm. Also, den fahre ich, weißt du? Ah ja. Von denen wahrscheinlich. Also, ich, ich glaube, zwei ist ein neueres Opel-Modell, aber. Das hätt ich tatsächlich auch gesagt, Matteo. Ja, okay, okay, dann, weil bei der eins bin ich mir unsicher und bei der, bei der vier noch unsicherer. Also, es ist zweimal komplett unsicher. Ich habe leider keine Ahnung von, ob das ist. Okay, dann lassen Sie einfach zwei Opel sagen, oder? Ja, gerne. Also, ich bin halt so, Sport und Autos bin ich leider raus. Ja, bei mir auch. E-Wagen alle? Was? Keine Ahnung. So, ob das alles E-Wagen sind? Ist das gar nicht. Ihr seht alles schon so futuristisch aus. Ich nehme zwei Opel, nehmen wir. Hm. Das sieht irgendwie so opelig aus. Finde ich auch, aber ist auch nicht sicher bei mir. Kann halt gut sein. Kann auch irgendwas anderes sein. Die zwei ist auch ein Opel. Okay, jetzt wird's. Oh, irgendwas Falsches reinhauen, Leute. Hier hätte ich ein Guess, aber. Ja, dann lass über die vier reden. Kein Druck ist nur Matchpoint. Oder willst du lieber die eins malen, dann können wir auch rüber labern. Ich habe keine Ahnung, was die eins sein könnte. Ja, dann sollten wir die vier nehmen. Okay, wollen wir über vier reden. Ja, lass über die vier reden. Könnte ich mir vorstellen, dass das einer der Mazda MXs ist oder sowas. Das ist schlecht. Das sieht nämlich so aus. Kann sein. Das ist schlecht. Ich habe aber ein anderes Autofakt. Was hast du denn gedacht? Mein erster... Ja, nee, kann eigentlich... Scheiße, kann gar nicht. Vergiss es. Ich war erst bei Skoda. Ich war erst bei Skoda. Okay, keine Ahnung, ob das Skoda ist. Das wüsste ich überhaupt nicht. Aber dann dachte ich mir, Skoda ist eine Marke von VW. Das ist halt auch nur ein Eintürer, also ein Zweitürer, ne? Also das ist halt schon kein großer Wagen. Wer macht denn so kleine Autos? Ich sehe jetzt da nicht irgendwie so diese üblichen... Also nicht. Vielleicht ist die... Oh, vielleicht wüsste ich auch die Eins. Scheiße. Ja, dann sagt die. Nee, aber ich weiß es nicht. Also ich bin bei der Vier sicherer als bei der Eins. Aber ich will die Eins jetzt nicht sagen, weil die wissen es auch nicht. Wenn ich jetzt natürlich das sage, sagen die nachher bei der Vier Mazda. Ja, gut, aber dann wäre wenigstens unentschieden, wenn die Eins jetzt sicher war. 20 Sekunden. Ich weiß nicht, soll ich das sagen oder nicht? Ja, sag es. Sag kein. Das könnte der Volvo sein. Ich meine, mein Bruder fährt so einen ähnlichen. Aber ich weiß es nicht. Hat das in Ewigkeiten in dem Kopf gesehen? Also entscheid du, wenn... Mach du, also ich weiß es nicht. Vielleicht ist es die Vier aber auch eher Mazda. Okay, ich nehme Vier und sage Mazda. Ich habe keine Ahnung. Vier Mazda. Ja. Bitte lasst nicht die Eins-Volvo sein und die Vier jetzt was anderes. Vier Mazda ist falsch. Das ist ein Nissan. Damit Punkt für... Die Eins aus dem Lamborghini? Das ist ein Lamborghini? 350Z? Was? Das ist ein Lamborghini Urus, der SUV von Lamborghini. Noch nie gesehen. Ich hätte alles gesagt, bevor ich Lamborghini gesagt hätte. Hey, Vlesk, wir haben das Autospiel gewonnen. Ich habe nur ein Fahrrad. Ich hätte aber auch nur... Ich hätte nur den Opel gewusst. Ich hätte nur den Opel gewusst. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass das der Volvo ist. VW wäre auch gegangen, glaube ich. Der Chat war sehr, sehr, ja, faszinierend von mir im Wunsch. Ey, das ist... Also bei der Eins, als das Bild aufkam, und da habe ich bei der Eins gedacht, das sieht aus wie ein Porsche. Also der SUV von Porsche. Aber dann irgendwie dann gar nicht mehr. Das ist voll schwer, sobald da... Die Lämpchen sehen nicht so Porsche-lastig. Ja, ja, genau. Die sehen ganz anders aus. Das stimmt, ja. Könnten wir nicht Tiere machen können oder so was? Oh, Tiere wäre cool. Tiere, Biologie, Tiere, ja. Ja. Gibt jetzt leider nichts mehr, weil Flasco und Matteo haben ja gewonnen. Und damit holen sich den zweiten Punkt des Abends. Steht also jetzt 2 zu 1 für Flasco und Matteo. Wer zuerst sechs Spiele gewonnen hat, hat den Abend gewonnen. Sehr schön. Sechs Spiele muss man gewonnen haben. Hättest du, aber du hättest auch nicht Lamborghini oder Nissan gesehen, oder? Nein, nein, never. Never hätten wir das gesagt. Dann fühle ich mich wirklich so schlecht. Dann jetzt noch fünf Spiele, Jay. Wir haben beide nicht gewusst, oder? Nee, auf keinen Fall. Also ich hätte auch unten den Wagen, hätte ich eher gedacht, was wollte ich sagen, Hyundai oder so was, keine Ahnung. Ja, ja. Da sehen Mazda nicht so ähnlich aus. Ja, Mazda hat alles super neue Modelle. Diese 2000er-Reihe oder so was, oder wie die heißen. Diese Mazda-Zweiter, nee, wie heißt der? Nee, das Nissan 2000. Schwamm drüber. Hätten dann mal die T3-Wagen sein können, oder so was. Da hätte ich wenigstens erkannt. Okay. Es steht 2 zu 1 für Flasco und Matteo. Vielen Dank übrigens an all diejenigen, die es haben hier, oder Subs verschenken. Vielen Dank dafür. Auch danke an zum Beispiel Burschti9986. Der hat zehn Euro dagelassen. Dankeschön. Vielen Dank dafür, für die Donation. Geht auch gerne hier zu Bonjwa oder Flasco. Könnt ihr natürlich auch subben oder Donations dalassen. Auch immer gerne gesehen. Na, da lächelt Matteo. Da haben wir gesehen. Da kommen die Dollarzeichen in die Augen. Und ihr seid bereit für das nächste Spiel? Ja, jetzt kommt. Bereit bin ich, ja. Das ist aber echt anstrengend. Ja, das ist echt krass. Ja. Auf geht's zum Spiel Nummer 4. Ja, das heißt so. Was? Das gab's beim letzten Mal. Referat Bingo. Das gab's beim letzten Mal auch schon. Und ich hab gedacht, das ist so schön. Das machen wir direkt nochmal. Shit, ihr kennt euch alle schon aus. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Im letzten Mal, wo das gab, war ich nicht dabei. Ja, genau. Ihr habt da jetzt einen leichten Nachteil vielleicht. Aber ich glaube, das ist bei dem Spiel relativ egal, weil es sehr spontan alles sein muss. Schon sehr lagbasierend, wa? Äh, das möchte ich Ihnen nicht sagen. Ich lese mal die Regeln vor. Jeder von euch wird gleich 90 Sekunden Zeit bekommen, um ein Referat über ein euch unbekanntes Thema zu halten. Und jetzt das Besondere, das war beim letzten Mal noch nicht so, das Thema in jeder Runde wird durch die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Watchbody-App festgelegt, die dort aus zwei Begriffen wählen können. Das heißt, liebe Leute, ihr könnt jetzt in die Watchbody-App gehen und für das erste Referat direkt abstimmen, was dort das Thema sein soll. Ähm, wie gesagt ... Für wen denn? Ist das nicht auch interessant? Also, was geht das für beide? Nee, das ist immer, einer hält nur das Referat. Das werde ich auch gleich sagen, wer das ist. Äh, zuvor, also bevor derjenige das Referat hält, dürfen beide Teams, also der eigene Teampartner, also wenn jetzt zum Beispiel Brammen gleich anfängt, darf Jay ein Bingo-Feld ausfüllen und Fleske und Matteo zusammen auch ihres. Ja, also jedes Team hat immer ein Bingo-Feld. Äh, in dem Fall jetzt gleich Jay füllt es alleine aus und Fleske und Matteo füllen das zusammen aus. Ähm, ihr dürft dann in ebenfalls 90 Sekunden dieses 3x3 große Bingo-Feld mit Begriffen füllen, also Nomen und Adjektiven, von denen ausgegangen werden kann, dass diese Begriffe beim Referat fallen. Ah. Und für jeden im Referat gefallenen Begriff gibt es einen Punkt. Für jede Bingo-Reihe, also horizontal, vertikal, diagonal, gibt es dann nochmal zwei Punkte zusätzlich. Also ihr müsst nicht Bingo schreien beim Referat, darum geht es gar nicht, sondern es gibt einfach möglichst viele Felder dann anzuklicken. Äh, das Team, welches nach den vier Referaten, jeder hält ein Referat, die meisten Punkte erreichen konnte, gewinnt das Spiel. Habt ihr das soweit verstanden? Dürfen nur Nomen und Adjektive, also keine Verben. Äh. Und du hast es nur Nomen und Adjektive, glaube ich, gerade gesagt. Nur, also Begriffe, Nomen und Adjektive, genau. Keine Verben, ähm, das bitte nicht ausfüllen. Genau, also ihr könnt... Ja, aber auch nicht sowas wie du und er oder hallo und sowas nicht, wa? Nee, das, äh, also da... Nee, eigentlich für Wörter oder sowas. Genau, deswegen, also bitte nur... Ist das nicht Nomen? Ich hab keine Ahnung. Nur Nomen und dachte... Also, äh, Wörter, die man groß schreibt und Tu-Wörter. Nee, oder nee, wie-Wörter. Moment, Tu-Wörter sind noch Werben. Wie-Wörter sind Adjektive. Ich bin so verwirrt. Schon lange aus der Schule raus. Ich fühle mich wie im Deutschunterricht hier. Also Nomen und, äh, wie-Wörter. Habt ihr das grundsätzlich verstanden? Aber, was ist denn, wenn die Person jetzt gar nicht das kennt? Also, keine Ahnung, wenn jetzt Bram über... Wenn jetzt Bram über, äh, die Drahtzyklus erklären müsste, erzählen müsste. Kann er ja cool, das ist zu recherchieren, oder? Da musst du predikten, was ich wohl sagen werde. Ja, also es gibt keine Recherchezeit. Es geht, also ich sag demjenigen, der das Referat hält, das Thema. Und dann laufen direkt die 90 Sekunden. Ach du Scheiße. Und es muss... Und das möchte ich auch. Es muss, äh, müssen, also nicht nur einfach Wörter sagen und zusammenhängen, sondern ich möchte ein Referat hören, ja? Also wir wollen hier auch unterhalten. Naja, das verstehe ich schon, ja. Während, was ist mit Namen? Also wenn es jetzt um, keine Ahnung, Geschichte geht und wir dann Deutschland da drin haben. Ja, das wäre nur ein bisschen in Ordnung. Also, okay, und wenn ich jetzt, und, 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 äh, keine Ahnung, wenn es über Namen geht, Formel-1-Weltmeister dürfte ich dann auch Michael Schumacher oder Schumacher machen? Ja, klar. Oder Michael? Ja, genau. Also du darfst jetzt keinen ganzen Satz reinschreiben, aber Namen ist in Ordnung. Ja, 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 okay, 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 okay. Äh, nur eine Sache noch, das war beim letzten Mal nämlich, äh, Streitthema. Wenn ihr, also, ne, ihr kriegt 90 Sekunden, um das Bingo-Feld auszufüllen und dann kommen die 90 Sekunden, wo derjenige das Referat hält und die anderen können dann in diesem Bingo-Feld die Begriffe anklicken, die gerade genannt wurden. Falls ihr da irgendeinen Begriff nicht anklickt, der zwar gefallen ist, aber den habt ihr einfach nicht mitbekommen, dann wird danach nicht dieser Begriff, da sag ich dann nicht, ah, den habt ihr ja reingeschrieben, den habt ihr ja gar nicht angeklickt, den werten wir jetzt noch zusätzlich. Das wird diesmal nicht passieren. Wenn ihr einen Begriff überhört und den nicht ankreuzt, dann ist der aufklicken. Aber das wird ja dann anklicken, obwohl das nicht richtig war. Das, äh, da wird der Check nicht. Und es gibt da auch, also wenn jemand, es gibt auch keinen Unterschied zwischen Aufstieg und Aufsteigen zum Beispiel, also wenn ich Aufstieg reinschreibe und Bram sagt Aufsteigen, kein Punkt mehr, da gibt's kein, genau das exakte Wort. Aufsteigen ist ja auch ein Verb, was wir nicht nehmen dürfen. Ja, ja, beim letzten Mal, beim letzten Mal gab's da so ein bisschen, da war so Plural okay und sowas. Genau, also es wird sowieso ein bisschen, äh, die, also es könnte sein, dass es ein bisschen kritisch wird. Das schauen wir dann, ja? Ja, ist okay. Gut. Genau. Also Jay, einfach danach alles anklicken. Ja, ich klicke da alles an, gar kein Problem. Oh mein Gott. Genau. Äh, ich starte mal direkt. Das sind, äh, die Bingo-Felder, zumindest für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Äh, Brammen wird jetzt gleich beginnen. Und jetzt ist es natürlich so, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wenn Bram jetzt den Channel verlässt, dass, äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer das nicht mehr hören können. Deswegen würde ich jetzt sagen, Brammen, du setzt jetzt einfach die Kopfhörer ab und dann hörst du uns ja nicht mehr. Oh, das ist schlau. Okay. Und dann, äh, werde ich dich anschreiben bei, äh, TS, wenn du wieder kannst. Okay. Gut, dann, äh, bitte jetzt mal absetzen. Brammen wird jetzt das, äh, Referat halten. Hallo? Und... Hallo? 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 Hallo, Bram. Und, äh, hallo? Ich hab gehört nix. Ist irgendjemand da? Und die Zuschauerinnen und Zuschauer durften auswählen zwischen den Referatthemen... Andi, wink doch mal! Ich winke. Hi! Die Zuschauerinnen und Zuschauer durften wählen zwischen den Referatthemen das iPhone und Smartwatches. Ihr läuft jetzt aber kein Timer runter, oder so, die ich nicht sehe, oder? Und sie haben sich entschieden für Smartwatches. Oh mein Gott. Und ihr habt jetzt 90 Sekunden Zeit, dieses Bingo-Feld auszufüllen. Dazu klickt ihr einfach in das Feld, schreibt dann rein. Und für Flask und Matteo, wenn der andere da irgendein grad, dann ist natürlich dieses Feld grade gesperrt. Wenn Flask grade in das Feld oben links schreibt, dann ist das... Ich muss jetzt einmal kurz fragen. Ich muss jetzt kurz fragen. Das hilft natürlich, darf ich Uhr schreiben, weil Watch ja ne Uhr ist. Also, ihr dürft nicht Smartwatches schreiben, logischerweise. Oder Smartwatch ist verboten. Aber Uhr würde ich gelten lassen. Das ist ein Wort. Okay, danke, danke. Okay. Danke, Jay. Ein Begriff schon. Das hätten wir beide. Ja, 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 alles gut. Ja, bekommen. Und... Bingo's geben extra Punkte, oder? Genau, zwei Punkte. Ein korrektes Feld gibt einen Punkt und ne Bingo-Reihe gibt zwei Punkte nochmal zusätzlich. Okay, Smartwatches 90 Sekunden ab jetzt. Ja, oder... Ja. Das hier hätte ich gemacht. Ja, schreib mal einfach. Schreib mal einfach und ich, äh, vielleicht adde ich noch was dazu. Ich weiß gar nicht, wie ich sonst schreiben soll. Wie schreibe ich? Also, so. Ähm... Das hätte ich gemacht für, weißt du? Ja. Und dann... Äh, das vielleicht? Mhm. Ja. Oh. Bede. Äh. Ja. Scheiße, warte vielleicht. Ähm. Ja, ähm... Äh, warte, wo schreibe ich? Vielleicht, vielleicht das hier? Ja, ja. Warte mal, was hier noch? Ähm... Ist aber zu lang, scheiße. Sagt der, denkst du nicht, er sagt... Das englische Wort? Ja... Ich weiß es nicht, ich weiß es leider nicht. So was? Nee. Die Sekunden? Ja, 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 okay. Aber ich... Das unten in der Mitte ist schwach. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Ähm... Oh, das hier vielleicht. Das ist ja dasselbe, ne? Ja, ja, okay. Aber ich denke, das hier... Scheiße, das mach ich unten. Ähm... Hält dir noch was ein? Ähm... Ah, nochmal. Äh... So? Ja, mach einfach. Mach einfach. Das passt. Ja, okay. Okay. Ich denke, das ist gut. Ich denke, das ist gut. Mal gucken. Okay, die Zeit ist um. Bram darf wieder dazu. Ich hoffe, er kriegt das mit. Nein, er guckt nach unten. Mh... Ey, Bram! Hahaha! 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 Hallo! 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 Bram ist wach! Sehr gut! Entschuldigung, ich hab mich an meinem Rubik's Cube versuch. Sehr gut. Sehr gut. Das ist auch das Thema des Referats! Also, lieber Bram, du hast jetzt 90 Sekunden Zeit, ein Referat zu halten mit Zusammenhängen setzen. Wir wollen ein schönes Referat hören über das Thema Smartwatches. 90 Sekunden Zeit ab jetzt. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Smartwatches sind Uhren, die man am Arm trägt oder am Handgelenk oder an der Hand oder, äh, am Arm, die haben ein Armband aus Metall oder aus Plastik oder aus, äh, PVC, aus Silikon oder anderen Materialien und, äh, die ist zum Beispiel jetzt von Fitbit, Hashtag Werbung vielleicht, weil ich meine getragen habe. Und du hast da halt ganz viele Möglichkeiten, du kannst nämlich mit deinem Smartphone oder Handy, äh, verbinden, ja, und du kannst halt ganz viele Apps drauf machen. Das ist halt ganz wichtig, ja. Da ist nämlich ein Tracker drin, äh, der macht unter anderem Puls und, äh, EKG und die Zeit und du kannst damit Musik hören und, ähm, was kann die Uhr denn noch, äh, die kann richtig viel, die ist nämlich richtig krass und du kannst da drauf, ähm, genau, du kannst das auch mit, wie gesagt, mit deinem Smartphone oder Handy verbinden und dann läuft da drauf Spotify oder Deezer oder WhatsApp oder iTunes oder, äh, Instagram oder wo du, wo kann man ja noch Nachrichten bekommen, äh, Nachrichten halt, die, du kannst ja Nachrichten halt auch ohne Probleme auf dieses Handy bekommen und, äh, hast dann halt, wenn du die ganzen Nachrichten auf dem Handy hast, äh, immer die Möglichkeit darauf so schnell zu reagieren, per Quick-Taste oder Short-Key oder Short-Cut, wenn man das so nennt, ähm, das Ganze wird dann einfach verbunden, äh, mit einem Ladekabel, mit einem Ladeanstecker, der in die Steckdose kommt und das ist dann entweder ein USB-Kabel oder ein separater Stecker, natürlich gibt's verschiedene Ziffernblätter und wir haben noch, ähm, weiß ich nicht. Geil. Das war's. Ist gekauft. Ah, Mann. Sehr gutes Referat. Ja, sehr schön. Ich hab auch so gehofft, dass du das nimmst in der Mitte. Hast du sehr schön gemacht. Ja, richtig gut, Bram. Heiße. Wie der Chat eben schon geschrieben hat, ist alles klausurrelevant, was Bram eben gesagt hat. Äh, eins plus, äh, ne, eins kriegt das von mir. Und jetzt schauen wir uns mal an, ihr seht jetzt, was das andere Team für ein, äh, ein Bingo-Feld gemacht hat, was da alles angeklickt wurde. Das sieht so aus. Wow. Wow. Okay, krass. Und, äh, ihr habt, äh, ja, beide, äh, äh, acht von neun Felder richtig ausgeführt, das heißt, jeder von euch kriegt schon mal acht Punkte. Sag. Äh, das ist einmal hier. Das ist ja richtig scheiße. Acht. Also, ich hatte zu Bluetooth gedacht, ich war mir nicht sicher. Ja. Du hast ja immer verbinden gesagt, verbinden, ja, verbinden. Womit denn? Also, warte mal. Müssten wir nicht sogar mehr Punkte haben? Ja, ich, äh, rechne gerade nach. Also, bei Bram und Jay haben wir zwei, vier, äh, sechs, acht, zehn zusätzliche Punkte. Wie kann denn das sein? Weil wir mehr, äh, Bingos haben. Achso, weil ihr die Kreuze habt? Genau, weil du in der, genau, weil du in der Mitte bist. Oh mein Gott. Genau, du hast die eine Diagonale nicht und die beiden. Das ist ja krass, okay. Ja. Also, bei Bram und Jay haben wir 18 Punkte und bei Matteo und Flex haben wir noch, äh, zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Genau, zwölf Punkte. Das bedeutet 20 Punkte bei Matteo. 20. Da hab ich, what? Das hab ich erst jetzt nicht verstanden. Naja, Flex und Matteo haben ja beide, beide Diagonalen und ihr habt nur eine Diagonale. Fitbit, Armband, Whatsapp habt ihr und Matteo und Flex haben Handy, Arm, Uhr und Puls, Arm, Nachrichten. Wir haben ein Bingo mehr insgesamt. Genau, wieso? Wir haben zwar eine Diagonale weg, aber dafür, achso, Handy, Hosentasche, Nachrichten, wär gar kein Bingo gewesen. Also, weil euer Bluetooth, was nicht erraten wurde, ist in der Ecke und es blockt eine Diagonale. Und unsere Diagonale wird nicht geblockt, dafür werden nur unser T geblockt. Achso, bei euch wird das T geblockt bei uns? Genau, genau. Okay, alles klar. Ja, jetzt hab ich es verstanden. Also, alle Dreierkombinationen zählen. Okay. Achso, kompliziert. Ja, ja, okay. Also, das war das erste Referat von Bram. Es steht 20 zu 18 für Flex. Das ist richtig scheiße jetzt gelaufen. Ja. Ja. Wir gehen zum... Ja, aber zwei Punkte sind ja nicht so viel. Ne, ist nix. Was? Wir gehen zum nächsten Referat und dieses Referat wird... Moment. Ich kann keine Referate. Ich auch nicht. Er kriegt Smartwatches und ich krieg dann irgendwie französische Revolution oder so. Ja, sowas. Flask und Matteo sind jetzt dran und das Referat halten wird Flask. Okay. Das heißt, Flask einmal bitte raus aus dem Channel. Okay. Ihr müsst mich rausschieben. Achso, ich ziehe genauer. Bis gleich. Mhm. Und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer durften wieder in der WatchBuddy-App abstimmen, was das Thema sein soll. Und sie durften sich aussuchen zwischen das Automobil und das Lastenfahrrad. Oh nein. Und es wurde sich für... Das Lastenfahrrad. Das Lastenfahrrad. Das Lastenfahrrad. Oh nee. Das Lastenfahrrad kann sein, Jay, das ist so ein Ding, bevor du so ein Kasten dran ist, wo du dann ganz viele Sachen reintun kannst. Gorillas hat zum Beispiel so ein Ding. Ich fang unten an und du oben. Darf man glaube ich nicht nehmen. Achso. Weil es dasselbe im Wort ist. Genau. Fahrrad ist verboten. Last auch. Achso. 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 Fahrrad-Form. Das ist ein Werf. Fahrrad darf man nicht, oder? Ja, ja. Ja. Achso. Scheiße. Alta. Ich hab keine Ahnung trainieren! Bra友, wir haben keine Zeit. Soll. Nur 30 Sekunden. Ähhh... Boah, ist das schwer, ey! Hä? So. Ja, das ist gut. Und? Äh, hier. Vielleicht das? Warte mal. Dann mach ich das hier weg. So was. Vielleicht. Ja, ja. Pass auf, dann will ich das noch weg tun. Das ist super. Fünf Sekunden. Ja. Ja, ist egal. Klar, was ihr meint. Okay. Beide sind ausgefüllt und ich hole Flask jetzt dazu. Also bitte nicht mehr drüber reden. Ja. So. Die Bingo-Felder wurden ausgefüllt und dein Referat-Thema, lieber Flask, wo du jetzt 50 Minuten, äh, 50 Minuten, 90 Minuten. Ja, da gibt mir wieder irgendwas, bevor ich erzählen kann. Du musst dein Referat halten über... Das Lastenfahrrad. 90 Sekunden ab jetzt. Das Lastenfahrrad? Ja, das Lastenfahrrad, äh, ist nicht irgendein... Meine Damen und Herren, ich wollte mich, ich muss es mir erst mal vorstellen. Meine Damen und Herren und diverse, äh, ich bin's, der Christian. Ich erzähle euch heute ein bisschen was über das Lastenfahrrad, äh, von dem ich natürlich super viel weiß. Ist nicht irgendein Fahrrad mit, äh, zwei Rädern. Es ist ein super Lastenfahrrad. Ich persönlich habe nicht viel Ahnung von einem Lastenfahrrad, deswegen würde ich erst so ein bisschen was über das Fahrrad erzählen. Sehr wichtige, äh, Erfindung. Sind zwei Räder dran. Man bewegt sich sehr schnell in der Stadt zum Beispiel. Ähm, ja. Wird benutzt primär von Leuten, die schnell von A nach B kommen wollen. Ähm, mit dem Lastenfahrrad transportiert man natürlich noch sehr viele Sachen. Äh, ist unglaublich praktisch. Ähm. Was kann ich euch noch über das Lastenfahrrad erzählen? Äh, nachdem euch Bram so viel über die Smartwatch erzählt hat, will ich euch natürlich ein bisschen mehr über das Lastenfahrrad erzählen. Leider, ähm, habe ich nicht so viel zu erzählen. Deswegen würde ich jetzt einfach ein bisschen über Räder reden. Die sind, ähm, meistens durch ne Kette aneinander gespannt. Äh, ist ein mega kompliziertes Ding. Weiß nicht viel drüber. Ist mega scheiße, wenn der Reift platzt. Das weiß ich. Ähm, ansonsten, Speichen, Licht, alles wichtig. Auch ein Helm ist sehr wichtig, meine Damen und Herren. Ähm, fallt am besten nicht hin. Kein Stock in die Speichen stecken. Das, das wäre noch so ein Ratschlag, den ich geben kann. Hm. Ja, aber da, da, mein Horizont ist leider überschritten. Ich bin mir nicht sicher, was ihr noch im Bingo stehen habt. Aber ich wette, ich habe nicht viel davon erwischt. Dankeschön, dass ihr mir zugehört habt. Tschüss. Alter, das war, also, das war viel schwerer als ein Smartwatch, Alter. Ich weiß nicht mal, was ein Lastenfahrrad ist. Ich, ich, was ist denn, also, ich kenne Lastenfahrrad, aber was soll ich denn übers Lastenfahrrad erzählen? Ja, ja, ja. Ja, aber. Ja, was Schönes. Da macht man Dinge rein und fährt von A nach B. Es ist ja unmöglich gewesen. Also, ich, also, sieht nicht gut aus bei mir. Ich hätte gerne die Smartwatch gehabt. Alter. Ja, also, ihr könnt euch bei unseren Zuschauern und Zuschauern bedanken. Das andere wäre das Automobil gewesen. Das wäre ein bisschen einfacher gewesen. Leute, warum, aber Automobil kann man doch viel coolere Sachen drüber erzählen. Ja, aber das ist ja das Fiese. Die wollen das Schwere halt haben. Die wollen. Okay. Also. Habt ihr überhaupt irgendwas? Es tut mir leid. Schauen wir uns mal an. Das hier sind... Oh, zwei! Ja, perfekt. Immerhin. Immerhin. Zwei, zwei. Okay, okay. Scheiße. Ja, wobei, Flask, Matteo, Transport wurde nicht gesagt. Es wurde transportieren gesagt. Und das zählt dann nicht? Aha! Das kann ich nicht zählen lassen. Oh mein Gott. Habt ihr nur einen Begriff, richtig? Das bedeutet zwei Punkte für Flask und Matteo und... Hättest du nicht noch Sattel sagen können? Nee, hätt ich nicht. Also, ich war... Ich war komplett auf, gerade erwischt. Ich hätte über so viele Dinge so viel erzählen können. Und dann Lastenfahrrad. Ich bin so, hä? Was für Lastenfahrrad? Versteh ich aber, das ist echt scheiß Wort. Versteh ich komplett. Der Lastenfahrrad ist komplett für den Arsch. Ja, ich mach's überhaupt nicht. Also, Bram und Jay haben zwei Punkte bekommen. Flask und Matteo einen Punkt. Das heißt, es steht jetzt 21 zu 20 für Flask und Matteo. Aber wir haben ja noch zwei Referate. Und wir gehen direkt zum nächsten Referat. Und da ist jetzt wieder Bram und Jay dran. Moment. Und in dem Fall hält Jay das Referat. Das heißt, Jay, du einmal bitte den Channel verlassen. Dann geh ich mal raus und trinken holen, bis gleiche zieht er, ne? Genau. So. Wir haben unsere Zuschauerinnen und Zuschauer in der Watchbody-App wieder gefragt, worüber soll Jay denn das Referat halten? und es könnte gewählt werden zwischen Albert Einstein und Lara Loft. Oh nein! Und die Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich mehrheitlich entschieden für Lara Loft. Das bedeutet, 90 Sekunden ab jetzt. Das ist gut. Ich hab gestern das Promi-Dinner mit dir gesehen. Ja, die war zum Beispiel... Äh... Wer war da? Äh... Das ist wichtig, glaub ich? Äh, was ist wichtig? Das hier? Ne. Warum nicht den? Ja, ja. Ne, ne, doch. Ja, ja, doch, doch, doch. Äh... Gibt's da irgendwas, was wir übersehen gerade? Ja... Ich weiß nicht, ob das hier gut ist. Ja, das wird wahrscheinlich nicht reinkommen. Ja, das wird nicht reinkommen. Äh, was können wir nur noch reinmachen? Warte mal, was ist mit... Mal jetzt? Lass mich schreiben. Was damit? Vielleicht wird es gerade am Anfang gesagt. Ja, vielleicht random. Ja, aber es wird vielleicht gesagt. Ihr habt noch 15 Sekunden? Ich weiß nicht, ob das hier gut ist. Also, das... Äh... Ja, das weiß ich auch nicht. Ich glaub, es ist nicht gut. Weißt du was? Nicht überdenken. Lass es einfach so stehen. Okay, 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 okay. Und die Zeit ist vorbei. Und ich hole Jay wieder dazu. Alter. So, Jay. Ei. Du darfst ein Referat halten. Die Zuschauerinnen und Zuschauer durften sich entscheiden zwischen den Themen Albert Einstein und Lara Loft. Und du hältst jetzt 90 Sekunden lang ein Referat über Lara Loft. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr da seid und mir hier zuhört. Wir reden heute über Lara Loft. Lara Loft ist eine Streamerin, die auf Twitch unter anderem streamt, aber vielleicht streamt sie auch auf YouTube. Sie ist eine sehr, sehr gute Sängerin und Synchronsprecherin und singt gerne Songs, macht, hat mal bei Voice of Germany mitgemacht, hat rote Haare, rote, lange Haare oder orange, Kastanienfarben, ne, Kastanien, das sind Rostfarben, weiß ich nicht, wie es heißt. Ähm, sie ist mit, äh, Fischkopf liiert, äh, wohnt in Berlin, äh, geht häufig mal mit Bram eintrinken, ähm, äh, Twitch macht sie, hatte ich ja erzählt, ist auch sehr interessant, äh, da spielt sie auch, äh, viele Sachen, unter anderem, äh, das Chatting, äh, 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 ansonsten ist sie eine Frau, ähm, und, ähm, ja, sie hat eine tolle Stimme, eine sanfte Stimme, äh, 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 puh, ja, was hat sie denn noch sonst? Ja, sonst, äh, äh, ja. Wir hatten uns einfach alle Bingo's tonight. Ja. Ja, also, dankeschön, Jay, für deinen Referat. Ich habe keine Ahnung, wie Lost ich war. Sehr Lost. Oh, Lost. Ja, das war schon ein Tor. Und, äh, das wäre ein tolles Wort gewesen. Das war schon gut, glaube ich. Das war schon gut. Das hätten wir drin gehabt. Ursprünglich. Ich ärger mich mega über noch Sängerin, Alter. Über was? Sängerin? Sängerin? Aber was ist die denn? Ja, ich habe Gesang gesagt. Musikerin? Ja, das hier sind die Bingo-Karten. Oh, zwei. Er hat genau die zwei Bingo's. Oh mein Gott, das ist ja krass. Oh, der Chat schreibt, rot und rote, dass das nicht das gleiche ist, das ist das gleiche. Okay. Ja, der Chat ist falsch für euch. Ähm, das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Korrekte bei Brammen und Jay. Das bedeutet, 25 Punkte erstmal da. Ich gehe gleich die Bingo's durch. Flask und Matteo haben 1, 2, 3 auf 5. Das heißt, hier kommen wir auf 26. Und es gibt keine Bingo's bei Flask und Matteo, aber dafür bei Brammen und Jay zwei Stück. Das heißt, wir haben vier Punkte dazu. Krasse Anordnung von Brammen. Ich dachte mir, mit Synchronsprecherin, da würde das safe auch Filme und Serien sagen und wir haben sofort ein Bingo. Und hast du Synchronsprecherin? Hätte ich auch gedacht. Und da war es so weg. Hat die denn viele Serien gemacht? Äh, Filme hätte ich vielleicht sagen können. Weiß ich gar nicht. Ja, Filme, Serien, Videospieler, oder? Ja. Okay, das bedeutet, es steht 29 für Brammen und Jay, 26 Punkte für Flask und Matteo und wir kommen jetzt zum letzten Referat des Abends. Und hier ist wieder Flask und Matteo dran und in dem Fall hält Matteo das Referat. Das bedeutet, einmal bitte den Channelfall, also ich zieh dich, genau. Ziehst du mich, ja. Bis gleich. Und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer durften wieder in Watchbody abstimmen und sie hatten die Wahl zwischen entweder dem Thema der Deutsche Bundestag oder die Deutsche Bahn. Und es wurde sich mehrheitlich entschieden für die Deutsche Bahn. 90 Sekunden Zeit für euch. Ab jetzt. Okay. Dürfen wir das machen? Was dürft ihr machen? Du siehst, was wir gegeben haben. Ja. Dürfen wir das machen? Ja. Siehst du das nicht? Ja, doch. Also ich weiß nicht, was du meinst, aber ja, das war alles okay. Ja, perfekt. Moment, wer macht das? Matteo, wa? Genau. Lass mal das hier in die Mitte machen, oder? Ja. Vielleicht so was? Ja, was auch, dann würde ich, dann würde ich so machen. Ich glaube, der hat keinen Führerschein, oder? Nein, dann müsste er das so ausspielen, oder? Ja, aber das sagt man ja auch so. Ernsthaft? Okay. Wir könnten das machen. Ja, stimmt. Also, der Gamble war hart, aber... Ja, das ist mega, das ist mega smart. Das ist mega smart. Ist das schwer. Ah, Junge. Okay, okay, das heißt, ich hole Matteo wieder zurück, also bitte nicht mehr über das reden. So, Matteo. Ja. Ich muss gerade, ich habe ganz kurz noch den Leuten geschrieben für das Programm danach, weil wir brauchen scheinbar ein bisschen länger, aber alles gut, alles gut, ich bin ready. Okay, die Leute konnten sich entscheiden zwischen den Themen der Deutsche Bundestag oder die Deutsche Bahn, und sie haben sich mehrheitlich entschieden, natürlich, für die Deutsche Bahn. 90 Sekunden ab jetzt. Oh mein Gott. Okay, ja, herzlich willkommen. Ich halte heute ein Referat über die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn ist ein Unternehmen, das in ganz Deutschland Schienen verlegt hat und mit diesen Schienen werden Menschen in Zügen transportiert. Ein Zug hat in der Regel einen Triebwagen oder eine Lokomotive vorne, hinten dran hängen Waggons, in diesen Waggons sind Sitzbänke. Die Deutsche Bahn ist, glaube ich, eine, nee, war mal eine Aktiengesellschaft und ist aber inzwischen komplett in privatem Besitz, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung davon. So, die Deutsche Bahn kommt meistens zu spät, es gibt viele Verspätungen, die Bahnhöfe sind überlaufen, das Gleissystem in Deutschland ist schlecht ausgebaut, aber die meisten Züge funktionieren heute mit Strom. Früher haben die meisten Züge mit Dampfkraft funktioniert, da musste man Kohle in einen kleinen Ofen reinschieben und dann wurde da Wasser erhitzt und mit der Dampfkraft wurde da dann eine Maschine angetrieben. In einem Zug gibt es einen Zugführer, es gibt Schaffner, es gibt Passagiere, es gibt Türen, die sie automatisch öffnen und schließen, es gibt Fenster. Okay, sorry, mehr konnte ich nicht. Das waren die 90 Sekunden, vielen Dank für deine Ausbereitung hier von der Deutschen Bahn. Das ist schwierig. Und ich sage mal so, das war Super-GAU. Matteo hat uns hopp rum. Ja, das war bei dir auch Super-GAU. Matteo hat uns komplett gut. Ja! Nicht nur härter. Matteo hat uns so hopp rum. Und das bedeutet, vielleicht ist Matteo nur ein Begriff. Ich habe Zug am Anfang daran gedacht, den habe ich mir reingeschrieben, weil ich dachte, ich habe schon reingeschrieben, aber du hast alles gedodcht, was ich reinschreibt. Ja, du bist bei uns auch. Du hast Gott sei Dank Bahnhof noch gesagt. Ich hätte nie gedacht, dass du so technische Sachen erwähnst. Naja, ich dachte, ich gehe auf die Züge, weil das ist dann so eindeutig. Oh mein, aber warum denn Herren? Weil alle Damen und Herren gesagt haben am Anfang, sie dachten, das ist zum fristen Punkt und dann sagst du halt, ja, das ist der. Das habe ich auch überlegt. Wir haben sogar ein 9-Euro-Ticket, Matteo, ja? 9-Euro-Ticket. Ja, aber es wäre richtig geil gewesen, wenn du ein 9-Euro-Ticket gesagt hättest. Züge beschrieben. Ja, sorry. Ja, da müsste Matteo ja zweite Klasse fahren. Der fährt nur erste Klasse, glaube ich. 31 zu 27. Bram und Jay gewinnen dieses Spiel. Alles gut. Geil. Boah. Okay. Ich habe ja nicht mal Zug reingeschrieben, das war ja auch schon ein bisschen. Der Programm verzögert sich noch um ein paar Stunden. Erstes Drittler, warum? Sehr spannend. Damit steht es 2 zu 2 für beide, also beide, gleich gezogen wieder. Jeweils noch vier Spiele müssen beide gewinnen, um den Namen zu gewinnen. Also, ihr seid sehr gleich auf. Ich denke so Geld und Reise safe und er kommt mit Aktiengesellschaft und Dampf. Privatunternehmen. Ja, ihr wisst. Ein Start zwischen Dampfblock mit Kohle betrieben, weißt du so. Richtig. Ach, hätte ich doch mal Kohle reingeschrieben. Ja. Gehen wir direkt. Okay, na gut. Also mal ein gutes Referat, aber danke, danke. Ja, war stark. Ihr habt sehr gut Referat. Ja, war sehr gut. War sehr schön. Ja. Wir gehen weiter zum Spiel Nummer 5 und das heißt so. Nein. Bitte nicht. Wieso kennst du nicht Spiegel? Ich kenn das nicht, aber es Rechnen ist scheiße. Ach so, okay. Wir machen ein Beispiel, das sag ich euch, das glaube ich mal schon mal vorab, aber ich erkläre euch erstmal die Regeln. Ihr bekommt gleich einen Text und zweimal zwei, also vier Rechenaufgaben. Das Ergebnis der ersten Aufgabe ergibt eine Zeilennummer, das Ergebnis der zweiten Aufgabe ergibt eine Spaltung, Spaltennummer. Zwei Aufgaben stehen also für ein Wort im Text, Zeile, Spalte. Da es vier Rechenaufgaben sind, ergeben diese also zwei Wörter im Text. Soweit könnt ihr mir folgen? Ja. Nein. Ihr müsst mir diese zwei Wörter nennen. Wie ihr das macht, also taktisch wäre es ja intelligent, der eine kümmert sich um die ersten beiden Aufgaben, der zweite um die zweiten Beine oder ihr sagt, einer von uns kann überhaupt nicht rechnen und der andere macht alle vier Rechenaufgaben. Wie ihr das macht, ist mir egal, aber jedes Teammitglied kann durch Klick auf einen Button, den seht ihr auch gleich, bestätigen, dass er fertig ist. Sobald beide Teammitglieder diesen Button geklickt haben, buzzert das Team automatisch und ihr müsst mir dann beide Wörter nennen. Mhm. Sind die Wörter richtig, bekommt dieses Team einen Punkt. Sind sie falsch, bekommt das gegnerische Team einen Punkt. Das Team, welches zuerst fünf Punkte erreicht hat, gewinnt dieses Spiel. Und für euch nur ein Hinweis, weil ich weiß, dass ihr das wahrscheinlich gleich so machen werdet. Sobald ihr auf den Ich-bin-fertig-Button geklickt habt, verschwinden die Rechenaufgaben und der Text für dieses Teammitglied. Nicht fürs ganze Team, sondern nur für dieses Teammitglied, was der Button gedrückt hat, dass ihr in der Zeit halt nicht weiter sucht, sondern ihr müsst dann auch wirklich fertig sein, wenn ihr den Button geklickt habt. Okay. Habt ihr das verstanden? Ja. Wir machen ein Beispiel. Kann man sich vorher den Takt sprechen? Also, wenn ich jetzt sage, ich mach die Eins und Bram die Zwei oder andersrum? Könnt ihr das jetzt einmal besprechen, wie ihr das machen wollt? Ja. Mach du die Eins, ich mach die Zwei, oder? Mhm. Okay. Okay. Bram, was möchtest du machen? Ich mach die Eins und Zwei, du die Drei und Vier. Okay, ich mach die Zwei. Okay. Was? Moment. Was Eins und Zwei und ich Drei und Vier? Ja, es gibt ja vier Rechenaufgaben für zwei Wörter. Du brauchst ja, ich wollte nur einen eindeutig für dich machen, damit du nicht sich Aufgabe Zwei machst. Ich weiß nicht mehr. Ja, mach mal das Beispiel, dann hab ich bestimmt noch Fragen dazu. Genau. Einen Hinweis kann ich euch noch geben, beziehungsweise es bringt euch nichts, aber die Texte hab ich nicht geschrieben, sondern das ist ein Auszug aus Mikkels Buch Science of Magic. Aus dem ersten Band, der zweite Band kommt morgen raus, also nur als kleine Werbung hier. Wenn ihr das erste Buch noch nicht gelesen habt, dann seht ihr es jetzt. Das ist kein Spoiler. Also, das hier ist... Hast du Eins und Zwei, Mathieu? Ich mach zwei, du machst eins. Oder? Das hier, so sieht das Ganze dann aus. Was? Links seht ihr die Rechenaufgaben. Zeile, Spalte und die zweite Aufgabe, Zeile, Spalte. Achso. Seht den Button, einfach klicken. Zeile, Spalte. Aber es sind ja keine richtigen Spalten. Zeilen seh ich, aber was heißt Spalte? Ja, Spalte ist das Wort. Also, ein Wort ist Spalte. Also, das Wort in der Zeile, sagen wir es mal so. Das ist die Spalte. Also genau, wenn es zum Beispiel Eins, Drei ist, dann ist es erste Zeile und dann das dritte Wort. Genau. So kann man es auch sagen. Okay, 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 okay. Okay, gut. Das heißt so, 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 so. Alter, was? Achso, was sollen wir rechnen? Das ist doch eine krasse Aufgabe. Äh. Was rechne ich überhaupt? Das zweite, das untere? Also die ersten beiden Aufgaben sind für das erste Wort, die erste Zeile, das zweite Spalte. Ich mach das für eine schwere Auf, aber, ja. Also ich mach das zweite Wort, Blesk, ja? Aha. Okay. Soll ich jetzt schon mein Gehirn anstrengen? Hast du nur eine bestimmte Kapazität am Abend? Ja, ja, das ist immer so, das ist wie so ein Akku, da geht halt leer, ne? Wenn ihr fertig seid, einfach auf den Button klicken. Hast du schon fertig? Also ruhig fertig, wenn du fertig bist. Ich bin, ich hab noch nicht mal das erste angefangen, ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ich kann natürlich auch komplett daneben liegen. Zeile ist, okay, und Spalte ist von oben nach unten, ne? Wie schwer ist das? Und Zeile ist von links nach rechts, ne? Genau. Okay. Für so eine Aufgabe wie zum Beispiel bei Wort 2, die Spalte, da gilt natürlich von links nach rechts lesen, ne? Also nicht zu, ich bin richtig dumm, meins geht nicht auf. Nee, nee, ich bin noch nicht mal bei dem ersten fertig. What? Also ich weiß gar nicht, dass der andere fertig ist. Nee, du kriegst das nicht raus. Sobald ihr beide gekriegt habt... Wissen das die Zuschauer? Nein. Okay, die wissen das auch nicht. Das heißt, ich sag jetzt Brammen, ich bin fertig zum Beispiel. Kannst du sagen. Brammen hat gebasert, was sind eure Wörter? Der. Also für die zwei natürlich. Ist halt egal, welche Reihenfolge das ist. Ist egal. Ja, okay, ja, dann sein. Sein und du sagst sehr. Sehr. Der, wie der, die das, der. Okay, was habt ihr denn ans Antworten für eure Rechenaufgaben? 7 und 9, glaube ich. 4 und 12. Haben wir dieselben Rechenaufgaben? Müssen wir, oder? Ja, sonst was ja. Also die richtige Antwort wäre nur und Geburtstag. Sehr gut. Hä? Hä? Ich weiß nicht, was ihr habt richtig gerechnet, aber. 4? Ach so. hä? Okay, Zeile ist von oben nach unten und Spalte von rechts nach links. Ja, okay, geil. Ich bin, ganz ehrlich, als bei meiner Zeile auch eine 12 rauskam. Zeile ist doch von links nach rechts. Zeile, genau, die Zeile ist quasi, also Albert Taps, bla bla bla, ist erste Zeile, dann Dunkle Nacht, bla bla bla, ist zweite Zeile. Mottenkugeln. Ich hab das auch falsch rumgemacht. Weil ich war nämlich, ich hab nämlich von oben nach unten gezählt, dachte 12 Nacht, geil, in der letzten Spalte steht nur ein Wort drin, Andi trollt mich direkt. War mein erster. Habt ihr verstanden, ja? Die Zeile, Zeile, Zeile ist von oben nach unten zählen. Genau. Sag bitte nochmal das Ergebnis von dem ersten Wort. Das wäre 1, 2, 3, 4, weil es vierte Zeile. Und dann 12, weil es zwölfte Wort ist. Okay, verstehe ich, ja. Habt ihr das wirklich gerechnet? Scheiße, ich schaff das nicht. Jo, ich war mit beidem fertig. Alter. Aber ich war bei 12, ich bin mal so auf 12 gekommen, dachte mir die ganze Zeit, das Ding hat nur 12 Zeilen. Leske, mach es so, wenn du mit beidem fertig bist, sagst du einfach beides fertig, dann drück ich einfach fertig. Ja, klar. Jetzt sagst du auch, Bram, ne? Und ich sag auch mit beidem fertig. Ich bin ja legend. Wir dürfen hier fertig sagen, wenn wir fertig sind. Moment. Ja. Sag Bescheid, wenn du deins weißt, aber dann hast du noch nicht eingeloggt. Ja. Dann sag ich, ich rechne noch. Oder sowas ähnliches. Und du gehst dann einfach zu meiner Zeile, wenn du schon mit deinem fertig bist. Und ich geh zu deiner Spalte. Du gehst einfach nach unten, ich geh nach oben. Nochmal kurz. Achso, du machst jetzt das zweite Ding immer. Ich mach immer Wort 2. Du machst immer Wort 1. Wenn ich mit Wort 2 fertig bin, mach ich deine Spalte, weil du hast so eine Zeile schon angefangen. Und andersrum. Ja. Nein. Okay. Boah, das wär so assi. Wenn du fertig bist, musst du auch meine Spalte machen quasi. Weil ich ja mit der Zeile anfange. Ja, okay, okay. Okay. Zeile sind von oben nach unten, mit der Spalte, rechnen auch rechts. Okay, let's rock. Okay, das war aber nur ein Beispiel, gibt ja keine Punkte, aber jetzt haben wir es verstanden. Die nächste Runde, und die zählt jetzt auch, sieht so aus. Wieder bei Aufgabe 1 für Wort 1. Ach, von links nach rechts lesen. Ich bin fertig, ich bin fertig, ich bin fertig. Äh, nee, weiß das, oh, ich hab mich grad vertan. Fertig. auf, Trinkgeld. Auf und Trinkgeld. Alberts Trinkgeld wäre gesucht gewesen. Scheiße, ich bin bei Alberts, ich bin am, oh Gott, ich bin ein verrutscht beim Zählen. Zeile 11, Wort 13. 13, Alter, ich hab nur, oh Gott, bin ich ein Idiot, ey. Ich hab nur, du bist aufgezählt. Aber wir haben jetzt einen Punkt, ne? Passiert, genau. Ich hab genau das gemacht, was wir nicht hätten machen sollen, sondern fertig drücken, wenn man noch nicht die Wörter rausgesucht hat. Weil der Text war dann wirklich so, fuck! Ja, genau, das ist... Achso, aber warst du mit allem fertig? Ich war mit beiden Aufgaben fertig, aber ich hab noch nicht die Wörter rausgesucht gehabt. Das ist ein Blöd. Also erst, ich war auch mit beiden, weil wir können dann, wenn wir, ich bin fertig, beide gedrückt haben, dann buzzern wir quasi, ja? Genau. Genau, das macht so viel Druck. Wir müssen das Wort rausgesucht haben schon, ne? Genau, ihr müsst, also ihr müsst für euch komplett fertig sein, gerechnet und das Wort gesucht haben. Dann teilen wir es einfach zwei und wenn jemand vorher fertig ist, scheiß drauf sollen. Ja, ja. Okay, eins zu null für Team Flask und Matteo und das sind die nächsten Aufgaben. Immer von links nach rechts lesen. Up. 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 Scheiße. Albert. Staunte. Ich würd gerade draufdrücken. Albert staunte ist korrekt. Ja, staunte auch. Ein bisschen brandig diesmal. Alp, ja. Oh Gott. Das wär beim ... Ja, da sich über die fehlenden Klammern im Chat beschwert wird, ist es immer von links nach rechts. Also, die Jungs kriegen das ja auch hin. Warum denn da klammern? Ja, das war richtig. Das war eine Klammer bei mir. Punkt vor Strich, oder? Punkt vor Strich, oder? Warum Klammern? Ja. Ja, also 224 durch 7, das dann durch 8 und ... Ich hatte natürlich erst mal minus 325 durch 56. Ich dachte halt erst mal so, wie kann ich denn nach Minus zählen? Aber ... Ja. Ja, ja. Okay. Eins zu eins steht's und wir gehen zum nächsten Text. Ja. Ab. 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 Grinste. Schwanger. Pizza. Grinste Pizza? Grinste Pizza ist falsch. Londoner Pizza wäre richtig gewesen. Oh, gut. Gut. Moment, aber wieso denn 8? Aber 4 plus 5 sind doch 9. Das ist aber die 8. Zeile. Ja, du hast recht. Das stimmt. Aber ich weiß nicht mehr. Ja, du hast recht. Absolut korrekt. Nice, Bram. Absolut korrekt. Das ist mein Fehler. Oder muss man doppelt und dreifach nochmal kontrollieren? Ja, das hab ich selbst nicht hinbekommen. Grinste Pizza. Grinste Pizza. Wie auch immer. Das heißt, es ist korrekt gerechnet. Sehr gut. Nice, Bram. Sehr gut. Immer verteidigen seine Meinung. Das ist Bram. Ja. Also. Alles gut. Weil nicht nur ne Meinung ist das gar richtig. Ja, ne Meinung ist das. Ja, ja. Man weiß nicht, ob das stimmt. Das ist halt subjektiv, ne? Wir kommen zum nächsten. Ich war jetzt so voll perplex, dass die Rechenaufgaben so einfach waren. Nächster Text. Hä? So verwirrt gerade. Ja. Ich auch. Will ich das Dummes sagen, aber das, ich versteh das nicht. Bei mir kommt ne Minuszahl raus. Ja. Wow. Ja, bei beiden tatsächlich, ne? Mann, die Mensch, ey. Kannst du eigentlich. Bei welcher denn? Ja, ja, es sind beides Minus. Bei meiner Spalte. Antwort eins, Spalte. Also bei mir ist Spalte Minuszahl auch. Ja. Spalte bei beiden. Wow. Spalte ist eine Minuszahl, ja. Sehr gut nachher mal aufzurechnen. Machen wir das nächste. Brauchen wir das nicht? Wer hat den Schluck gewählt? Weiß auch nicht, was da jetzt passiert ist. Das wusste ich. Ja, das ist ... Ich hatte auch in Mathematik, war ich jetzt nicht der Beste. Vielleicht hätt ich das Spiel nicht vorbereiten sollen. Naja, wie auch immer. Egal. Nächste Runde. Oh, das ging schnell. Oh ... Oh ... Ich glaub, ich hab meins, aber ... Ja. Ja? Scheiße. Ich hab ... geerbt. Oh, scheiße. Ich hab Minuten. Geerbt hab ich auch, geerbt ist nicht, glaub ich. Schokotorte geerbt wäre ... Nice. Ah ... Wo ist denn Schokotorte? Krass, da kam eins raus. Alter, ich hab mich so verzettelt. Hä? Ach, warum hab ich denn zwei im Kopf gehabt? Zwölf. Aber du hast auch die falsche Ding gemacht. Weil ich bin ja ... Was? Ich bin ja unten, Matteo. Du musst ja oben machen. Nein, ich bin zweiter Wort. Schon die ganze Zeit. Echt? Schon die ganze Zeit haben wir gesagt, ich bin das zweite Wort. Du bist das erste Wort. Schon die ganze Zeit. Jawohl, sehr gut. Schon die ganze Zeit. Ernsthaft? Ja, haben wir am Anfang zweimal wiederholt. Oh mein Gott. Sehr gut. Aber ich hatte auch geklärt. Okay, okay. Aber egal. Aber meine kabellose Maus ... Ich war grad am durchzählen, ist die kabellose Maus rausgegangen. Da konnte ich die Zeilen nicht ... Okay, okay. Die Punkte zählen nicht mit, ne? Okay. Also ... Ich war erst mal gerade verwirrt, dass diese Punkt, Punkt, Punkt ... Genau, nur Wörter. Nur Wörter. Deswegen war ich bei Geerbt auch nicht so sicher, weil ich dachte, die Punkte sind ... Ich war auch nicht. Matthäus, jetzt mach ich Wort eins, ja? Du machst jetzt Wort eins. Okay, ja, gut. Sehr gut. Da haben wir uns vielleicht nicht gut abgesprochen. Cool, machen wir jetzt in Runde sechs. Das machen wir auch richtig. 3 zu 1 steht's. Wer zuerst fünf Punkte hat gewinnt, das Spiel. Und das ist der nächste Text. Fertig. Die ... Fingerspitzen. Was hat ... Was hat Bram gesagt? Die ... Fingerspitzen. Yes! Das ist korrekt. Richtige Antwort. Das ist euer vierter Punkt. Das heißt, die nächste Runde könnte die Matchball-Runde sein für Bram und Jay. Bitte lass es zu Ende sein. Ja, die Aufgaben ... Tatsächlich sind die Aufgaben nicht das Problem. Das Durchzählen, welches Wort es ist. Das macht mir am meisten Probleme. Das ist auch grausam. Das nervt auch, ja. Die nächste Runde, der nächste Text. Fertig. 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 Das ... Tuch. Richtig. Das Tuch ist ... Ja. Korrekt. Richtige Antwort. Das ist euer fünfter Punkt. Nice. Das war einmal sehr knapp. Ja, aber da war auch ein bisschen geändert so. Ja, ja. Ich hab ja Wort 1 gemacht, äh, Wort 2 gemacht. Hätte, glaub ich, keinen großen Unterschied gemacht jetzt im Nachhinein. Aber alles gut. Ups. Easy. Ja, sehr gut. Das ist halt ein schreckliches Spiel gewesen. Also, ey, Mathe, richtig schlimm, ey. So unangenehm. Live Mathe rechnen, wow. Ne. Ja. 21.30 Uhr. Kann man mal machen. Also, das ist der dritte Punkt für Bram und Jay. Boah, wir haben halt die Führung übernommen. Ja. Jetzt durchziehen, Jay. Frühfeierabend. Ja, bitte. Ja, bitte. Lass mal mal. Matteo muss ja noch weg. Ne, ne, ich muss nicht weg. Ich hab jetzt allen Bescheid gesagt, dass es später wird. Also, ich kann jetzt lang. Sehr gut. Überziehen. Ihr müsst euch trotzdem jetzt die ganze Zeit anstrengen. Ihr müsst ja nicht so anstrengen. Ja, ach so, ja, okay. Macht ihr doch einfach mal locker jetzt. Ja. Mach mal locker. Nochmal danke an alle, die hier gesuppt haben. Läuft ja auch oben links durch. Und auch Subs verschenken. Ist ja schlimm gewesen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ihr seid bereit für das nächste Spiel, Nummer 6. Ja. Mhm. Dann starten wir jetzt und das heißt so. Können wir mal irgendwas entspanntes machen? Ja, bitte. Oh Gott. Weltrekorde. Weltrekorde. Oh no. Ach du meine Güte. Die Aufgabe lautet, ihr müsst gleich Weltrekorde schätzen. Okay, schätzen ist aber cool. Dabei geben beide Teammitglieder innerhalb von 30 Sekunden unabhängig voneinander eine Antwort ab. Oh. Ihr dürft euch auch nicht absprechen. Oh krass. Nur, dass das jetzt schon mal klar ist. Oh je. Ihr tippt das einfach in das Feld in der Mitte. Wir machen aber gleich ein Beispiel. Mhm. Dann seht ihr das. Die Antwort des Teams ist dann der Mittelwert aus beiden Antworten. Mhm. Ja, also wenn Bram sagt 5, Jay sagt 10, ist der Mittelwert 7,5. Das Team, dessen Mittelwert näher an der gesuchten Zahl ist, bekommt einen Punkt. Bei Gleichstand bekommen beide Teams einen Punkt. Mhm. Das Team, welches erst 7 Punkte erreicht hat, gewinnt dieses Spiel. Und an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ihr dürft gerne mitmachen in der WatchBuddy App. Da könnt ihr ein paar Schnittchenpunkte verdienen. Es gibt in jeder Runde könnt ihr quasi mit abstimmen. Ihr habt dann 3 Antwortmöglichkeiten. Und wenn ihr euch für die richtige entscheidet, dann könnt ihr euch freuen. Das bringt euch aber nichts. Also es hat jetzt keinen Einfluss auf das Spiel. Ihr könnt einfach nur mitmachen. Mhm. Und wir machen auch ein Beispiel, damit ihr das versteht. Der erste Weltrekord wäre M&Ms stapeln. Die Frage ist, wie viele M&Ms konnte Ibrahimi Sadek aufeinander stapeln? Wie viele M&Ms, also die, ihr kennt das ja, diese Schokolinsen. Ohne die kaputt zu machen. Ohne die kaputt zu machen, genau. Ohne Kleber wahrscheinlich, ne? Ohne Kleber. Einfach nur stapeln, aufeinander stapeln. Musst du dir die anlecken? Nee, ich glaube nicht. Es wird einfach nur gestapelt. Ist das gerade ein Beispiel? Das ist ein Beispiel. Das ist ein Beispiel. Ah, okay. Wo kann ich den eingeben? Ja, gar nicht. Der muss ja noch freigeben, Jess. Okay. Atmen! In die Mutter einfach eintippen. Okay. Okay, wie viele macht man so? Kommt, der war krass. Muss ich Enter drücken? Nee, ich muss nicht Enter drücken. Nein, das, was ihr am Ende drinsteht, das zählt. Man denkt beim Weltrekord immer so unfassbar krass, aber es geht doch nicht so viel, oder? Ja. M&Ms. Weiß ich nicht. Ich hab jetzt zwei. Ich hab zwei gemacht, also. Für so eine Sekunde ist es runtergefallen. Ja. Sehr gut. Ihr habt eure Antworten gegeben. Brammen sagt vier. Was? Ja. Jay sagt zwanzig. Das heißt, das wäre der Mittelwert zwölf. Ja, was hast du gesagt? Ja, was hast du gesagt? 13, Matteo, zwölf. Oh! Wir denken sehr gleich. 12,5. Das ist ja weniger, oder? Also, der Mittelwert jetzt sehr nah aneinander. Ja. Die richtige Antwort hier sind, der Weltrekord im M&Ms Stapeln liegt bei sieben. Sieben? Das ist ja so unimpressant. Ich hab das Gefühl, ich kann das heute Abend noch schlagen. Ja, aber stimmt. Ich dachte mir, das ist so rund. Und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht schaff ich mit ganz vielen Übungen 0,3. Ja, ja. Du hast schon recht. Aber den Rekord, den schaffen wir. Lass aber probieren jetzt. Ja, das finde ich auch mal, dass man das auch mal ausprobieren kann. Ob ihr das schlagen könnt. Das klingt irgendwie so. Wann das die M&Ms mit Erdnüssen eigentlich? Oder nur mit Bisp? Oder mit Schokofüllung? Die normalen. Da gibt's so unterschiedliche Rekordkategorien. Warte mal. Die mit Smarties sind ja die rund. Die werden einfacher. Smarties werden einfacher. M&Ms sind schon noch schwerer, ne? Weil die sind so richtig rund. Da hätte ich auch gar keine Geduld für alle. Ich würde irgendwann einfach die M&Ms partieren. Essen, ja. Eier oder essen. Wir hatten übrigens 7, 14 und 21 in der Watchbody App und die meisten haben sich für 14 entschieden. Also ihr wart gar nicht so schlecht mit eurem Schätzchen. Okay, okay, okay. Aber war ja nur ein Beispiel und wir gehen jetzt in die Runde, die auch tatsächlich zählt. Meine Frage an euch. Wie lang ist die Zunge des US-Amerikaners Nick Stöberl, dem Menschen mit der längsten Zunge der Welt? Und ihr gebt das bitte in Zentimetern an. Von wo messen die? Also, ja. Die Zunge. Ja, okay, okay. Also 10 Zentimeter ist ja schon echt lang eigentlich, ne? Werdest du jetzt? Okay. So. So. Ein bisschen was wegzwecken. Oh, man kann keine Kommazahlen eingeben. Aber wo misst man denn da? Ja genau, das frage ich mich auch. So zum Grund. Irgendwie da, wo die Fans gemacht haben. Genau, da mach ich einfach mal ein bisschen. Ich mach mal so. Ja. Sehr gut. Ähm. 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 Moment mal. Da bist du doch Pornodarsteller. Äh. Ich hab, ich hab, äh. Kannst du mir das noch mal schreiben, bitte? Derjenige, der, äh, der weiß, wer gemeint ist. Äh, nee. Wer ist gemeint? Ihr seid nicht gemeint. Ihr seid nicht gemeint. Achso. Wer denn? Aus der Regie quasi. Achso, okay, okay. Ah, da scheint was gekommen zu sein. Moment, Moment, Moment. Okay. Okay, interessant. Okay, danke schön, danke schön. Ähm. Werde ich einfließen lassen. Also. Eure Antworten. In Zentimetern. Längste Zunge der Welt. Bram sagt. Acht Zentimeter. Was? Meine ist länger als acht. Hä, meine ist länger als acht. Du hol ihn doch mal raus. Ich hol ihn doch nicht raus. Never ist deine länger als acht Zentimeter. Ey, dann ist doch die Zunge an, die fängt der Mund an. Ja, also für mich, ich hab's ab den Mund geplatzt. Matteo, wir reden nicht über deinen Penis von dir, ne? Ich hab ab den Mund geplatzt. Achso, warte, warte. Aber selbst da hast acht, glaub ich, Durchschnitt. Nee, mehr. Nee. Alter, drei Zentimeter oder so, wenn du die Zunge ausstreckst oder so. Nein, nein, die ganze Zunge. Ja, hol doch mal die Zunge raus. Nein, nur, dass du was rausguckt. Aber die fängt doch im Mund schon an. Never ist die acht Zentimeter groß. Ist mehr, viel mehr. Jay sagt acht. What? Jawoll. Ich bin nicht mehr einig mit dran. 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 Ich hab ein bisschen overshootet vielleicht, ja? Matteo sagt 19. Ich hab noch mehr. Alter. 28 Zentimeter. 15 plus safe. Ey, wer hat denn so ne Zunge? Nein. Die richtige Antwort. Die richtige Antwort. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Jetzt zieht euch mal rein. Jetzt steh ich auf und geh. Okay. Die Antwort jetzt mal rein, das wird euch überraschen. Ja, ja, ja. Was als nächstes kommt, ihr seid nicht dafür bereit. Ja, richtig. Ja, du bist nicht dafür bereit. Zunge. Du bist nicht dafür bereit. Du bist nicht dafür bereit. Nein, du bist nicht dafür bereit. Nein, du bist nicht dafür bereit. Die Zunge von Nick Stöberl hat eine Länge von 10,1. Was für 10,1? Aber wo fängt man denn da an zu wissen? Ja, an der Unterseite der Zunge und dann geht's los. Sobald die den Mund verlassen hat. Hä? Was ist das? Sobald die den Mund verlassen hat? Also nicht in dem Magen. Ja, aber doch nicht hier. Die Zunge ist ja Mund. Ja, 28, Alter. Was ist das bitte? Das ist ja ein Penis, ey. Ja, ich dachte, mir wär's so richtig abgefahren. Und der stretchte dann auch noch so mit dem Stein. Ich dachte auch. Der stretchte seit Jahren und so. Der stretchte ist ja nicht so. Das ist 10,1 cm. Das haben wir auch. Das klingt so wenig. Ja, ja. Es gibt ... Ach du ... 10,1 Meter ist riesig. Das ist so mein Unterarm oder was? Wir müssen einen neuen Rekord auch schon gibt. Der liegt bei 11,4 Zentimetern tatsächlich. Ja, wow. Das ist aber egal. Und ich hab ja auch konkret nach der Zunge von Nick Stöberl. Wir müssen uns nach unten korrigieren. Bläst beide. Ja, aber wo ... Also ganz ... Dein Unterarm ist 28 cm. Ja, und da hängt's aus dem Mund. Hä? Nie im Leben. Ihr seid so baumlos. Ja, ich dachte mir, dass die einfach bis hier hingehen soll. So. Der kann einfach ... Ja, ja. So Fliegen fangen mit seiner Zunge. Gibt's nicht so Leute, die so ihre Zunge ablecken oder so? Ne, ihre Nase meine ich. Ja, aber das sind doch keine. Das sind doch keine. 28 cm bis zu meiner Nase. Ah ja, okay, okay. Nächste. Nächste jetzt. Aber ich würd dem halt das Lineal in den Rachen stecken. Oh. Oh. Wie groß ist denn Sultan Khose? Ich will auch ganz konkret seine Größe wissen. Weil, falls es da einen anderen Weltrekord mittlerweile gibt, dann ... Es geht um ihn. Der größte Mensch der Welt und zwar in Zentimetern. Nicht in Metern. Lebt der noch? Lebt der noch? Soweit ich weiß, ja. Okay, okay, okay. In Zentimetern, nicht in Metern. Mhm. 30 Sekunden ab jetzt. Du hast gesagt nach unten, ja? In Zentimeter, ja? Ja, ja. Ja. Oh, ich hab dieses Bild auch im Kopf. Keine Ahnung. Ich glaub, ich weiß sogar, wer der ist. Der arbeitet bei Bonsch war. Eine Ahnung. Und spielt da gerade. Nee, ich hab den anderen Rekord. Der würfligste Mensch der Welt. Oh, Moment. Ich hab jetzt wirklich konservativ geschätzt. Ja. Was hast du gesagt? 1,85. 4 Meter. 4 Meter hab ich. 4 Meter. 4 Meter. 4 Meter. Das ist ja... Der wär ja übermenschlich groß. Brammen sagt 242 Zentimeter, 2,42 Meter. Jay sagt 228. Es gibt einen Mittelwert von 2,35 Meter. Mhm. Flesk sagt 2,40 Meter. Ach, jetzt bist du ja... Guck mal, das ist mehr als ein Zehntel der Zunge. Lineal in den Drachen, Brammen. Alter. Bist du einfach da zum Zungen nebenan? Matheo sagt 2,35. Oh, fuck. Das ist ein Mittelwert von 2,37 Meter. Hoffentlich hab ich's nicht versaut, Brammen. Du hast versaut. Come on, please, please, sei groß. Sei groß. Ihr habt es fort und es gibt... Noch größer, oder? Ja, ja, komm, sei groß. Es gibt hier tatsächlich mehrere Antworten, hab ich grade festgestellt. Die, die ich rausgesucht hab, ist etwas kleiner als dann... Es gibt noch andere Werte. Es steht einmal, ein Wert, den hab ich rausgesucht. 2,47 Meter, der andere 2,51 Meter. Also noch größer wäre, also egal. Das heißt, Punkt für Flesk und Matheo. Let's go. 2,47 Meter. Let's go. Das ist einfach ein Meter durchhaltig. Ja, und natürlich auch. Das war schon krass, außer bei Zungen. Der hat ja auch die längste Zunge. Ey, der hat aber schon eine krasse Zunge, oder nicht? Der hat bestimmt 28 Zentimeter. Über 10 Zentimeter seines Körpers ist nur Zunge. Werden wir denn jetzt immer noch von der Zunge? Naja, die fängt doch auch schon im Rachen an, Bram. So. Okay, come on. Nächste Runde, eins zu eins steht's. Wie viele Menschen quetschten sich am 17. Juni 2006? Das hab ich gesehen! In einem Mini. In einem Netflix-Doku? Nein, ich hab das wirklich gesehen! Wichtig für euch, nur für euch, damit ihr das besser einschätzen könnt. Am Ende des Versuchs mussten sich alle Teilnehmer im Wagen befinden und alle Türen und Fenster mussten fest geschlossen sein. Ich geb für alle einen Tipp. Da war eine britische Flagge auf dem Mini mit drauf. Mhm, danke. Okay, jetzt eindeutig. Cool. 30 Sekunden. Für den Tipp. Bram, ich versaue dir das, ne? Ich hab keine Ahnung mehr. Ich weiß das nicht mehr hundertprozentig, aber ich hab das gesehen sogar. Waren es normal große Menschen? Oder irgendwie Kinder oder so? Die, die 2,47 m waren. Mit 20 Zentimeter langen Zunge. Ja, wie waren das? Fünf Sekunden. Müssten das Erwachsene gewesen sein? Oder Säuglinge? Ja genau, das hab ich ja grad gefragt. Du hast gefragt, ob das normale Menschen sind. Ich bin sehr konservativ mit dem, hoffentlich. Hab ich gefragt. Die Frage war nach Menschen. Oh mein Gott. Flask sagt, es waren acht. Oh. Matteo sagt zwölf. Da passen mehr als acht Säuglinge rein, oder? Du wärst von zehn. Das sind mehr. Jay. Jay hat gesagt, es sind 38. Ah! 38. Aber in den Mini. Ja, in den Mini-Kofferraum. Und in den Fußboden da rein. In den Fußboden. In den Fußboden. In den Fußboden. Da wo das Ersatzrad drin ist. Den, den Punkt nehmen wir. Die richtige Antwort. Da passen die Kinder auch rein. In den Mini haben gepasst. 21 Menschen. Aha! Das heißt, Bram und Jay wurden näher dran. Ja, tatsächlich. Sag mal, wollt ihr uns verarschen? Hä? Ihr müsst doch auch mal ein Foto haben. Ihr müsst da mal ein bisschen hochstapeln. Das ist weg. Du hast das doch gesehen. Ja genau. Du hast 13 gesagt. Ja, ich hab mir nicht gemerkt, wie viele das waren. Ich hab das trotzdem gesehen. Ja. Aber Bram war näher dran als ich. Scheiße. Ich war auch näher dran als ihr beide. Hat also gereicht vorhin. Ja, hast ja recht. Ach du heilige Scheiße. Nächste Runde. Wie viele Eier zerdrückte Aschrita Fuhrmann oder Fuhrmann oder wie auch immer. Innerhalb von 60 Sekunden mit dem Kopf. Und ich möchte auch diesen Rekord haben. Wie viele Eier hat er mit seinem Kopf zerdrückt? Äh, rohe Eier. Ja. Aber konnte sie immer nur eins zerdrücken oder mehrere auch gleichzeitig? Weiß man das? Äh, immer eins. Immer eins. Genau. Rheinland-Haltung oder Bio-Eier oder... Genau. Warte, Straußeneier. Straußeneier. War das was anderes, was du gerade da machst? Innerhalb von 60 Sekunden mit dem Kopf zerdrückt. Äh. Ich finde das gut. Das ist, äh, richtig sinnvoll. Der Rekord. Ja, wie viel Eier pro Sekunde, Bram? Ich bin auch dafür, dass wir das mal versuchen, das irgendwie zu brechen, Alter. Hey, hey, hey. Ich kann hier nichts löschen. Na doch, jetzt. Ach, da kommt jetzt so Weltrekorde, so 100 Meter Sprint oder so ein Quatsch. Guck mal, Eier mit dem Kopf zerdrückt. Naja. Alter. Oh Gott. Oh. Ja, die App ist gerade ein bisschen langsam, aber es haben schon Leute mitgemacht, also das, äh, eventuell haben wir sie gerade abgeschossen. Das kann sein. Nein. Aber, äh, ja, geht wieder. Okay, alles klar. Sehr gut. Come on. Also, eure Antworten. Bram sagt, das waren 111. Innerhalb von 60 Sekunden. Ja, ich dachte mir halt mehr als eins pro Sekunde. Ja, save mehr als eins. Hab ich, äh, fast gedacht. Jay sagt 60. Aber, oh, das ist zu wenig, glaub ich. Boah, ich bin... Oder vielleicht... Nee, bitte nicht, Les, bitte nicht. Alter, wie willst du denn bitte mehr als eins... Hä, du musst dich nehmen und... Ja, so. Guck mal. Also, selbst wenn ich so eins... So geht das. Nein, 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 die sind alle aufgestellt und die Haut im Kopf so dagegen, weißt du? Deswegen hat Matteo 125 Jahre alt. Ja, ich... Ich dachte, der muss da bitte Finger nehmen. Lesk, bitte. Lesk sagt 180. Ey, das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Ich dachte mir, die hat so drei Eier pro Sekunde. Ja, genau. Wenn die so richtig speedy ist. Ja, aber die voll speedy. Zack, zack, zack. Ja, genau. Wie so ein Specht, weiß ich. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, Aschrita hat das hinbekommen. In 60 Sekunden. 80. Das ist ja so anders, ey. Ey, was ist denn das? Was sind denn die Weltrekorde? Du hast uns gerettet. Das ist ja so langweilig. Das schafft ja jeder einfach. Ja. Ja, bitte, Matteo. Ich würd das gerne sehen. Ja, Matteo, wir können das sehen. Nächste Woche in deinem Stream machst du das mal eben nach. Matteo. Ja, bitte nachmachen. Ja. Also, Jay wird zum Weltrekorde. Das muss so richtig krass sein. Aber die hat den bestimmt nur, weil das halt sonst niemand jemals gemacht hat. Ja, aber ich find 80 echt nicht krass, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, wir können ja gerne mal uns zusammen treffen und dann versuchen wir mal die Weltrekorde zu prägen. Ja, okay, okay, okay. Die nächste Runde steht 3 zu 1 für Bram und Jay. Sieben Punkte, um das Spiel zu gewinnen. Richtig. Über welche Distanz zog Manjit Singh aus Leicester in London einen 8,5 Tonnen schweren Doppeldecker-Bus alleine mit seinen Haaren? Was für ne Zeit? In Metern. Das ist egal. Ja gut, okay. 8,5 Tonnen. Wie viele Meter hat der Dinger gezogen? Was? In Metern möchte ich die Antwort haben und eure Zeit läuft jetzt. Oh mein Gott. Alter, ey. Der hatte kurze Haare. Ja. Der hatte ne Glatze. Oh man. Nur mit so Ohrenhaaren. In der Dart hat er mit Sicherheit ganz viel davon benutzt. Oh man, ey. Alter, keine Ahnung, man. Das kann alles sein. Das ist super random. Ja. Ja, woher soll man das wissen? So, hä? Wissen wir gar nicht wahrscheinlich. Ja, aber das ist ja auch so was. Da gibt es nur eins, was man darauf antworten kann. Echt? Okay. Echt? Ja, auf jeden Fall. Brammen sagt 69 Meter. Es ist so, keine Ahnung. Ey, wenn das Ding einmal rollt, kann das halt durchaus sein. Ja, der kann ewig lang ziehen. Wenn es acht Stunden dauert oder so. Ja, genau. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt einfach vier Kilometer sind oder so. Könnte auch. Könnte genauso sein, ja. Aber den einfach zu ziehen ist ja schon schwer, oder? Den mit den Haaren zu ziehen ist ja auch schwer. Ja, schon. Ich frag mich, ob der mit den Armen festhalten durfte oder ob er das wirklich mit seiner Kopfhaut auch gezogen hat. Mit seinen Haaren. Also soweit ich weiß, nur mit den Haaren. Ja, aber hat er zwischen den Haaren zum Beispiel seine Hände in der Hand? Genau. Dann hat er da ganz viel Gel in den Haaren. Okay, dann ist das schon krass. Ja, true. Dann hat man... Aber ich... Oder hängt der da einfach ohne Hände da dran? Bles, du könntest halt auch das auch ohne Plex. Das stimmt, ja. Ich hab eine sehr gesunde Haarstruktur. Ja, mit sowas geht das. Das brauchst du. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich stark genug bin, um Bus zu ziehen. Ich glaub eher nicht. Deswegen sagt Fleiß 10 Meter und Matteo 30. Das heißt, ein Mittelwert von 20 Meter. Oh, scheiße. Du bist dir einfach 1000 Meter gezogen. Komm, jetzt bitte. Ja, komm. Mehrere Kilometer. Nein, nein, nein. Die richtige Antwort sind 21,2 Meter. Das heißt, Fleißko und Matteo waren dran. Whatever. Das ist so. Das ist so. Wow. Haben die besser gewusst. Good for you, buddy. 3 zu 2, nächste Runde. Die Frage, wie lange schaute Efraim van Oevereen, oder wie auch immer man das ausspricht, im September 2009 am Stück Fernsehen und zwar in Stunden. Also ohne Schlafen. Ohne Schlafen. Ohne Schlafen. Dauerhaft Fernsehen, dauerhaft Fernsehen, in Stunden. Das hatten wir mal in einer Quizshow. Ich möchte auch diesen Rekord wissen. Ja, keine Ahnung. Weil es kann, wie gesagt, sein, dass es mittlerweile einen neuen Rekord gibt und so, aber meine Liste ist der von Efraim. Ohne Schlafen. Er durfte niemals schlafen. Ne, das hatten wir mal bei Rekorde sortieren, hatten wir das mal. 30 Sekunden. Oder was? Er durfte niemals schlafen. Oh, wie viel war das denn? Hallo? Bitte? Er durfte niemals schlafen. Nein, niemals schlafen. Er hat die ganze Zeit Fernsehen geguckt. Durfte der auf Klo gehen? Wenn er dabei Fernsehen geguckt? Ja, wir haben da mal geredet, der hat dann jede Stunde fünf Minuten Pause oder so. Dann zählt da nicht der Rekord. Nee, da war's so vom ... Das hab ich ... Fünf Sekunden. Irgendwie so war das. Alter, ich hab gar keine Ahnung. Ich glaub, ich hab overshootet, aber ich hab das Gefühl ... Ah, ne, keine Ahnung. Vielleicht hab ich undershootet. Ich denke, du sagst 130 Stunden. Ja. Flask sagt 72, das sind 101. Das ist ganz gut, glaub ich. Irgendwann muss man ja auch ins Bett gehen, irgendwann wird man ja müde, ne? Brammen sagt 108 Stunden. Oh, und Jay sagt 36. Oh, was? Ihr Geier! 102. Aber warum sollten wir so lange fern gucken? Der hat doch bestimmt auch ein Leben, oder nicht? Wenn du halt einen Weltrekord aufstellen willst! Ja, aber irgendwann hat der doch sicher gesagt, jetzt muss ich wieder zur Arbeit sitzen. Nee. So. Bestimmt runter. Das ist bestimmt mehr, ey. Ach, Quatsch. Das ist mehr. Ja. Safe. Blauer Fernsehen hat er ... 86 Stunden! Oh! Das heißt, es liegt gar nicht so viel. Geil. Geil. Ich glaub, irgendwann bist du einfach ... Also, du kannst ja nicht einfach fünf Tage wach bleiben, es geht ja einfach nicht. Das klingt alles so viel. Ey, guck mal, wir könnten einen Stream machen oder so, oder ein Event machen, wo wir alle diese Rekorde hintereinander brechen. Wir gucken Fernsehen, dabei machen wir die Eier und so, das ist easy. Das würd ich gerne sehen von dir. Ja. Ja. Die Eier, das machbar, glaub ich. Die M&M's wären schwer. Ich warte auf den Stream und bläst Eier mit dem Kopf. Also, ich würd das gerne sehen. Drei zu drei und wir gehen zur nächsten Frage, zum nächsten Weltrekord. Wie viele verschiedene Käsesorten platzierten französische Köche im Jahr 2021 auf eine normal große Pizza? Also, eine normal große Pizza, wie viele verschiedene Käsesorten waren da drauf? Ja gut. Das ist auch wieder so random. Ja. Kann man ja auch übereinander streuen, oder? Ja, ja. Du kannst ja löten. Oder von jedem nur so ein Krümel oder so. Keine Ahnung. Ja. Alter, wie viele müssen denn da, also wie viel muss denn davon drauf sein, wie viel Sicky kann viel? So, dass er drauf ist. Wie viele gibt's denn? Das frag ich mich halt auch. Wow. Keine Ahnung, Matsio. Kein Wortschreiben. Nee, kann ich nicht. Wenn wir falsch liegen, dann gehen wir einfach, dann, dann. Ja. Ich bin dann richtig sauer. Das ist keine Ahnung. Ich weiß das ja nicht, Alter. Ja, ja. Das schmeckt bestimmt richtig scheiße. Ja, glaub ich auch. Ananas-Pizza. Das glaub ich auch, ja. Ich hab geschrieben, alle, wenn geht. Alle. Ich hätte ihm einfach jede ein Mal genommen, wie viele Käsesorten die gibt. Ja, genau. Ich mein, wenn du Weltrekord machst, dann holst du dir einfach alle, die gehen, oder? Ja. Und machst du drauf. Bisschen Eichelkäse. Lecker, lecker, lecker. Ja, müsst ihr ja nur wissen, wie viele Käsesorten es gibt. Bram sagt 109. Oh, Bram, sorry, Bram. Oh, nee. What the fuck? Jay sagt 256. Ey, Leute, jetzt übertreibt ihr aber ein bisschen, oder? Bram und ich haben bis auf die Zunge, verstehen wir uns sehr gut, glaub ich. Nee. Ja, du und dein letzter haben's so gefletzt, ja. Das ist wirklich. Nee, du hast nicht übertrieben jetzt, oder? Nee, ich bin eigentlich, mit Bram fühl ich komplett. 107 sagt Flest, Matteo sagt 42 verschiedene Käse. 42 find ja selbst ich in Gießen. Also, 74 kann ich auch auf eine Pizza drauf streuen, ne? Den können wir wirklich einfach so fortbrechen. Ja, aber... Ja. Aber... Also, das ist wirklich enttäuschend. I. Die richtige Antwort lautet... Never. 834 verschiedene Käsesorten auf einer Pizza. Ey, Mann! Das ist der Grund, warum Franzosen keine Pizza machen sollten. Ey, what the fuck? Ja, also, wenn du 74 minst, dann muss ja nur irgendwer zu Hause Mariana rauchen. Und dann macht er 74 Käsesorten auf seine Pizza rauf. Och, Mann! Das ist ja gerade vor Ort. Hast du schon eine Liste, Andi? Dann kannst du die kurz aufzählen. Äh, ja, vielleicht im nächsten Stream dann. Dann machen wir einen extra Stream zu. Also, komplett falsch gesetzt. 651,5 Käsesorten entfernt. Aber trotzdem einen Punkt bekommen. Viertens Streich für 356. Wollte erst 420 machen. Alter, das hätt's mal 420 gemacht. Hätt's mal 420 gemacht. Hätt mal beide 420 gemacht. Die nächste Runde. Wie oft traf Ted St. Martin, oder wie auch immer man ihn ausspricht, hintereinander, wichtig, hintereinander, bei einem Freiwurf mit einem Basketball in den Korb? Also, wie oft konnte er hintereinander einen Freiwurf auch im Korb versenken? Wow. Nach den Regeln des Barthals. Also, diese Freiwurflinie da, keine Ahnung, wie viel das ist. Genau. Genau. Ja. Hintereinander ohne Fehlwurf sozusagen. 30 Sekunden, ab jetzt. Aber nicht in einem Spiel, oder? Nee, nee. Der hat da einfach gestanden und die ganze Zeit geworfen. Das ist ein cooler Rekord. Scheiße. Ich glaub, das kann Matteo auch. Was? Nee. Während er die Eier kaputt macht. Ja, ja. Die Eier. Seine eigenen Eier. Oh, das ist schwer, ey. Keine Ahnung, Alter. Ich hab das Gefühl, das weiß ich alles nicht, sondern ich rate hier von einem nach 18. Ja, ja. Ich rate komplett. Ist du nicht random? Das ist mega random. Das könnten so, keine Ahnung. Könnten auch ein paar Tausend sein, weil der richtig... Ja, ja. Aber es können doch einfach nur so, keine Ahnung, 12 sein und danach schafft's aber keine Ahnung. Ja wirklich, weil halt einfach das so unmöglich ist eigentlich. Aber Profispieler versenken ja mittlerweile schon fast jeden Freibuff, oder? Jemand, der sich drauf fokussiert, nur Freibuffe zu werfen. Ja, ja. Aber das ist ja wahrscheinlich automatisch besser als... Aber sobald einer daneben ist, ist die Streak ja vorbei und muss sie dann vorne anfangen. Genau. Okay, mal gucken, mal gucken. Fless sagt 90, Matteo sagt 33, Schnitt von 61,5. Ey, das ist zu viel. Brammen sagt 69. Oh. Ah, okay. Ups, da freut er sich. Und Jay sagt 150. Was? Das ist tatsächlich zu wenig gewesen. Na. Echt jetzt? Ja, weil selbst Dreier werfen die Profispieler mittlerweile relativ konstant, oder nicht? Ja, stimmt. Also entweder Matteo ist versaut oder ich hab's versaut. Ich hab's versaut. Der muss doch richtig viel geworfen haben. Ich hab ein ganz schlechtes Gefühl. Jetzt nach dem Infoseichen über 500. Die richtige Antwort lautet 521. Was? Hattest du mein Recht, über 500. Ey, woher hat er es nicht mal? Jetzt mal ganz ehrlich. Sechs Euro sind geschafft. Ey, alleine. Wie lange dauert das denn alleine? Tja, der hatte viel Zeit. Das ist ja nur ein Konzentrationsding. Der kann ja immer, das ist ja nur nicht einschlafen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 1221. Also, den könnt ihr auch bitte brechen. Ey. Würde mich sehr freuen. Wäre du die Eier kaputt, was passiert? Ja, ich glaube du, Alter. Das möcht ich sehen. Und dabei ein Gläschen Wein, weil das gerade kommt. Das möcht ich sehen. Das kann doch nicht sein, ey. Das kann doch nicht sein, ey. Beim Eistocki schmeckt. Boah. Für Bram und Jay, die brauchen noch zwei Punkte. Vielleicht für Matteo Braun noch vier Punkte. Ich hab überhaupt kein Gefühl. Null. Überhaupt nicht. Der nächste Weltrekord. Wie viele T-Shirts trug der Belgier Jeff van Dijk oder Dijk oder wie auch immer am 24. April 2008 gleichzeitig? Das hatten wir doch. Der hat die auch normal getragen. Jetzt nicht irgendwie als Hose angezogen oder so, sondern einfach immer übereinander gezogen. Ey, war das nicht bei Quiz Poker ne Frage? 30 Sekunden. Ja, oder da war dann ne Frage. Ja, das kann auch sein. Der musste stehen, ne? Ja, der musste stehen. Und dem ist das dann auch so immer übergezogen worden. Mhm. Ja, ja. Shit. Das geht mir auch um diesen Weltrekord. Scheiße. Wenn du hier schon mal bei einer Show mitgemacht hast, hast du Vorteile. Wenn man sich das merken könnte. Ja, aber kann man das nicht merken. Aber ich weiß, dass ihr euch das nicht merken könnt. Das ist doch... Das waren... 5.221 für euch. Ich sag das. Ich sag das. Brammen hat gesagt. Oh mein Gott. Jey sagt 178. Oh mein Gott. Ich hab wieder verkackt. Warum denn? Das kann genauso richtig sein. Wie warst du? Viel weniger. Vielleicht als 219. Aber ich hab noch oben ein bisschen ausgeglichen. Auf der anderen 10. Aber das kann doch nicht sein, Leute. Das kann ich ja einfach anziehen gerade. Okay. Während du die Eier kaputt hast. Ich weiß, ich hab das Bild mal gesehen. Der hatte irgendwann so... 30XL oder sowas hatte der an. Also, 153 gegen 132. Die richtige Antwort lautet... Und... 227. Das tut mir leid, ey. T-Shack. T-Shack. Ey. Du gehst erst mal mit 10 Muskel-Shirts an und so. Und du musst ja erst mal die Shirts haben, die so riesig werden, dass du dann... Ja. Ja, okay, shit, ey. Das heißt, die nächste Runde ist jetzt eine Matchball-Runde für Brammen und Jey. Sollten sie das jetzt richtig beantworten, dann bekommen sie den Punkt und gewinnen dieses Spiel. Damit wird's dann 4 zu 2 stehen. Okay. Gut so. Die Frage lautet, wie viele Bitte-nicht-stören-Schilder aus Hotels umfasst die Sammlung von Jean-François Vernetti, oder wie auch immer man ihn ausspricht, aus der Schweiz, die er seit 1985 pflegt. Ihr wisst, was das ist, Bitte-nicht-stören-Schilder? Ja. Das sind die, die man vorne an die Tür hängt. Drei Sekunden. Also Frau Eieruhr hatte auch jetzt letztens überlegt, das in Disneyland zu zocken. Weil da war Micky drauf. Ah, ihr wart in nem Themenhotel? Ja. Okay. Da, wo ich war, gab's keine schönen Schild. Ja. Okay. Da kam, hatte ich sogar... Morgens hatte ich Micky-Maus bucht. Von neun bis elf Uhr dreißig, oder so. Das ist so, Jay, schreib mal nie... Der, der erst im Kopf hatte, schreib ich mal nicht. Okay. Die wär nämlich 96.000 gewesen. Ja, die Frage... Gibt's überhaupt so viele Hotels? Wie viele Hotels gibt's überhaupt? Warum? Der kann ja auch aus nem selben Hotel immer wieder ein Schild mitgenommen haben. Ach so, das zählt auch, oder was? Der arbeitet einfach als Zimmerservice und klaut einfach immer die Dinger. Ja. Brammen sagt 4.800. Und Jay sagt 899. Sorry, Brammen. Das heißt, 849,50 ist der Mittelwert. Wieso, ist das okay? Okay. Ich hoffe, Matteo hat wieder 30. Ich hab 35 hab ich. Ich hab nur so'n Typ, der hat so'n 35. 35? Ja, 35. Das sind voll viele, oder nicht? Die hätte ich ja schon alleine haben können. Matteo sagt aber 9.000. Ach so, ne, doch 9.000. Ups. Ja. Aber Flesk hat jetzt 35. Nee. Und der ist ja auch der einzige Mensch, der die sammelt. Flesk sagt 5.700, das heißt 7.350. Oh fuck, brav. Dann hab ich gerade 5.750. Wieso? Vielleicht, vielleicht hat er auch einen Tauber oder so. Ey, der hat jetzt so ne Sammlung mit 30 Stück oder so. Ey, ohne Mist. Er hat bestimmt irgendwie jetzt 96.000. Nein. Er hat saved doch super viele, oder nicht? Ja, bitte, super viele, bitte. Die richtige Antwort sind... 140. 12. Nein. 8888. Yes. Ja, der hat aber dann auch gehört bei der Zahl. Kann sein, dass es mittlerweile sogar noch viel mehr sind, aber das ist die Info, die ich hab, aber ist ja auch egal. Also, ihr seid auf jeden Fall näher dran, das heißt Matchball abgewehrt. Ich glaub, der hat die alle verkauft, dass er nur noch... Da hab ich mal ne Frage. Der hat 6.000 verkauft, mein ich. Es gibt ja bestimmt ne Fabrik, die bitte nicht Stirnschilder herstellt, ja? Und die machen... Verkaufen die ja nicht einzeln, sondern so 1.000er-Packs, ja? Ja. Der Besitzer der Fabrik ist der nicht automatisch der Weltrekord halte. Ja. Aber verschiedene, ne? Gut verschiedene, ne? Stand nicht da. Ja, also... Weil ich hatte immer dasselbe, immer aus dem... Boah, das ist ja... 15.100 ist der aktuelle Rekord sogar? Okay. Krass. Ja, okay, aber... Aber das ist die Zahl, die ich recherchiert hab. So stand es auf jeden Fall. Das war jetzt wieder so random. Dann habt ihr wieder lucky gewonnen. Ja, ja. Ja, 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 alles ist random hier. Was? Nein, den Rest kommt man wissen. Trotzdem, nächste Runde, Matchbar wieder für Bram und Jay. Die Frage lautet, wie viele Hula-Hoop-Reifen brachten die Chinesin Jin Lin Lin am 28. Oktober 2007 gleichzeitig in Schwung und auch dieser Rekord, also selbst wenn da jetzt mittlerweile mehr gibt, das ist der Rekord, den ich hören möchte vom 28. Oktober 2007. 3 Sekunden Zeit. Gleichzeitig Hula-Hoop-Reifen. Man muss ja mal ganz kurz mitgehen. Ja, aber eigentlich könnte man... Schwierig finde ich. Man könnte das so überlegen, ne? Also... Ich wollte überlegen, wie dick sind die? Weißt du, wie viele von so bei anderen fast? Ja, ja, ja. Da hab ich gerade kurz gefettfingert. Das wär unangenehm geworden, die Antwort. Also, die schwingt safe im ganzen Körper. Alles. Über die ganze Länge. Ja. Und dann halt so voll viele... Keine Ahnung. Ja. Und sie sind so... Nach 20 Zentimeter zur Hand, dann kriegst du da auch noch ein paar drauf. Ja, stimmt. Aber vielleicht pränkt ihr mit einem an und macht dann halt immer oben einen draufgeworfen, weißt du? So wie... Ja, ja, ja. Brammen sagt 42. Nee, mehr, mehr. Jay sagt 35. Das schaff ich ja! Das schaff ich ja! Junge, Matthias wie denn? Das will ich auch sehen. Hä? Matthias hat jetzt geschrieben 9000. Guck mal, was ich gemacht hab. Ich hab 157. Als ob die 157. Ja komm, aber wahrscheinlich hat die vielleicht wirklich 60 oder sowas. Aber dann werden wir immer noch besser. Wie, aber wie denn? Das ist gut. Naja, einfach viele. Richtige Antwort ist... 105. Ja! Und Matteo näher dran, das ist der fünfte Kunde. Das kann doch jetzt, Alter. Das kann doch jetzt, Alter. Den können die nicht zu Hause nachmachen, bin ich ehrlich. Was ist das denn für ein Quatsch? Ey, ich freu mich schon so auf das Video oder den Stream, wo ihr halt diese Korde brechen möchtet. Ja, den können wir nicht brechen. Ja, den Matteo macht er. Der sagt ja, die sind alle einzig. Ja, den mach ich. Den mach ich. Der Matteo kriegt alle Rekorde, ja. Okay. Also, 32 hat er grad gesagt, macht er ganz einfach. Wir kommen zur 12. Rote. Das heißt, es ist jetzt wieder Matchball für Brammen und Jay. Ja. Wie hoch kletterte der 13-jährige Maiko Kieswetter an Dartpfeilen, die in einer Holzwand steckten? Was? Wie hoch ist der an Dartpfeilen geklettert, die in einer Holzwand steckten und zwar in Metern? War der gesichert? Wahrscheinlich, ja. Aber, äh, er ist da... Also, ich... Hatte der... Hatte der... Hatte der nur so zwei... Hatte der zwei Dartpfeile und ist dann immer so hochgeklettert? Oder waren die schon drin befestigt und er ist einfach da hochgeklettert wie an der Leiter? Das ist ne gute Frage. Das ist ne gute Frage, ja. Das ist ne gute Frage, ja. Schau ich grad mal nach. Das ist ja ne... Also, so wie ich das auf den Bildern sehe, äh, waren die da quasi schon drin. Schon drin. Das heißt, die wurden reingeworfen oder reingesteckt, wie auch immer, und erst dann daran hochgeklettert. War das ja einfach. Und ist nicht querschnittsgelehnt oder irgendwie so weit. Ich weiß nicht, ob... Okay. Also, die Forderung vom Guinness Buch der Rekorde ist, dass man den Weltrekord auch überlebt. Wahrscheinlich schon. Sonst kriegt man ihn nicht. Also, Blask. Du bist... Ja. Du bist Klettermeister. Ja, aber ich kletter natürlich nicht mit Dartpfeilen. Warum nicht? Warum nicht? Ja, weil ich nicht 13 Kilo wiege. Okay. Na gut, dann nicht. Was? Wugt ihr nur 13 Kilo? Aber ist das nicht scheißegal, ob ich jetzt ne 2 Meter hohe Wand oder ne 5000 Meter hohe Wand kletter? Ja, das frage ich mich mal. Ist doch eigentlich scheißegal. Das ist super random. Ja. Das hat der scheinbar bei Wetten, dass gemacht. Er ist auch 13, ne? Bei Wetten, dass hat der das gemacht? Ja. Oh, okay. Achso. Ja gut. Dann, äh, sag ich hier so. Komm. Oh fuck, Alter. Ich bin, ich bin sogar zu hoch. Ich hoffe, du warst konservativ. Ich dachte mir jetzt gerade so. Ey, wenn der's, wenn der's beim Wetten, dass im Studio. Nee, die waren, das ist ne Außenwette. Gibt auch Außenwette. Ja trotzdem, da müsst ihr so ne Kunstwand hingestellt haben. Die wird wahrscheinlich mit 10 Baggern gestützt worden sein. Ja, ja. Auf 5000 Ajax. Auf 19. Oh je. Oh nein, nein. Ich hoffe, er sagt 57 Meter. Ich hoffe, er sagt 57 Meter. What? Ein Schnitt von 38. Ich hatte erst 69 da stehen. Das ist doch so ne scheiß Kinderwette. Die können doch meistens gar nichts. Die können gar nichts. Die können gar nichts. Sieben Meter? Sieben Meter? Ja. Machio sagt zwölf. Ja, okay. Also komm. Komm. Also müssen wir haben. Du musst ja auch mal Dartfalling so hinwerfen, dass der da 50 Meter hochteilen kann. Ja, stimmt schon. Stimmt schon. Come on. 20 Meter wird der wohl gemacht haben. Nein, 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 nein. Der Weltrekord beim Klettern am Dartfallen liegt bei 5 Metern. Ja. Ein Lables. Sehr stark. Und Deon plays damit den Punkt. Und es steht jetzt 6 zu 6. Oh mein Gott. Das heißt, die nächste Runde, der nächste Weltrekord wird alles entscheiden. Der ist 5 Meter geklettern. Das könnte ich auch. Das ist jetzt mega enttäuschend. Ja, das könnte ich sogar. Ja. Während ich die Ajax kaputt mache. Du könntest auch vielleicht die Kinderwette da durchwischen. Wenn ich so meine Dinger werfe. Wir kommen zum letzten Weltrekord, der das Ganze hier entscheiden wird. Oh Mann, Alter. Ey. Wie oft küssten sich die US-Amerikaner Paul Fremenau oder wie auch immer und Alina Evans am 14. Februar 2012 innerhalb von 60 Sekunden? Wie oft? Also öfter, als man Eier wahrscheinlich zerbrechen können, ne? Also es musste, es musste auf jeden Fall auch eine Distanz zu sehen sein zwischen denen, dass sie halt einmal gestählt wurde, oder? Bram, stop it! Hey, hey, hey! Ich hab kurz aufgeregt. Die Gips, die entstehen, sind heute ganz toll. Ja, also es mussten, die Lippen mussten sich quasi wieder trennen und dann wieder zusammen. Das ist ein Kuss. 30 Sekunden. Matthäus, alles oder nichts? Bram, bitte einmal als... Vertrau deinem Herz! Vertrau deinem Herz! Vertrau's aufs Herz der Karten! 60 Sekunden. Mit Zunge oder ohne? Ja. So schnell wie möglich. Äh... Schokoküsse? Bram? Bram, Alter! Hat es ausprobiert? Das ist halt schon... Das ist halt klarer Anstrengend. Aber so viel Eier hat die doch schon, oder? Bram, ich glaube, ich hab wieder... Ich hab versagt. Aber das... Da kommen wir... Was hat Matthäus? Ich hab... 80 Sekunden. Ich hab... Das ist ganz schön anstrengend. Ich hab 30. Helmar! Flash sagt 169 Mal. Oh nice, ja. Und Matteo sagt 120. Das ist ein Schnitt von 144,5. Scheiße, aber das ist doch sicher an die 180, oder? Komm bitte! Ja, drei Küsse pro Sekunde. Aber vielleicht... Das ist ja auch schon wieder so ein dummer Weltrekord. Den hat ja niemand nachgemacht bisher. Oh nein! Den könnt ihr gerne auch brechen, wenn ihr wollt. Nein! Safe! Das ist mehr als 140. Die richtige Antwort ist... Das muss mehr sein, sonst ist das lächerlich. 258. Ja! Bram und Jay sind näher dran, holen sich den letzten Punkt. Alter! Du warst richtig nah dran. Übel nice. Ja, Jay war zwei entfernt. Boah. Sehr gut. Krass. Okay. Da hab ich aber Glück gehabt. GG. Stark. Ja, war knapp. Das ist das vierte Spiel, das Bram und Jay gewonnen haben. 4 zu 2. Ja, dann tu das. Ja, ich auch. Schön an alle, die mitgemacht haben. Geh schnell, Struland, alles klar. Ja, mach das. Für alle diejenigen, die in der Watchbody-App mitgemacht haben. Ich hab ein paar Schnittchenpunkte gesammelt. Ich hoffe, das hat alles geklappt. Und ihr wusstet sehr, sehr viel. Dann nochmal Dankeschön an alle, die hier fleißig subben oder Subs verschenken. Das ist natürlich immer gern gesehen. Und denkt dran, ihr könnt auch gerne bei Flask oder Bonschwa einen Sub dalassen oder den Donation oder was auch immer. Das freut uns natürlich auch immer. Danke. Matteo, alles gut bei dir. Ja. Ja, zwei Spiele bisher. Ja, also jetzt das letzte Spiel war wirklich sehr viel mit ... Also sehr random, muss ich sagen. Es ist sehr schwer abzuschätzen, wie die Weltrekorde sind. Und dann wär's ja schon 3-3 gewesen. Ja. Wenn wir das geholt hätten. Bis auf das letzte Game war's ja spannend. Das ist ja auch wichtig, dass es dann nochmal beschwunden bleibt. Ja, es war sehr, sehr spannend, sehr, sehr knapp. Mhm. Und jetzt steht und fällt alles mit dem nächsten Spiel. Ob Bram und Jay dann sich in die Matchball ... Matchrunde, Matchspielposition begeben. Oder ihr das vereiteln könnt. Ja. Ich hoffe, keine Sportkategorien. Sport bin ich sehr schlecht. Und Politik bin ich sehr schlecht. Was geil wär, wär Naturwissenschaften oder sowas. Irgendwie so ... Ja, Naturwissenschaften, da seh ich mich. Wie viele Beine ein Schnabeltier hat zum Beispiel. Wüsste ich. Tierfrage. Weißt du, wie viele Beine ein Schnabeltier hat? Beine. Ist das ein Zwei- oder ein Vierbeiner? Ein Beine, ein Schnabeltier. Ja. Ist das eine Fangfrage? Hat das gar keine Beine? Hat Flossen. Nein, nein, nein. Die eine Antwort ist richtig. Zwei- oder Vierbeiner? Vier. Ich sage, es ist ein ... Wenn's ... Wann mal. Warte mal. Ist das so irgendwie ... Ist das so ein Amphib oder was? Oder ist das ein Amphib? Das ist so ein Säugetier, oder? Nee, warte mal. Kommt Jay auch schon. Nein, Schnabeltiere legen noch Eier. Es ist der einzige Säugetier, was Eier legt, oder? Ey, wie los ich jetzt gerade ... Nee, stimmt, das ist ein Eier. Stimmt, das legt ja Eier. Ja, ich bin vielleicht mega los. Aber das ist ja trotzdem ... Ist das nicht das einzige Schnabeltier, was Eier legt? Ich komm ... Ich weiß auch nicht. Ich hab keinen Plan. Ich wusste nur, dass das Schnabeltier so schwer zu definieren ist, weil es sieht aus wie ein Vogel, aber legt, glaube ich, keine Eier, oder? Sind das Säugetiere? Ich schreib Säugetier. Die Frage ist jetzt, ist das ein Zwei- oder ein Vierbeiner, Matteo? Ich sage, es ist ein Zweibeiner. Ja, oh mein Gott. Genauso scheiß wie Matteo. Hä? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hat es Hände? Hattest du Hände, oder was? Ja, nein, es hat vier Beine. Hast du ja keine Ahnung. Ich bin bereit. Ja, es ist auch so. Ich bin auch sehr lost. Bin komplett lost. Sehr gut. Vielleicht könnt ihr das jetzt im nächsten Spiel nutzen, dieses Wissen, was ihr gerade euch angeeignet habt. Ja, ja. Und das nächste Spiel heißt, so ist es Spiel Nummer sieben. Biologie. Oh Gott. Eins fehlt. Eins fehlt, heißt das Ganze. Und es funktioniert so. Ich zeige euch gleich eine immer thematisch in sich geschlossene Gruppe an Elementen, von denen ein Element fehlt. Wir machen auch ein Beispiel. Ihr müsst mir dieses fehlende Element nennen. Wasserstoff. Das Team, welches buzzert, hat fünf Sekunden Zeit, mir die Antwort zu nennen. Ist die Antwort richtig? Ist ja das Periodensystem. Bekommt dieses Team einen Punkt, ist sie falsch, bekommt das gegnerische Team einen Punkt und wer zuerst sieben Punkte hat, gewinnt das Spiel. Ja, also relativ klar. Ich mach aber auch ein Beispiel. Wie funktioniert das? Irgendeiner buzzert einfach und dann zählt das und dann muss der auch reden, der gebuzzert hat. Ihr könnt jederzeit buzzern, habt dann fünf Sekunden Zeit, die Antwort zu geben. Okay. Die erste Runde wären Wochentage und von diesen Wochentagen fehlt einer. Und wir müssen nur sagen, welcher das ist. Freitag. Krass. Also drücken und angucken. Wann, willst du mich verarschen? Ich hab das Gefühl gehabt, dass das vielleicht früher kam. Ja, das war sehr schnell. Das war sehr schnell. Ja, also der Freitag hat gefehlt. Die korrekte Antwort war aber nur ein Beispiel. Gibt keine Punkte. Ja, zu Recht auch. Vor allem vielleicht. Keinen Punkt. Halb kann ich hier gar nicht vergeben. Wer zuerst sieben Punkte hat, gewinnt das Spiel. Und wir gehen in die erste Runde und gesucht sind Vereine der Fußball-Bundesliga 2022-2023. Also die Bundesliga-Saison, die beginnt. Erste Bundesliga der Herren. Und ein Verein fehlt. Es sind 18 Stück. Welcher ist es? Ah, nein. Da ist er. Ich dachte mir so, ah, RB Leipzig ist nicht drauf. Ja, scheiße. Borussia Dortmund. Nee, ist da. Ist auch unten links. Gerade. Ich weiß das immer noch nicht. Die Hertha ist auch da. Hä? Ich bin drüber geflogen und dachte mir so, RB Leipzig ist nicht drauf. Hä? Bochum? Nee, hä? Was ist das? Warte mal. Ja. Aber es ist Bayern 04, Leverkusen. Ja, die kann man auch mal vergessen. Ich habe mir nur einen rausgepickt, weil ich mir dachte, vielleicht weiß ich ja eins und wenn es nicht drauf ist, kriegen wir einen Punkt. Ich sehe keinen RB Leipzig und denke mir, nice, freier Punkt. Aber ich hätte ja keins gewusst. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Fußball. Aber den hätten die so oder so bekommen, glaube ich. Nach Zeit. Aber jetzt bitte dann auch noch die englische Liga durch. Nein. Die zweite Bundesliga. Fußball haben wir jetzt ja. Zumindest. Formel-1-Fahrer. Bitte kein Formel-1. Nee. Das nächste Thema. Europäische Länder. Ja. Bundeskanzler bzw. Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Einer oder eine fehlt. Alter. Wer ist es? Ähm. Äh. Wer passt da zum Buzzern? Bram? Mein Gott, ey. Willy Brandt. Ja. Stimmt. Alter, ich war so. Ey, wie hieß der? Helmut, Helmut, Helmut. Nein, der hieß nicht Helmut. Und mein Kopf war so. Dennis, denk nicht an Helmut. Ich war so kurz davor zum Buzzern und Ludwig Erhard zu sagen. Dann hab ich noch mal gegen gecheckt. Uiuiui. Unangenehm. Trick, Olaf Scholz ist nicht drauf. Woll grad im Buzzern. Warte mal. Der ist ja hier. Das ist so unangenehm. Okay, okay. Also, Sport und Politik, Matteo. Jetzt beides. Ja, jetzt haben wir beides weg. Okay, geil. Haben wir beides weg. Jetzt kommen Flaggen. Welche fehlt? Nein. Nächste Runde. Anrainerstaaten der Donau, also Staaten, die einen Donau-Ufer besitzen. Also, entweder fließt da die Donau durch, oder der Staat, da ist die Donau-Grenze. Es zählt natürlich auch. Einer dieser Staaten fehlt. Mit. Mir sagt mehr, welcher. Hey. Tschechien. 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 Tschechische Republik. Tschechien. Das ist, glaub ich, dasselbe. Ich hab aber keine Ahnung. Das ist falsch. Österreich. Sorry, Bram. Oh, danke. Das ist egal. Ich hatte gar keine Ahnung. Ich hätte jetzt gedacht, die fließt halt durch Ungarn, durch Westen. Dann dachte ich halt, dann fließt die halt so noch so um Tschechien rum. Leider nach Österreich. Fließt die durch Wien? Äh, ja. Geht auch krass durch Wien. Garde? Eigentlich. War ich schon. Ja, und? Man muss ja nicht jeden Fluss kennen in jeder Stadt, wo ich mal war. Doch. Wir suchen die Landesrundfunkanstalten der ARD. Okay. Und eine davon fehlt, sind neun Stück. Okay, ich drück einfach jetzt direkt. Eine fehlt. Ja, viel Spaß. Mhm, klar. Auf jeden Fall. Matteo. NDR. Ja. NDR, ja. Stark. Ist korrekt. Richtige Antwort. Und für euch zwei zu zwei. Und die nächste Gruppe. Was ist denn SR? Die Achtung, die Sieger starten beim Eurovision Song Contest, aber nur von 2010 inklusive bis 2022 inklusive. Äh. Doppelungen werden nur einmal aufgeführt. Kennst du einen, Matteo? Ich kenn gar keinen. E-T-E-F. E-T-E-F. Sieger starten beim Eurovision Song Contest, einer fehlt 2010 bis 2022. Bram. Als ob. Moldawien. Bitte was? Ja. Warum nicht? Keine Ahnung, kann sein. Moldawien? Wir haben auch mal gewonnen, oder? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Wirklich, pass auf, Anja hat die Sache gemacht. Also Moldau meinst du? Mein erstes Ding war so, okay, Moldawien fehlt bestimmt. Und dann war so, hab ich nicht gesehen. Dann dachte ich, drück mal. Ja. Hast du nicht gesehen, ist auch nicht dabei. Ist aber auch nicht gesucht. Wir haben Deutschland gesucht. Ich wollt grad sagen, so Deutschland ist nicht drauf. Er hat zu schnell gebossen, wir wollten nicht drauf. Ich dachte, Satellite wäre 2009 gewesen. Äh, 2010. Weiß ich nicht. Okay, krass. 2011 war Deutschland, äh ... Ist ja alles ganz beschissen, muss ich sagen. Ich dachte mir so scheiße, Trick wird's auf keinen Fall sein. Genau, das ist der Trick, dachte ich auch. Italien hat mal gewonnen? What? Ja. Ja, vor kurzem. Mit den Koksern, die haben gekokst. Ah, okay. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Als die da halt abgesnifft haben. Ja. Okay. Da müssen wir jetzt aufpassen, ne. Die ganzen Maneskin-Fans jetzt. Es war, es sah nur so aus. Ja, ja. Ich würd nicht mehr, Jay. Du machst das. Ja. Er ist voll okay. Ich hab auch einmal verfallen. Die haben Allergien. Wir suchen die zwölf Jünger, beziehungsweise Apostel von Jesus Christus. Und einer davon fehlt. Wer? Jake. Judas. Judas. Ja. Judas fehlt. Judas fehlt. Das war der einzige, den ich gesucht hab und dachte so, ich hab dabei sein. Genau, ja. Hat Theo ist nicht der von Spongebob? Alter. Was? Der kennt nicht Jakobus, der Jünger. Der Jünger hat Hadeus. Ja. Bei Jakobus waren sie nicht so kreativ. Da gab's nur zwei. Naja. Okay, es steht 3 zu 3. Die waren nicht kreativ, weil die ja wirklich existierten. Ja, wir kennen sie ja auch. Thomas. Die waren sehr kreativ. Thomas und Andreas. Ja. Bartolomeus. Wir kommen zur nächsten Runde. Gesucht sind Spielfilme von Quentin Tarantino, bei denen er als Regisseur arbeitete. Okay. Also nur Spielfilme, wo er als Regisseur arbeitete, von Quentin Tarantino. Einer fehlt. Reservoir Dogs. Ja. Reservoir Dogs ist korrekt. Wow. Der neu? Ist das der neue? Nein, nein. Reservoir Dogs. Das sagt mir gar nichts. Ja. Der ist ... Klassiker. Liegt mir da immer nur einen raus, hoffe, dass das nicht dabei ist. Ja, ich auch. Ich auch so. Ich war so, okay, komm, Kill Bill Wolltum 2 ist nicht dabei. Ja, ja. Ah, du Sahne. Sehr schnell. Sehr schnell. Danke. Wir kommen zur nächsten Runde und gesucht sind ... Bin ich jetzt gespannt. Die Studioalben von Helene Fischer. Was? Nein. Und ein Studioalbum fehlt. Sehr ernst. Ja, Leute. Ja. Ah. Ja, gut. Ähm. Kann ich kurz Frau ... Ah! Ich lege mal nach hinten. Das ist ein Gamble, oder? Nein, bitte, bitte nicht. Bitte. Mach's nicht. Ja, Mai auch nicht. Okay. Ich würde sagen, atemlos ist es schlimm, oder? Atemlos war die Single. Aber nicht das Album. Ja, dann drück doch, Jay. Drück doch mal. Sag das doch mal. Nee, nee, nee. Ich bin noch nicht so sicher. Aber ich ... Leicht. Wie könnte das denn heißen? Können wir mal überlegen, wie das vielleicht heißen könnte? Ey, das könnte alles sein. So wie ich bin. So nah wie du. Von hier bis unendlich. Rausch. Vielleicht so Home Sweet Home oder so. Nee, so Liebe und Hass. Ja. Schmerz und Himmel. Was weiß ich was. Das kann alles sein. Ich dachte so was, was so meine Mutter irgendwie zu Hause auf der Wand stehen hätte. Von da bis dort. Ja. Ja, so was. Von da bis dort ist ein geiler Titel. Sag ich mal fünf ... Zuhause ist, wo du glücklich bist. Ja, genau. Vier, drei ... Was ist denn mit Magie, Sonne? Bei dir schon Zaubermutter. Eins. So. Keine Ahnung. Dann schließe ich die Frage. Ich hab jetzt gegambelt, weil ich glaube es ist Atemlos. Aber ich wollt nicht, dass Jay-Z drückt und versucht. Haben wir alle gehabt wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Also Atemlos wäre halt das Offensichtliche, aber ... Ja. Es ist auf jeden Fall, soweit ich weiß, das Album auf dem Atemlos drauf ist. Aber das heißt nicht Atemlos, sondern Farbenspiel. Ah. Hätte er auch nie genommen. Hätte Andi ja nie gemacht. Hab ich schon mal tatsächlich gehört? Bitte? Aber ... Schon mal gehört. Der Chat hat geschätzt Himmelblau, aber ... War noch ein Banger, ey. Das war geil. Nein, das war ... das ist richtig nice. Das ist ein richtiger Boomer-Song, Alter. Vor aller Generation. Nächste Runde. Kein Punkt wurde vergeben. Und wir suchen Monatsnamen. Alle Monatsnamen. Einer fehlt. F***. 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 Februar. Einfach angefangen. F***. F***. Ist nicht dabei. Wichtige Antwort. Euer vierter Punkt. 4 zu 4 steht. Stark. Ja. Sieben Punkte um zu gewinnen. Boah, das ist so spannend. Die Matches von uns sind echt krass eng. Wir suchen Hauptstädte der Nachbarstaaten von Deutschland. Hauptstädte der Nachbarstaaten von Deutschland. Einer fehlt. F***. Boah. Häh? Jay. Den Haag. Den Haag. Das ist Holland. Und das ist nicht Amsterdam. Das müsste Den Haag sein. Ich hab mir schon gedacht, dass er das sagt. Das ist Den Haag. Das ist ein ganz freches Ding gewesen. Hey, das ist ja heftig, wie schnell das kam. Ja, jetzt muss ich kurz nachkommen. Als ob jetzt Amsterdam das ist. Amsterdam ist nicht die Hauptstadt von den Niederlanden. Beziehungsweise je nachdem, wie es geht. Wir haben halt dieses Ding mit Regierungssitz und Hauptstadt. Ich hätt 100 Prozent. Und der Regierungssitz von Niederlanden ist Den Haag. Die Hauptstadt heißt Amsterdam. Oh shit. Ich hätt 100 Prozent Amsterdam gesagt. Ich auch. Ich auch. Das ist gemein. Scheiße. Das ist also falsch. Passiert. Ah. Das ist richtig dreckig gewesen. Fünf zu vier. Geiße. Für Matteo und Flesk. Und die nächste Gruppierung sind James Bond-Darsteller. Einer fehlt. Nein! Ja! Es ist wirklich Piers fucking Brosnan, Alter. Und das ist korrekt. Junge, Matteo ist smurfed hier durch. Der sechste Punkt vor. Der junge Matteo, ey. Also. Wir haben jetzt eine Matchballrunde für Flesk und Matteo. Ich komm mit dem Druck nicht klar. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Wir suchen ... Es wird jetzt wieder interessant. Vor allem für Matteo. Austragungsländer der Fußball-Weltmeisterschaft der Herren. Alle. Alle! Fußball-Weltmeisterschaft der Herren. Äh, zählt die jetzige mit? Die in diesem Jahr. Okay. Und die Doppelungen werden nur einmal aufgeführt, logischerweise. Es sind 18 Stück und ein Land fehlt. Okay, Katar ist eh da. Alter. Ey. Ha! Jay. Frankreich fehlt. Frankreich 98, oder? Ich hab mich nicht getraut. Ich hab mich auch nicht getraut. Ich hab auch gesagt, Frankreich. Frankreich 98, oder? Ich hab sogar noch ein zweites. Frankreich 98, oder? Nicht. Okay, vielleicht hab ich's dann versaut. Was ist zweite? Was ist zweite? Ich dachte, das wäre Frankreich. Frankreich. Doch, klar! Das ist Frankreich. Ja, klar, gab's noch dieses Spiel dazu. Ich hätte auch Frankreich draufhauen müssen. Alter, ich hatte echt Angst. Kurz. Ich kenn mich da so schlecht aus, dass ich das niemals gegambelt hätte. Aber es muss ja eigentlich, ne? Die hat mich voll getrollt, Alter. Mit Korea und Japan. Sorry, sorry. Wieder ein Matchball. Eine Matchball-Runde für Matteo und Flesk. Und wir suchen Buchstaben des deutschen Alphabets. Aber ohne Umlaute und ohne SZ. Also insgesamt die 26 Stück. Und eins fehlt. Ein Buchstabe fehlt. Ich hab grad das Q gesucht. Nice, Bram. Richtig. Ich hab grad das Q gesucht. Nice, Bram. Richtig. Krass. Also 6 zu 6. Die nächste Runde wird das Ganze wieder entscheiden. Genauso spannend wie eben das Spiel. Let's go. Oh mein Gott, ey. Let's go, Bram. Und gesucht sind SI-Basiseinheiten. Was ist das denn? Was ist das denn? Die SI-Basiseinheiten und eine Einheit fehlt. Ähm. 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 Ohm. Ohmen? Das wäre doch Volt, oder? Ohm. Was ist denn Ohmen? Ohm. Nicht Ohmen. Ist das nicht Temperatur? Aber ist das ne Basis? Ich hätte Volt gesagt. Ich hab keine Ahnung. Ah nein, war falsch. Also, Matteo sagt, um uns ... Und ein Liter! Schade. Warum heißt das eigentlich Kilogramm und nicht Gramm? Liter fehlt! Liter! Das sind die Basiseinheiten. Oh Mann. Die fehlende Einheit ist ... Alles gut. Sekunde! 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 Natürlich! Ich dachte ... Warum heißt du das Kilogramm? Das ist die offizielle Ball. Das hab ich mich auch gewundert, dass es nicht Gramm ist. Aber es ist so. Oh Mann. Ich dachte, ich gamble einfach. Drück einfach schnell, weil die werden's rausfinden. Ja, hat passiert. Ich hab mich nicht gebraucht zu buzzern. Das war ... Wie viel ist denn so ein Kubikdezimeter? Sekunde! Ein Kubikdezimeter ist ein Liter. Ha. Oder? Ja. Wie auch immer. Also, sieben zu sechs geht dieses Spiel aus. Wieder superknapp. Und damit holen sich Bram und Jay den fünften Punkt des Arms. Fünf zu zwei steht's. Das bedeutet, das nächste Spiel ist ein Matchballspiel. So eng. So eng. Kann auch andersrum stehen. Mit den Arm gewonnen. Kann genauso auf 3 zu fünf stehen. Shit. Also, wo wir jetzt in Führung sind, möchte ich ja sagen, die meisten Sachen basieren auf Wissen und nicht auf Glück, ne? Ja. Vor allem die Schätzfragen, die waren sehr ... Also die 220 Küsse. Oh Mann, hätte ich einfach mal nicht gedrückt, ey. Wissensmäßig. Ach, dafür hast du die anderen Punkte geholt. Ja, wirklich. Das ist der falsche Schluss, wenn du mal den letzten falsch gemacht hast. Hättest du genauso gut Fresc blamen können, als der den ersten falsch gemacht hat. Genau. Okay, Les, ist deine Schuld. Frankreich wusste ich, hab nicht gebuzzert. Und dann war's Frankreich. Und das fühlt sich auch scheiße an. Alles gut, alles gut. Wir holen es noch. Jawohl. Ihr seid bereit für das nächste Spiel. Puh. Könnte das letzte sein. Niemals. Wenn ihr das doch holt, geht's doch bis eins. Ich sag's euch, ne? Ja, ja. Auf Flaggen in Biologie. Überlegt euch das, ob ihr das wollt. Jetzt bitte kein Formel 1 oder so. Formel 1. Hält Mais. Formel 1-Grid, komm. Wo ist Waldo oder so? Ja, wo ist Waldo? Afrika machen. Ja, bitte Afrika, 100 Prozent, please, jetzt. Wieso wollt ihr Länder in Afrika machen? Weil wir das beide gelernt haben. Ach, ernsthaft? Könnt ihr die alle? Ja. Versteckt heißt das Spiel und die Regeln sind folgendermaßen. Ihr bekommt gleich ein Bild gezeigt, auf dem ihr etwas finden müsst. Dazu kann jeder Spieler innerhalb von 60 Sekunden durch Klicken auf das Bild einen Kreis platzieren. Ja. Ihr könnt innerhalb der Zeit so oft korrigieren, wie ihr möchtet. Ihr seht aber logischerweise nur euren eigenen Kreis. Nicht den des Teampartners und auch nicht den des anderen Teams. Ja, logisch. Mhm. Mit Ablauf der 60 Sekunden wird automatisch eingeloggt. Mhm. Also da, wo der Kreis dann ist, das bleibt auch so. Befindet sich das Gesuchte danach innerhalb dieses Kreises, bekommt das Team einen Punkt. Mhm. Vollends? Bitte? Muss es vollends in den Kreis reinpassen? Nein. Oder reingeschnitten? Oder reingeschnitten? Es muss im Kreis sein, also der Rahmen des Kreises. Das ist schon eindeutig. Wenn der drauf ist, aber innen drin ist es nicht, dann zählt es nicht, sondern es muss innen drin sein. Und wenn es nur ein ganz kleines bisschen ist, das ist dann in Ordnung. Befindet sich das Gesuchte danach innerhalb des Kreises, bekommt das Team einen Punkt. In jeder Runde kann jedes Team also bis zu zwei Punkte erhalten. Und wir spielen, da wir jetzt auch schon so spät haben, spielen wir jetzt drei Runden. Aha. Also. Zack geht das jetzt hier. Klatschen muss es. Das Team, der die meisten Runde Punkte hat, äh, 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 Punkte hat. Schon weiß. Hören wir mal ein Beispiel? Es gibt kein Beispiel, aber ich denke, ihr werdet das gleich verstehen. Äh, ich starte in den Timer dann und, äh, mach euch das. Boah, Helene Fischer, hier hast du das Konzept gespielt. Hier schon mal näher an das Ding dran hier. In diesem Beispiel müsst ihr, ist die Frage, wo befindet sich ein Augapfel der Mona Lisa? Also entweder der linke oder der rechte Augapfel, das ist mir egal. Ihr müsst den aber treffen, einen von den beiden. Mhm. Der muss zum Teil da drin sein. Und, äh. Wir dürfen umsetzen auch, ne, wenn wir einmal gesetzt haben. Wie mach ich den Kreis? Ich kann doch nicht klicken. Ja, noch nicht, weil der Timer läuft nur nicht. Ihr klickt einfach irgendwo hin, das, was nach 60 Sekunden, äh, wo der Kreislang ist. Jetzt ist die Frage, wie groß ist der Kreis? Mann, da bin ich gespannt. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Da bin ich gespannt. 60 Sekunden laufen. Das geht ja sogar noch. Und, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr seht unten die Farben. Wer, welche Farbe ist, also Bram. Junge, weh, ich hau den jetzt komplett daneben. Wieso krieg ich denn die Fleska-Farbe? Der verwirrt jetzt. Das ist ein krasses Spiel, muss ich sagen. Das ist ein sehr krasses Spiel. Mhm. Vielleicht liegt er nicht komplett daneben. Fleska hätte rosa sein müssen. Ihr habt recht. Ihr habt recht. Aber er ist grü. Das ist okay. Das ist richtig schwer. Du hast doch gar nicht im Kopf, wo genau das Auge ist. Wie denn auch? Keine Ahnung. Über der Nase ungefähr. Ach so. Zweimal, oder? Ja? Ja, glaub ich schon. Links und rechts, ja. Also, die Kandidaten sehen natürlich nur ihren eigenen Kreis, logischerweise. Fuck, es ist schwer. Fuck, es ist schwer. Okay. Oh mein Gott. Die Zeit ist rum. Please, please, please. Wir schauen uns mal an, wie das ganze Bild aussieht. Das hier ist die Mütze. Oh mein Gott. Ich war ja komplett off. Das war doch die Mitte. Ich bin komplett off. Das heißt, die Augen sind da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, aber das hat niemand. Das hat niemand. Oh mein Gott. Ich hab keine Ahnung, wie ein Mensch aussieht. Niemand hat das. Niemand hat das. Niemand. Oh mein Gott. Bramenskreis? Ich bin ja so weit daneben. Ich bin... Bramenskreis an. Bramenskreis an. Bramenskreis an. Das war krass. Nicht drin. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Scheiß. Jayskreis? Ja, ich bin auch falsch. Ich dachte, das wär weiter rechts. Okay. Ey, wisst ihr, wo meiner ist? Meiner ist einfach auf ihrem Hals oder tiefer. Ja, meiner. Und zwar, Matteo ist hier. Mit seinem Auge. Scheiß. Das kann aber auch sein. Hals, hab ich gesagt. Ich bin auch auf'm Hals. Und Flask sagt hier. Und Flask hat keiner getroffen. Ja, haben wir uns ja gar nicht blamiert. War super. Ja, aber was sagt uns das? Der Typ, der das Bild gemacht hat, kann nicht malen. Der hat keinen Plan, wie man ein Bild hat. Ja. Der war ein fucking Noob, Alter. Auf jeden Fall, ja. Kompletter Noob. Der hätte sich mal 80 Eier an den Kopf hauen. Also, keiner kriegt hier einen Punkt. Kein Team. Hätte gedacht, da kommt dann einfach irgendwie der Kragen. Aber wir wollten auch... Ja, ja. Dachte ich auch. Krass. Aber ein geiles Spiel. Das ist super cool. Ja. Wir kommen zur zweiten Runde von insgesamt drei. Der Mond umrundet in etwa 27 Tagen im Uhrzeigersinn, in unserem Beispiel jetzt, die Erde. Die Position des Modes an Tag 1 seht ihr auf dem Bild. Wo befindet sich der Mond an Tag 21? Das ist die Frage. Wo befindet sich der Mond an Tag 21? Ihr müsst den Mond treffen. 60 Sekunden. Ich kann nicht auf den Rand. Wenn wo du da hinklickst, wenn du da klickst und da geht's nicht, dann ist er da auch nicht. Okay, das ist super nice. Warte mal, ich bin komplett raus gerade. Okay. So, hier. 20 Sekunden. Bitte, Jesus. Gib mir die Kraft. Im Uhrzeigersinn 27 Tage insgesamt. Wo ist er an Tag 21? Ich bin komplett verloren. Oh, Moment. Ist Tag 27 auch Tag 1? Was? Oh. Ja, aber der wollte ja bis dann Tag 21. Ja, ich weiß, aber ich habe natürlich dann meine 21 gesetzt und dann bis zu 27 hochgezählt, aber Tag 27 war links von mir bei Tag 1, von Tag 1 logischerweise. Ja. Genau. Das heißt, wenn er in 27 Tagen dann umrundet hat, ist Tag 1 ja auch Tag 27. Das heißt, ich habe es verkackt. Ja, ich habe auch verkackt. Gut. Alles klar. Oh, ich könnte vielleicht knapp verkackt haben. Also. Haben wir mal wieder hier irgendeine Welt als Scheiße verkackt. Das ist doch schön. Ich konnte eben nicht mal folgen. Ah, nee, warte. Oh, nein. Jay sagt hier. Oh, no. Das ist auch okay, Jay. Flesk sagt da. Und ich bin dumm. Ich glaube, er ist weiter oben. Und ich bin einfach dumm. Und Matteo sagt hier oben. Also schon. Also, Matteo ist näher dran als hier. Aber stimmt deins nicht, Matteo? Warte mal, ich überlege gerade. Ich glaube auch eher. Deins stimmt. Also, ich habe komplett Verdacht. Es könnte auch genau dazwischen sein. Nee, ich glaube, ihr habt recht und ich bin dumm. Nur ein Stück vom Mond, ne? Tag 1, genau. Wir sind eher so bei 19, oder nicht? Tag 21 ist hier. Ich habe Matteo als Einziger getroffen. Oh mein Gott. Tag 27 ist das Problem. Oh. Scheiße, das habe ich versaut. Oh Gott. Matteo hat es getroffen. Als Einziger, das heißt, ein Punkt für Team Flesk und Matteo immer noch 0 für Braun und Jay. Nee, ich habe das doch richtig gedacht. Nur halt dann, ihr habt mich ver... Weil ihr dann alle anders lag, dachte ich, okay, dann habe ich es falsch. Ich glaube, wir haben alle mit 30 gerechnet aus irgendeinem Grund. Also mit 30 Tonnen. Nein, also mit 27. Hä? Ja, oder mit 28 Monden sozusagen, genau. Und wir kommen zur letzten Runde. Beziehungsweise je nachdem, wie das jetzt hier ausgeht. Heißt so. Ein Punkt für ein Flesk und Matteo. Boah, wir sind jetzt nur dazu. Die Frage ist, das Wort Fantastic im Refrain von Barbie Girl von Aqua. Boah, wo ist das Wort? Hier in diesem Songtext. Das Wort Fantastic. 60 Sekunden Zeit. Wie groß wird denn das geschrieben? Hä? Ihr seht ja... Also, in welcher Zeile oder was? Ihr müsst das Wort treffen. Ihr seht ja, wie groß die Buchstaben ungefähr sind. Weiß leider nicht genau, wie der Song geht, aber... Okay. Das Wort Fantastic im Songtext von Barbie Girl. Ich glaube, hier. Boah, leck mich doch am Höschen, ey. Ich bin eine Barbie Girl in der Barbie World. Live in Plastic. It's fantastic. You can brush my hair. I brush my hair. Und dress me everywhere. Okay. Oh, ja. Ach nee, wie ist das geschrieben? Wie ist das geschrieben? Hier ist das Wort Fantastic. Da bin ich voll daneben, leider. Oh, schade. Ich hab's glaube ich. Ich hab's. Dann ist gut. Und wir gucken mal, Brammen hat es getroffen. Ein Punkt für Team Brammen und Jay. Jay hat es auch getroffen. Oh, nein. Zweiter Punkt. Richtig. Einen haben wir, glaube ich. Flex. Trifft es. Schmutz. Oh, shit. Matteo. 2 zu 2. Das bedeutet, es kommt jetzt auf Matteo an. Matteo. Hat er getroffen. Nee, hab ich nicht. Gewinnen sie dieses Spiel. Ich bin rechts daneben. Matteo sagt hier. Alles gut. Shit. Ich hab einfach nicht gedacht, dass sie so eng geschrieben sind. Ist das jetzt entschieden? Und wir machen jetzt weiter? Oder haben wir jetzt 6-3 gewonnen? Es ist jetzt unentschieden. Das bedeutet, wir machen jetzt noch eine Runde. Oh Gott. Scheiße. Wir gucken dann einfach, wenn die gewonnen wird. Dann ist das Spiel auch gewonnen. Können wir nicht einfach 6-3 sagen? Jeder kriegt Punkt? Nee. Das ist so, wie ich das sage. Wäre okay für mich, Matteo. Wir hängen jetzt noch eine Runde dran. Diese Runde lautet. Wir wollen wissen, das Jahr, in dem Albert Einstein starb. Nicht das exakte Datum, aber das Jahr müsst ihr treffen. Die Skala geht von links 1900 bis rechts 1999. Das Jahr, in dem Albert Einstein starb. 60 Sekunden ab jetzt. Mhm. Ja, Bram. Ich weiß das nicht genau. Genau. Ja. Genau ist das Wort, das ich benutzen würde. Ich weiß das überhaupt nicht. Sind wir jetzt wieder in Schätzen? Wir sind wieder in Schätzen, ja. Ich glaube auch. Nur zur Erinnerung sollten Bram und Jay dieses Spiel jetzt gewinnen, haben sie den ganzen Abend gewonnen. Der nicht. Lebt der nicht noch? Der lebt noch, ja. Der lebt noch, ja. Es war Kleinstein. Entschuldigung. Ja, Bram. Scheiße, ich hab keinen Plan, ey. Sorry, keine Ahnung. Keine Ahnung. Was habt ihr denn geschätzt, welches Jahr? Also... Etwas mehr als 1950. Genau, so neun... Oder... Ja, so 1950, so um den Dreh hab ich auch ungefähr. Ja. Also das wär zumindest das, was ich gerne geschätzt hätte. Sag ich mal so. Ob ich das da getroffen hab, ist wieder was anderes. Ich hab 1901. Hab mich aber, glaub ich, verklickt. Und sag jetzt mal einfach lieber nix. Also, gesucht worden wäre... Also, gesucht worden wäre... Das Jahr 1955. Okay, ja. Und das ist hier. Oh, nein! Das ist nicht gut! Das sieht schlecht aus. Ich hab's gestriffen! Schauen wir mal erst mal bei Team Flask und Matteo. Flask. Also nicht ganz. Oh, und hier. Das ist kein Punkt. Ich bin woanders. Und hier... Nee. Ich hab grad nicht, Jay. Matthäus' Kreis... Nee, Mann, er ist da. ... ist hier. Davor. Bitte? Auch kein Punkt. Das heißt, sollte Bram oder Jay jetzt diesen... Ich hab das auf keinen Fall. ... treffen, haben sie dieses Spiel gewonnen und damit auch den ganzen Abend. Bramms Kreis... Gott, hat Jay das? ... ist hier. Oh, nein! Nein, Jay, nein, Jay! Jay, komm, das war das Spielen! Bitte! Jays Kreis... Jetzt hier! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das darf nicht... Das kannst du mir doch nicht antun! Jesus! Genau! Holy shit. Ich sterbe tausend Tode. Ich auch! Ich auch! Oh mein Gott! Kannst du dir nicht ausdenken! Oh, können wir das bitte ein bisschen unspannender auflösen? Ist das unangenehm. Alter, Vater. Jetzt bauen wir ab. Jetzt bin ich tilt. Aber wie knapp da drumrum. Scheiße. Ich habe übrigens 1956 getippt. Richtig gut, Jay. Also 1960 wollte ich es treffen. Aber das wäre auch falsch gewesen. Also keine Punkte für niemanden. Es steht weiterhin 2 zu 2. Weiterhin Matchball für Brammen und Jay, um den ganzen Abend zu gewinnen. Und wir kommen zur nächsten Runde. Okay. Wo befindet sich... Nicht afrikanische Kontinente. Mit Afrika, Afrika. Wo befindet sich der Chatt? 60 Sekunden Zeit. Das darf nicht was sein. Alter, wo befindet sich der Chatt? Was weiß denn ich? Das ist ja absolut insane. Was weiß denn ich, Alter. Wir wurden für diesen Moment geboren. Für diesen Moment! Wurden wir geboren. Ist das unangenehm. Ich bin ganz ehrlich, mein Spot ist genauso gut wie jeder andere. Ist das unangenehm. Nimmst du auch den Marker? Also diesen Merkdingens? Was? Alles gut, bleib einfach bei deiner Auswahl. Ja, ja. Das Problem ist, ist ja trotzdem noch schwer. Ich weiß es halt nicht. Weil es keine Ländergrenzen gibt. Nein, nicht Deutschland oder sowas. Oder Australien. Ich glaube aber, ich bin voll dran. Aber wir können ja schnell noch drauf... Die wissen das ja eh. Wo hättest du gesagt eher Nord oder Süden? Mitte. Jetzt hab ich einfach noch mal mitten reingezogen. Darf man sich überhaupt absprechen? Was könnt ihr machen? Was könnt ihr machen? Ich wollt euch nur ein bisschen verarschen. Ihr habt keinen Merker dafür. Das Problem ist, es kann sein, dass ich es trotzdem nicht gehittet hab. Ja, ohne Ländergrenzen. Aber wenn ... Chad ist groß. Ich hab keine Ahnung. Ich hab aber jetzt mitten reingedrückt. Ich hab halt überlegt, wo die paar Länder sind, die ich kenne. Und dann hab ich mir gedacht, passt da irgendwo was noch zwischen? Ihr habt auf jeden Fall schon mal alle den Kontinent getroffen. Das kann ich euch schon mal verraten. Und Bramens Kreis liegt hier. Ja. Das ist nicht die Mitte. Bram hat's vielleicht. Bram hat's einfach genau. Oh, scheiße. Jawohl! Oh mein Gott, Bram. Ich bin weiter rechts. Ich versau das. Ich bin ein bisschen weiter rechts. Ich versau das. Und da. Ja, aber er muss ja nur streifen. Das passt ja. Ja, Quatsch. Ich hab einfach mitten reingeklickt. Das ist das Zufall. Da hast du überhaupt nichts versaut. Wenn da wirklich Chad ist, dann vielleicht vertun die sich auch beide. Oder liegt jetzt da, wo du bist. Also, es könnte sein, dass ich ein bisschen im Sudan drin bin, oder? Nee, Sudan ist ein bisschen weiter rechtslich, oder? Wieso habt ihr eigentlich afrikanische Länder gelernt? Weil was cool ist. Ja. Der Chad. Unangenehm. Ach, Quatsch. Hier. Yes! Warte mal! Jay ist ja auch nicht ganz. Jay hat's auch nicht, oder? Bram ist nicht drin. Alle, Bram hat's nicht getroffen, wenn ich das rote 2 Punkte. Bitte, was? Ja, du hast ja genau so. Aber ich sehe, ich sehe innerhalb von dem gelben Kreis, sehe ich einen roten Pixel. Ich sehe da aber auch einen roten Pixel. Das ist ein roter Pixel. Das ist ein roter Pixel, stimmt. Okay, es ist ein roter Pixel drin. Das ist korrekt. Bram hat einen Punkt gemacht. Jay, keinen. Good Job. Flesk hat einen ... Es ist so absurd, dass das jetzt die Stichfrage ist, oder? Ja, wirklich. So absurd. Das ist so krass. 4 zu 3 und damit gewinnen, Matteo und Flesk, dieses Spiel. Und passbar. Das ist unangenehm. Aber das ist ja so absurd. Das ist echt so ein bisschen wie bei Slumdog Millionär. Als wenn euch jetzt die Afrika-Frage euch den Arsch gerettet. Ich habe die letzte Woche zum Spaß einfach so ein Afrika-Quiz gemacht. Ja. Ja. Nice. Sehr gut. Einfach nice. Das heißt, dieses Spiel gewonnen und Flesk und Matteo holen wieder ein bisschen auf. Drei Punkte jetzt. Trotzdem hat Bram und Jay immer noch fünf Punkte. Ich raste aus. Und auch das nächste Spiel ist auch wieder für sie ein Matchball. Darf nicht wahr sein. Darf nicht wahr sein. Wo ist der Chat, Alter? Das ist doch eine Frage. Alter. Frag wenigstens nach Südafrika oder sowas. Mein Gott. Oh. Also, es geht noch ein bisschen. Scheinbar. Aber entweder noch ein Spiel oder noch mal drei jetzt. Oder vielleicht sogar alle elf. Wir gucken. Ähm. Wir gehen zu Spiel Nummer neun. Und das heißt so. Afrika. Bekrankt eng. Afrika, ja. Wortfindung. Da hab ich ja gar keine Störung. Auf Arabisch oder so jetzt. Das Ganze, ihr kennt das Spiel im Original. So ein bisschen wie Codenames, falls ihr das schon mal gespielt habt. Oh, ja. Ich erkläre euch die Regeln. Sehr gut. Wir werden jetzt gleich eine Situation haben. Ich hoffe, das geht jetzt, wo Bram die Kopfhörer absetzen muss. Aber ich lese euch mal die Regeln vor und dann werden wir es glaube ich alle verstehen. Die Teams spielen gleich abwechselnd. Das spielende Team bestimmt zuerst ein Mitglied, welches sieben Begriffe gezeigt bekommt. Dieses Teammitglied muss sich für mindestens zwei oder eben für bis zu sieben, also zwei, drei, vier, fünf, sechs oder sieben dieser Begriffe entscheiden. Außerdem muss er ein Wort bestimmen, welches diese gewählten Begriffe so beschreibt, dass das andere Teammitglied diese gewählten Begriffe erkennt. Er bekommt also dieses Wort und die Anzahl der vom Partner gewählten Begriffe. Also wenn Bram und Jay gleich anfangen und Bram bekommt die sieben Wörter, sucht er sich davon mindestens zwei aus oder drei oder vier oder fünf oder sechs oder sieben. Denkt sich da einen Begriff aus, der diese Wörter möglichst gut umschreibt. Ein Begriff, also ein Wort, nicht irgendwas, es muss ein deutsches Wort sein und dann bekommt Jay dieses Wort genannt und er muss sich dann für Begriffe ebenso entscheiden. Für jeden dann korrekt genannten Begriff erhält das Team einen Punkt, aber nur, wenn kein falscher Begriff dabei ist. Okay? Dabei müssen nicht zwangsweise so viele Begriffe genannt werden, wie die angesagte Anzahl. Ihr könnt bei einer Anzahl von beispielsweise vier also auch nur ein, zwei oder drei Begriffe nennen. Die müssen aber alle korrekt sein. Mhm. Okay, und du kriegst dann drei Punkte, wenn du drei erraten hast, obwohl du vier gesagt hast. Okay. Genau, genau. Also kann Jay in dem Fall jetzt drei Begriffe richtig erraten. Gibt's drei Punkte. Es gibt vier Runden. Ich möchte einmal kurz sagen, du darfst nicht alles anken, ne? Was darf ich nicht? Und dann... Achso, Moment. Achja, nee, vor... Du... Was ist der... Aber du könntest das doch ricken, indem ich auch jeder jetzt... Also indem ich jetzt alle neun Begriffe andrücke und sag dann jetzt halt, das ist so und dann kann Bram sagen, alle neun. Äh... Es gibt ja keine Niete. Weißt du, was Jay meint? Man könnte es abusen, indem man alle Wörter anklickt und sagt ja neun Wörter. Entschuldigung. Dann machen wir das so, dass ihr nur maximal drei Wörter wählen dürft. Also sorry, aber dass ich das jetzt halt so ricke. Nee, ist gut. Du kannst es halt ricken und das ist ja nicht... Das stimmt so. Jetzt wird man nicht gesagt. Einfach gemacht. Ja, genau, weißt du. Fair Play auf jeden Fall. Ich hab das Spiel noch nicht mehr verstanden. Also es sind sie... Ey, blässe, ey, ne, wir beide. Also... Um was geht's eigentlich? Sagen wir mal, ihr seid jetzt dran vielleicht, Matteo, ja? Und vielleicht, du bekommst jetzt sieben... Also ihr entscheidet, wer die Begriffe bekommt, der andere geht aus dem Channel. Du bekommst dann sieben Wörter angezeigt auf dem Bildschirm. Davon musst du dir mindestens zwei aussuchen oder drei. Wir machen es mal maximal fünf, genau. Schreibt auch, fünf wäre besser als drei. Also entweder du wählst hier zwei Begriffe von denen aus oder drei oder vier oder fünf. Das ist dir überlassen, wie viele das sind. Und dann musst du dir ein Wort, ein deutsches Wort, was auch so im Dunen steht, ausdenken, was diese Wörter am besten umschreibt. Und dann muss Matteo alle anklicken, die ich ausgewählt habe. Genau, Matteo kommt dann zurück und Matteo bekommt dann dieses Wort gesagt und die Anzahl, die du da... Und der kann dann so viele nennen, wie er will. Eins, zwei, drei, vier oder fünf. Also maximal so viele, wie du vorgegeben hast. Ja, ich verstehe. Die müssen alle richtig sein und dann bekommt ihr Punkte. Und zwar so viele Punkte dann. Wenn ein nur eins falsch ist, kriegt er keine Punkte. Genau, ich mach mal ein Beispiel, Blesk. Also guck mal, bei den Wörtern ist zum Beispiel dabei Sonne und Banane. Dann wähle ich das Wort Gelb und dann klickst du halt die Sachen an, die bei Gelb passen. Ja, ja, ja. Okay, okay, cool, cool, cool. Muss das im... Muss das im... Wo muss das Finden sein, das äh... Wort? Es muss halt ein normales Wort sein. Es muss ein deutsches Wort sein. Ein Duden. Ja, aber es darf kein Zusammengesetztes sein. Nee, also du darfst jetzt nicht äh... Hotellerglasdeckel. Genau, so... Nee. Naja, das ist ein Wort, das ist ein Wort. Oder? Ja, das hab ich auch mal bei Codenames benutzt. Da wurde ich dadurch dann... Da wurde ich dann quasi mit Mistgabeln gejagt. Dann machen wir es nicht. Also... Was ist denn für ein Nutellaglasdeckel? What the fuck? Also wir haben... Bei uns ist die Codenamesregel mittlerweile so, dass man es googelt. Und wenn du dann quasi den genauen Begriff eingegeben hast, musst du mindestens... Also musst du signifikant viele Ergebnisse erzielen. Bei Nutellaglasdeckel werde ich signifikant viele Ergebnisse erzielen. Bei Nutellaglasdeckel wirst du nicht viele finden. Also wir gucken einfach, ob es im Duden steht. Und wenn es im Duden steht... Das ist schwierig, schwierig tatsächlich. 148 nur sogar. Wow, das ist wenig. Du musst genau draufdrücken auf das genaue. Also 148 ist halt signifikant wenig. Also es ist halt schwierig. Ich wollte es nur mal sagen. Ich habe schon viel Erfahrung in diesem Spiel. Genau. Ich entscheide das dann, ob das Wort in Ordnung ist und ähm... Ne? Aber es muss ein deutsches Wort sein. Und jetzt kein super lang zusammengesetztes Fantasiewort, sondern das muss es schon so geben. Ja. Also wie der Chat jetzt schreibt, Selbstbaupfeife... Die Selbstbaupfeife hat Seth zum Beispiel schon benutzt. Das würde nicht gelten. Was ist das? Ja, das ist die Frage, deswegen... Nein, das zählt nicht. Okay. Okay, ihr habt das verstanden? Ja. Ja. Okay, dann äh... Ist so schlimm. Ich habe dir zugehört nicht angesehen deiner Gestikulation gesehen. Ich hab keinen. Das läuft. Raman und Jay, ihr beginnt. Ja. Das heißt, ihr müsst euch jetzt aussuchen, wer die Wörter auswählt. Also wer, wer, beziehungsweise die sieben Wörter als erstes gezeigt bekommt. Okay. Mir ist das egal. Mir ist scheißegal. Okay, ich geh raus. Okay. Was findest du, was ist für dich angenehmer? Okay. Das ist tatsächlich Latte. Ich hab Matteo vorhin zugehört mit Banane und Sonne und hab das im Prinzip verstanden. Okay. Okay. Das war für mich die Erklärung. Aber du kannst das aber auch nicht, ne? Ne, ich hab das noch nie gespielt. Okay. Banane und Gelb passt. Okay. Deswegen ist das für mich fein. Mir ist das egal. Das heißt, Bram, du setzt jetzt bitte einmal die Kopfhörer ab. Alles klar. Und dann geb ich dir Bescheid. Hier, damals geht's weiter. Geil. Okay, Jay. Wie viel Zeit hab ich eigentlich? Äh, du hast so viel Zeit, wie du möchtest. Okay, also in vier Stunden sehen wir uns wieder, okay. Jay, du bekommst jetzt, du bekommst jetzt deine sieben... Ne, Moment. Was habt ihr eben gesagt? Wer bekommt die sieben Wörter? Mach mal ne Minute, mach mal zwei Minuten oder so was als Spur. Ich bin grad verwirrt. Was habt ihr gesagt? Bram bekommt die sieben Wörter oder Jay? Bram hat die doch abgesetzt. Das heißt, ich muss jetzt die Wörter, ich muss jetzt es aussuchen. Okay, okay, gut. Okay, deine sieben Wörter. Das heißt, ich kann ja jetzt auch reden, was ich denke, damit die anderen das verstehen, oder? Genau. Das andere Team ist jetzt erstmal egal. Das sind deine Wörter. Aha. Aha. Du musst jetzt mindestens zwei davon auswählen oder drei oder vier oder fünf von mir einen Begriff. Du Arsch, ey. Das sind voll schwere Wörter. Alter. Das ist still, Jaun. Ja. Da. 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 Wann werde ich dich einzählen? Ja, ja, ich weiß, genau, das war ich nicht. Schon klar, ich habe schon was im Kopf, aber... Probiere mal... Muss ich das eindrücken, oder was? Nee, du sagst mir die. Ach so, okay. Ich sage mal... Gibt es das Wort Körperbekleidung? Nee, gewinnt nicht, ne? Das gewinnt nicht. Nein, das gewinnt nicht. Ähm... Nein. Körperschmuck. Das würde ich zählen lassen. Gibt es doch Körperschmuck, oder? Dann sage ich Körperschmuck hier... ...und möchte Finger, Becken, Zylinder, Shakespeare. Okay. Ich glaube, ich habe das Spiel doch nicht verstanden. Ich auch nicht. Also Körperschmuck 4 wäre deine Ansage. Körperschmuck? Richtig? Ich wüsste nicht, was ich da klicken soll. Jay? Ja, ja. Okay, dann kann Bram jetzt wieder dazugehen. Jetzt muss man nur noch... Was ist das? Brammen? Hallo. Hallo? 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 Bramand! 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 Hallo? 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 Leute, wie kriegen wir das jetzt hin? Ich ruf ihn an. Ja, ruf ihn an. Ich ruf ihn an. Ich ruf ihn an. Den Handy sieht er immer. Es sieht auch aus, als wäre er eingepennt. Ich weiß es nicht. Wo ist er denn? Da ist er. Und zack. Mal gucken. Bram schläft. Handy lautlos, keine Vibration. Okay, freigezeichnet. Er wird gefangen. Er wird niemals jetzt wieder aufgucken. Bram... Ja, 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 ja. Geil. He's back. Nice. Hallo? WB, WB. Sehr gut. Hab's noch nicht geschafft. Ich arbeite schon. Okay, nur für euch zur Info, für die Zuschauerinnen und Zuschauer, auch die Wörter werden jetzt natürlich neu gemischt, nur um irgendwas vorzubringen. Also, das ist jetzt in einer anderen Reihenfolge. Bram. Deine Wörter sind diese hier. Okay. Und Jay sagt dir jetzt das Wort und die Anzahl. Körperschmuck 4. Okay. Okay. Also, äh, Matthias werden aber gleich andere kriegen, wa? Ja. Ja. Okay, wir haben Körperschmuck und 4. Kann ich schon anklicken oder ist das dann eingeloggt? Du sagst mir die. Und ich brauche eine finale Aussage. Okay, überlegen wir ganz kurz. Ja, mal ganz kurz überlegen. Also, du kannst gerne laut denken, aber ich brauche irgendwann ein Final und dann sagst du mir die Wörter. Ja, ja, ne, das verstehe ich, das verstehe ich. Okay, Moment, was haben wir denn, ja? Also, pass auf. Äh, Zylinder, würde ich auf jeden Fall sagen, ist auf jeden Fall ein Körperschmuck. Ach, den können wir mitnehmen. So. Ein Schnabeltier. Kann ich mal als Brosche oder so, sehr weit hergeholt. Ein Siegel. Könnte ich mir vorstellen in Form von so einem Ring. Eine Wanze. Wüsste ich nicht. Becken. Körperschmuck. Becken. Finger. Werden wir nochmal beim Ring. Shakespeare. Shakespeare. Mhm. Okay. Also, den Zylinder, den würde ich wahrscheinlich schon mal nehmen, den finde ich krass gut. Mit Körperschmuck. Und... Also, du kannst mir vier sagen oder drei oder zwei oder auch nur einen. Schnabeltier und Körperschmuck. Neh, sehe ich nicht. Siegel. Ja, so ein Siegel, ein Gürtel oder so, ist ja auch vorne die Schnalle. Ist das ein Siegel für Jay? Hm, 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 hm. Eine Wanze. Dann kann ich dich auch ein. Ja, ist okay. Wanze, du bist raus. Becken. Was gibt's für Becken? Körperbecken. Also, so eine Hüfte. Zwei jetzt, noch 20 Sekunden. Ah. Okay. Okay, ich nehme den Zylinder und den Finger und der Rest ist mir zu heiß. Dafür gibt's noch zwei Punkte, wenn die richtig wären, wa? Korrekt. Ja. Zylinder und Finger. Sorry Jay, bei dem Rest konnte ich mir das nicht erklären. Zylinder und Finger waren auch dabei. Zylinder, Becken, Finger und Shakespeare hat Jay. Shakespeare und Becken? Okay. Du erklärst dir, wenn die gleichen waren. Okay. Ich hab kurz ne Frage zum Verständnis. Also erstmal, man darf bis zu vier aussuchen, ne? Vier Besiffe. Bis zu fünf. Bis zu fünf sogar, okay. Und, ähm, wenn jetzt einer falsch gewesen wäre, hätten die gar keine Punkte bekommen? Richtig. Irgendwie einen Punkt. Ah, okay, okay, okay. Dann wär... Das heißt, wir müssen vorsichtig sein. Soll ich die Connection machen und du rätst dann? Wir müssen sowieso jeder einmal machen, glaub ich. Achso, darf man... Achso. Genau, es gibt insgesamt vier Runden. Das heißt, äh... Jeder einmal. Ihr dürft jetzt erstmal entscheiden, wer dran ist und in der zweiten Runde könnte es theoretisch nochmal die gleiche Person sein. Achso, weil ich würd gern die Connection machen mit dem Wort, weißt du? Ja, dann mach gerne. Ja. Einfach nur, um zu testen. Okay. Das heißt, äh, wer kriegt die sieben Wörter gezeigt? Äh, Läs. Und ich, äh... Also ne, erstmal ich und dann Läs danach, ja. Okay, also das heißt, vielleicht geht erstmal raus. Ich zieh dich kurz. Ja, ja, ja. Mhm. So. Das heißt, Matteo, du wählst die Wörter aus und deine Wörter sind wie sie hier. Mhm. 05. Mindestens zwei. Bis zu fünf. 05. Bis zu fünf. 05. Richtig. 05. Richtig. 05. 05. Üb schon mal, Bram. 05. Und dann werde ich dich einzählen. Okay, ich sag drei Wörter und ich sage Metall ist das Wort und die Wörter sind Rost, Zylinder und Atlas. Okay, also Metall, drei Wörter, Atlas, Rost, Zylinder und ich rede nicht weiter darüber und Flass kommt jetzt wieder dazu. So, deine Wörter bekommst du hier gezeigt und Matteo sagt dir den Begriff und die Anzahl. Achso, das Wort ist Metall und es sind drei Wörter. Das Wort ist Metall und es sind drei Wörter. Was ich ausschließen kann, ist zum Beispiel schon mal Geist. Was drin ist, ist Rost. Sehr sicher. Ein Zylinder wahrscheinlich auch, weil du wahrscheinlich nicht den Zylinder das Kleidungsstück meinst. Was ich sonst noch bei Metall reinnehmen würde, eine Feige nicht, denke ich. Aber Bar, das wäre Englisch. Hättest du das gemacht? Das ist das einzige dritte Wort, was in meinem Kopf Sinn ergibt. Aber wenn wir das nicht richtig haben, mit Bar, dann kriegen wir null und nicht drei. Und ich glaube nicht, dass du Metall und Atlas kombiniert hättest, weil ich nicht weiß, wo da die Connection ist. Osten, Geist, Feige, Atlas. Feige. Feige, 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 Feige. Ost und Zylinder nehme ich auf jeden Fall. Würdest du die Connection zwischen Bar, also dem englischen Wort, und Metall machen? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob du denkst, dass ich weiß, dass Feige noch eine zweite Bedeutung hat. Da ist irgendwas in meinem Kopf, aber ich weiß nicht was. Feige? Ich glaube, ich würde Zylinder, Rost und Bar nehmen. Aber das ist ein Gamble, ne? Metall. Sag ich mal, hat 20 Sekunden. Weißer, Matteo. Osten und Atlas nehme ich raus. Geist nehme ich raus. Ich nehme mal nur Zylinder und Rost. Und vergamble die Punkte nicht. Ich würde davon ausgehen, dass du Bar als englische Wort nimmst. Aber eine Feige ist ja irgendein Werkzeug, oder? Sehr gut gemacht. Das war krass spannend. Aber du hast dich sehr gut entschieden, weil ich habe ganz anders gedacht, weil ich dachte, wir können erst mal die Punkte machen. Genau, also Zylinder und Rost sind dabei. Das heißt, ihr kriegt zwei Punkte. Das dritte Wort wäre Atlas gewesen. Oh, da habe ich gar nicht dran gedacht. So unfassbar schwer, da eine Verbindung zu finden. Also, dass du da schon drei hattest, fand ich schon krass viel. Das Bar, ich dachte, du spielst auch so viel Videogames, auf Englisch wahrscheinlich auch, da denkt man sofort an Iron Bar. Ja, und ich hatte richtig Angst, als du das gesagt hast, weil es ergibt Sinn, aber ich kam da gar nicht drauf. Ja, aber bei Atlas dachte ich an die Figur, die die Erde hält und die ist aus Bronze oder Metall, weißt du? Aber das hat so eine weite Connection. Aber super gut gemacht, 2-2, alles cool. Ich nehme nur die zwei Punkte. Alles cool. Null wäre tot gewesen. Ich hatte Körperschmuck genommen, weil Körper, Becken und Finger, Körper ist halt Becken und Finger, weil das hast du Körper. Ich habe Siegel verkackt, da hast du sehr gut gerettet. Also, 2-2 nach zwei Runden, es kommen jetzt noch zwei Runden und Brammen und Jay. Ach, du hast Körper und Schmuck, oh mein Gott. Aber das ist smart. Ach, still, gut, jetzt check ich's los. Ich habe gar nicht, ich habe nur Körperschmuck. Ja, deswegen wollte ich euch das nicht erst erklären. Ja, ja, ich verstehe. Ja, das ist, ey, das war wie ich da reingegangen bin. Aber ich hätte jetzt schon Sachen gehabt, wo ich mir dachte, geil, Alter, so könnte man das voll riggen oder ich denke zu einfach komplizieren. Also, Bram und Jay. Lass nicht mit Bindestrich dieses Wort haben, ne? Also, es darf kein Bindestrichwort sein, zum Beispiel. Bram und Jay, wer von euch beiden bekommt die sieben Wörter gezeigt? Ja, ich gehe weg, ich muss wieder killen. Okay, Jay geht weg. Das heißt, Brammen wählt die Wörter aus, bis gleich. Okay. Ich habe eine Frage, die Sachen müssen doch nur beschreibend sein, oder? Also, zum Beispiel auch Farben wären okay, oder nicht? Ja, klar. Ja, solange es das um... Also, ja. Also, wenn ich halt einfach nur sage, braun, zum Beispiel, gerade wäre braun, wären halt einfach fünf Wörter gewesen. Ja, das würde gehen. Also, du musst ein beschreibendes Wort finden. Und deine sieben Wörter, von denen du zwei bis fünf auswählen darfst oder musst, sind die hier. Jay hört nicht zu, lieber Chat, der ist nämlich aus dem Channel raus. Okay, Andi. Ich habe eine Frage. Könnte ich einfach sagen, mein Wort wäre fünf und ich lasse ihn drei Wörter suchen? Du musst schon, also, du musst ja schon was dabei denken, wenn du dir jetzt einfach irgendwelche Wörter... Ja, natürlich, ja. Und zwar alle Wörter mit fünf Buchstaben. Das ist sehr smart, aber die Frage ist, ob Jay da drauf kommt. Achso, meinst du das? Komm, komm da drauf, ja. Okay. Wäre sowas erlaubt? Ist das erlaubt? Das ist die Frage, die ich stelle, bevor ich da auch so... Also, du würdest quasi sagen, fünf, fünf. Nee, fünf, drei wäre es in dem Fall halt. Also, mein Wort wäre, ich würde dann ja sagen, Jay, mein Wort wäre fünf und wir suchen drei. Achso, ja, hast recht. Ich kann nicht zählen. Ja. Sowas wäre erlaubt. Bei Codenames ist es nicht erlaubt. Wenn bei Codenames das nicht erlaubt ist... Okay, wenn das im Originalspiel nicht erlaubt ist, sollen wir das schon einen Grund haben. Deswegen verbiete ich das dann jetzt auch. Okay, aber Farben dürfte man nehmen. Fragezeichen, ja? Farben ist nicht erlaubt. Farben auch nicht erlaubt. Aber Farben... Moment, doch Farben sind erlaubt. Danke, Chad. Okay, also Farben darfst du nehmen. Okay, dann gehe ich... Ich gehe jetzt davon aus, dass das wahrscheinlich auch nichts ist, aber ich dürfte auch nicht sagen, einfach zweisilbig drei. Dürfte ich wahrscheinlich auch nicht sagen, oder? Entschuldigung, ich habe das Spiel halt noch nie gespielt vorher. Ja, das sind gute Fragen. Ja, ja, alles gut, alles gut. Darfst du auch nicht. Darf ich auch nicht. Aber geile Methoden. Ja. Also Farben okay, der Rest nicht. Am besten nimmst du ja einfach einen Nomen oder sowas. Ja, ja, ja. Die Wörter sind übrigens zufällig gewählt. Also ich habe da keinen Einfluss drauf, dass da jetzt zum Beispiel nochmal... Okay, gut. Dann habe ich jetzt alles ausgeschlossen, was man nicht machen darf. Ja, ähm... Metagaming ist verboten, genau. Dann... Okay, dann haben wir Käferwand. Käferkern, Wandkern, Tafel könnte auch noch kombiniert sein mit Becken. Ich fand Javes Körperschmuck eigentlich ganz geil. Und er denkt sich dasselbe auch. Metall hatten wir auch schon, wären Rost und Zelle. Tafel wird er vielleicht noch sagen. Absage nein. Ähm... Dann gehe ich mit... Das ist die vorletzte Runde, oder? Ja. Und ich brauche jetzt etwas, deswegen gebe ich dir 20 Sekunden. Käfer, nein, passt auf keinen Fall. Wand wird nicht passieren, dann Becken, je nachdem welches er nimmt. Okay, vielleicht kommt er auf das Musikinstrument, die Absage, eine Zelle, bla bla bla. Okay, ich nehme Tafel, Becken, Rost und Zelle und sage Metall 4. Sag mir heute gerade nochmal die Wörter. Ja, Tafel, Becken, für das Becken am Schlagzeug wäre mein Gedanke, Rost und Zelle und nehme Metall 4. Alles klar, okay, dann hole ich Jay jetzt zurück, bitte nicht drüber reden. So, Jay. Hallo. Deine Wörter sind diese hier und Bram sagt jetzt das Wort und die Anzahl. Okay, vier Wörter und dein Wort ist Metall. Okay, also, erstmal geil. Dass du dasselbe Wort hast. Ich tippe mal auf Rost. Dürfte dabei sein. So, Absage. Metall. Eine Tafel, Metalltafel. Könnte ich mir vorstellen, dass das so irgendwie, weißt du, Metalltafel da irgendwo so an der Wand hängst oder so ein Quatsch. Dementsprechend könnte natürlich auch eine Wand ausmitte sein. Ein Käfer. Kann halt das Auto sein. Der VW Käfer. Ein Becken. Becken. Ich glaube nicht, dass es das ist, aber mir würde da sogar noch die, mit Becken auf weit entfernt die Hüfte einfallen. Und da kannst du eine Metallprothese ja da reinsetzen. Aber das ist, glaube ich, zu weit. Und eine Zelle. Also eine Zelle im Gefängnis ja auch aus Metall. Da habe ich blöderweise fünf Wörter. Das fängt jetzt natürlich richtig ab. Was ist das Unwahrscheinlichste? Unwahrscheinlichste könnte sein, dass Bram gesagt hat, er hat nicht an den Käfer gedacht. Weil Tafel und Wand ist sehr ähnlich mit Zelle. Gehe ich jetzt das Risiko ein oder nicht? Eigentlich würde ich gerne den Druck aufrecht erhalten. Aber ich könnte natürlich damit auch richtig reinscheißen, weil ich halt sage, okay, Metalltafel. Boah, Alter. Das heißt T-Fall, ne? Das ist das Metallding. Scheiße. Äh, Tafel. Wand. Eine Wand. Metallwand. Ja. 20 Sekunden. So eine Blechwand oder Maschendrahtzaun ist ja aus Metall. Und das könnte ich ja schon als Wand doch zählen. Und eine Zelle ja. Okay, ich sage Rost, Tafel, Wand, Zelle. Rost, Tafel, Wand und Zelle. Und das gibt leider keine Punkte, denn Wand war nicht dabei. Rost, Tafel, Becken, Zelle wären die Wörter gewesen. Schlagzeug. Ja, Schlagzeugbecken, ja. Was ist denn Becken? Ja, die, oben die Hi-Hats. Oben die Hi-Hats, ja. Oh, okay. Ja, okay, da habe ich gar nichts dran gedacht. Bei der Wand dachte ich als allererster so, in der Regel aus Stein. War so mein Gedanke. Ja, genau, in der Regel. Aber wenn du halt weit denkst, deswegen, ne? Also Käfer war ja auch für mich dann ein Auto. Ja, aber ich habe auch zu, beim Becken habe ich gar nichts dran gedacht. Es tut mir leid, scheiße. Aber hey, passiert ist nicht schlimm. Wenn wir jetzt einen Punkt holen, ist over. Für die Runde. Genau. Okay, wir lassen mal alles zu. Willst du die Wörter connecten und ich rate dann? Okay. Ja, mach safe, ne? Mach safe. Ganz einfach. Okay, könnt ihr mich, dann zieht mich aus dem Channel raus. Okay. Dann bis gleich. Ich bin mit Abstand der schlechteste Codename-Spieler von allen. Aber man darf nicht das Wort, oh sorry, ich wollte nichts für eine Brei. Was denn? Ach, mach. Man darf nicht ein Wort selber benutzen und sagen eins, ne? Also du musst sowieso mindestens zwei wählen. Ja, ja, okay. Ah, muss zwei, ja, okay. Du musst mindestens zwei wählen, ja. Nee, nicht bescheuert. Und das hier sind die Wörter. Interessant, dass die so öfter mal gedoppelt sind. Ja, wenn du nur 20 Wörter drin hast. Nee, nee, so ein paar mehr. Aber das ist die letzte Runde hier gerade, ne? Genau. Ja, nee, wenn ihr keinen Punkt kriegt, dann nicht. Ja, wenn ihr keinen Punkt kriegt, dann nicht. Ja, so nicht jetzt, mein Schatz. Lass mich mal überlegen. Ja, also ich würde, pass auf, muss ich draufklicken? Nee, ne? Nee, nee, du sagst einfach. Okay. Ich hoffe, dass das wirklich einfach ist und da gibt es nichts, was er irgendwie falsch verstehen kann. Ich würde den Bock und die Ente nehmen und ihm Lebewesen geben. Und hoffen, dass er einfach ganz simpel denkt. Und die zwei Punkte mitnimmt. Gut, dann lassen wir das so und ich hole ihn zurück und bitte nicht weiter reden darüber. Er redet selber gerade. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Du bekommst die sieben Wörter gezeigt. Das sind diese hier. Und Jason, bitte einmal das Wort sagen und die Anzahl. Ich darf mein Wort nicht mehr ändern, oder? Nein, nein, nein. Okay, ja gut. Äh, egal. Matteo? Ja? Mein Wort, mein Überbegriff, ist Lebewesen. Ja? Und ich habe nur zwei Wörter gewählt. Okay, aber ich muss ja nur eins richtig haben, damit wir gewinnen. Ja. Ja, aber es sind wahrscheinlich Ente und Bock. Aber um auf ganz Nummer sicher zu gehen, dass wir den einen Punkt jetzt einfach holen, sage ich Ente und locke ein. Du sagst Ente und vielleicht hat sich entschieden für Bock und Ente damit korrekt ein Punkt, das steht 3 zu 2 und damit gewinnt ihr dieses Spiel mit 3 zu 2. Ich bin so niedergelassen. Sehr gut, sehr gut. Mann, es ist so schlimm da. Hey, bei mir gab es auch Regeldiskussionen. Ich wollte ja sagen, einsilbig, dann wollte ich sagen 5 auf 3 Wörter, damit du vielleicht drauf kommst, alle Wörter zu nehmen, die 5 Buchstaben haben. Ich fand die Anletze von Bram, die waren mega smart, das war voll krass. Der Bram hätte das Spiel gespielt quasi. Ja, also ich verliere jedes Codename, also das ist, ähm, Pakt. Ja. Mensch, damit steht es immer noch 5 zu 4, aber Fleißg und Matteo holen hier fleißig auf, das heißt, auch das nächste Spiel ist wieder ein Matchballspiel für Bram und Jay. Okay, ähm, und es ist das zehnte Spiel des heutigen Abends, also wirklich, heute geht es wirklich sehr lange, das hätte ich auch nicht gedacht. Morgen früh muss ich zum Zug, äh, echt? Genau morgen früh, um 8 Uhr muss ich im Bahnhof sein. Ja, da müssen wir sich Bram und Jay jetzt ranhalten. Ja, ich stehe hier um 12 auf, Leute. Ganz sehr durchstream. Durchstream einfach, ja. Und, äh, das zehnte Spiel, was heißt so? Formel 1-Wagen. Afrika. Formel 1-Wagen in Afrika. Albert Einstein. Ist es nicht Wirklichkeit, auch ein schönes Zitat, oder ist es real, oder ist es nicht Wirklichkeit von Jay, was er damals gesagt hat, deswegen auch ein Spiel jetzt nach ihm benannt. Ja, das war Jonathan Frakes. Genau, das war Jonathan Frakes. Ist es real, oder ist es nicht Wirklichkeit? Die Regeln sind folgendermaßen. Ein Team bekommt gleich entweder ein Bild oder ein Fragezeichen angezeigt. Wir spielen also immer abwechselnd. Bram und Jay beginnen, ähm, die bekommen ein Bild gezeigt. Das ist entweder, also ist es ein Foto oder es ist ein Fragezeichen. Das andere Team hat dann 90 Sekunden Zeit, diesem Team Fragen zu stellen, um damit herauszufinden, ob es sich um ein richtiges Bild handelt oder um ein Fragezeichen. Ja, also Bram und Jay kriegen ein Foto gezeigt oder ein Fragezeichen. Und, vielleicht ist Matthias, ihr müsst euch Fragen rausfinden innerhalb von 90 Sekunden, ob das ein Bild ist oder ein Fragezeichen. Okay. Sieht das Team ein Bild, müssen die Fragen wahrheitsgemäß beantwortet werden. Ah, okay. Das ist wichtig. Ihr müsst, ihr dürft nicht lügen, ihr müsst das beschreiben, was dort zu sehen ist. Sieht das Team ein... Er muss dann beantworten. Beide können oder was? Mach erstmal weiter. Beide beantworten. Sieht das Team ein Fragezeichen, so muss das Team lügen und sich sozusagen ein Bild ausdenken. Es darf also nicht gesagt werden, dass es sich um ein Fragezeichen handelt, okay? Ja. Okay. Ihr müsst auch antworten. Also, ihr dürft jetzt nicht die ganze Zeit, oh, hm, sondern, ne, ihr müsst schon antworten und die Zeit, ne, 90 Sekunden. Das ist schwer zu sagen. Ja, aber, weißt du, das ist ja einfacher, wenn das jetzt nur einer immer die, ja, nein, welche Farbe hat das, rot oder was auch immer. Wie ihr das macht, das... Scheißegal. Der Chat schlägt vor, das finde ich eigentlich einen guten Vorschlag, dass ihr abwechselnd beantworten müsst. Das finde ich einen guten Vorschlag, so machen wir es auch. Das heißt... Ja, macht wahrscheinlich Sinn. Genau. Sollte ja immer nur einer beantworten, weil der eine Story straight hat. Genau, also abwechselnd beantworten. Ähm, das Team, welches die Fragen gestellt hat, muss sich danach entscheiden, ob das Team tatsächlich ein tatsächliches Bild gesehen hat oder ein Fragezeichen. Entscheiden Sie sich richtig, bekommt das Team einen Punkt, entscheiden Sie sich falsch, bekommt das gegnerische Team einen Punkt und wer zuerst fünf Punkte hat, gewinnt das Spiel. Alles klar? Darf man nur ja, nein, Fragen stellen oder auch, keine Ahnung, was... Also ich darf alle Fragen. Also ich darf alles... Alle... Okay. Alle Fragen, ja. Okay. Würde ich so sagen. Sekunde, der Antwortende ist immer nur einer, aber die Fragensteller können beide einfach Fragen reinhauen, oder was? Nee, nee, also ihr beide, also wenn Bram und Jay jetzt anfangen und ein Bild oder ein Fragezeichen gezeigt bekommen, dann dürft ihr beide Fragen stellen. Ihr beide dürft Fragen stellen. Ja, ja. Und Bram und Jay werden immer abwechselnd antworten, damit immer jeder eine Antwort geben muss. Okay? Okay, 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 okay. Wer fängt an von uns bei den Antworten? Also müssen wir uns wahrscheinlich darauf einigen, ne? Aber erst fang du ruhig an mit der Antwort. Bram, du warst immer die Nummer eins. Antworten. Du bist auch meine Nummer eins. Ja, genau. Falls wir antworten müssen, kannst du anfangen mit der Antwort. Übrigens, die Frage, seht ihr ein Fragezeichen oder seht ihr ein Bild, ist natürlich verboten, ne? Ach so, scheiße, das war meine erste Frage, shit. Okay, also, äh. Vielleicht antworten. Liebe Zuschauer, ihr seht das Bild natürlich dauerhaft. Bram und Jay, sobald der Timer läuft. Und vielleicht sogar Matteo können dann innerhalb von 90 Sekunden Fragen stellen. Bram und Jay antworten immer abwechselnd und die 90 Sekunden laufen ab jetzt. Was, was seht ihr? Also, du bist ja, sorry. Äh, welche Farbe ist dominant in dem Bild? So, weiß. Weiß? Ja. Okay, Matteo? Ähm, äh, ist da etwas Lebendiges drauf? Ja. Äh, was für eine Jahreszeit, denkt ihr, ist auf dem Bild abgebildet? Kann ich dir nicht sagen. Äh, äh, habt ihr das, was auf dem Bild zu sehen ist, schon mal benutzt? Ja, habe ich. Tiere habt ihr gesagt, ne? Nein. Aber Lebewesen sind drauf. Äh, sind es Menschen? Ja. Und die benutzen etwas auf dem Bild? Ja. Ähm, sind es, ähm, ähm, ist eine Familie drauf? Das ist nicht eindeutig zu sagen. Lesk? 30 Sekunden. Sind, beschreib, wie, wie alt sind die Menschen auf dem Bild? Kann ich dir nicht sagen. Welche Haarfarben haben die Menschen? Man sieht keine Haare. Hä? Haben die ne Glatze? Kann ich dir nicht sagen. Das ist ein echtes Bild. Das ist kein Frage. Ähm. Ähm. Keine weiteren Fragen. Aber du kannst natürlich. Haben die Menschen Klamotten an? Ja. Ja. Also entweder haben die uns so krass verarscht. Aber es ist kein Frage. Es ist ein Bild, oder? Mhm. Ja, es ist ein Bild. Also ich sage auch so ein Bild, ja. Ja. Okay. Okay, ihr sagt, Bram und Jay sehen ein Bild. Und Bram und Jay sehen ein Bild. Oh, krass. Richtig ein Geschenkpunkt für Vlesk und Matteo. Äh, Bram hat nicht gelogen, weil, äh, gefragt wurde, was sie vorher gesagt haben. Genau, Vlesk hat mich gefragt, ob ich vorher Tiere gesagt hab. Und da hab ich gesagt, nein. Genau, also es ist, äh, es war nicht gefragt, ob da Tiere drauf sind, sondern es war... Dann hab ich gelogen. Die Frage, was vorher gesagt wurde. Also wenn es ein echtes Bild ist, dann muss ich immer die Wahrheit sagen, was ich sehe. Und wenn es ein Fragezeichen ist, dann muss ich immer lügen. Oder ich lüge halt dann. Okay. Infern es halt geht. Dann müsst ihr euch ein Bild aussuchen. Äh, aussehen. Wir machen jetzt immer abwechselnd, ne? Ja. Okay. Matteo und Vlesk sehen jetzt ein Bild. Das ist das hier. Fang du an, Bram, mit der Frage. Und sie sehen das Bild, wenn der Countdown läuft. Oder das Fragezeichen. Je nachdem. Ich nenn's jetzt einfach mal Bild, um es zu verallgemeinern. Und, äh, Bram und Jay stellen Fragen. Los geht's. Okay. Was beschreibt das Objekt? Äh, das Objekt, das er erwähnt hat, ist orange. Ähm, aber auch weiß. Ist nicht ganz drauf, aber orange und weiß. Hauptsächlich. Was ist das für ein Objekt? Ist ein Sportgerät. Du bist, ne? Albert. Äh, es ist ein... Himmelskörper. Ist auf dem Bild auch ein Sportgerät? Ja. Und der Himmelskörper ist orange-weiß. Nein. Das Sportgerät ist orange-weiß. Das Sportgerät ist orange-weiß. Ja. War doch meine Frage. Äh, okay, äh, was ist das für ein Sportgerät? Ähm, ein Basketball. Wie nennt man die Dinger? Wo man da reinwirft. Korb, Korb. Siehst du auch ein Basketball? Nee. Was ist der Himmelskörper? Du musst glauben. Der Himmelskörper ist ein Erdtrabant. Was ist ein Erdtrabant? Also seht ihr den Mond? Ja, der Mond. Keine Fragen, ne? Nee, das ist safe, ein echtes Bild. Weil, also nicht, weil ich jetzt erkannt hätte, was auf dem Bild drauf ist, sondern wie die sich gegenseitig ins Wort gefallen sind und sich korrigiert haben. Hm, das kannst du ja nur machen, wenn du dasselbe siehst. Ich verstehe leider nur noch sehr wenig, weil mein Internet gerade ab, aber, ich glaube es, also ich weiß es, also wenn du meinst, dass das so ist, dann, äh, du hast mehr verstanden. Okay, ich würde sagen, okay, dann sage ich einfach vor zwei, ich würde sagen, stellvertretend, das war ein Bild, ein echtes. Das ist auch korrekt, das war ein echtes Bild. Ah, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber das war, das war ein bisschen schlecht von mir, weil ich, ich manchmal zweimal hintereinander geantwortet habe, das ja. Ist schon okay. Jetzt soll man, kann man nicht einfach sagen, kann man nicht einfach so sagen, dass man nicht abwechselnd fragen soll, sondern die anderen sagen, was ist da auf dem Bild Jay, was ist auf dem Bild Flask, was ist auf dem Bild Matteo. Okay, dann machen wir das so, dann, da es eins einsteht, ist das auch fair und wir machen auch noch was, also ihr stellt Fragen und sagt den Namen der Person, von der ihr die Antwort hören wollt und, äh, nur ja und nein Fragen. Ja. Machen wir auch. Zeit bleibt aber gleich. Okay. Also, ja, nur ja und nein Fragen und ihr sagt den Namen der Person, die die Antwort geben soll. Brammen und Jay bekommen jetzt wieder etwas gezeigt, ein Bild oder ein Fragezeichen. Matteo und Fleiß müssen die Fragen stellen. Und, 19 Sekunden laufen ab jetzt. Äh, fang an. Brammen, was ist für dich das Hauptaugenmerk auf dem Bild? Ja. Was? Was? Ja. Ja? Nur ja und nein Fragen stellen. Ist auf dem Bild, ist auf dem Bild ein Mensch zu sehen? Jay. Ja. Ähm, ist der Mensch alt, Brammen? Nein. Hat der Mensch Klamotten an, Jay? Ja. Macht, macht der Mensch etwas, Brammen? Ja. Was Auffälliges. Ähm, ähm, ist der Mensch, äh, dabei, macht er Sport, Jay? Nein. Brammen? Brammen? Wie viele, sind mehr als zwei Leute auf dem Bild, Brammen? Ja. Sind mehr als fünf Leute auf dem Bild, Jay? Nein. Brammen? Siehst du auf dem Bild was anderes außer Menschen? Ja. Aber, schlicht Frage. Und, Theo? Jay, ähm, auf dem Bild die Menschen, schauen die sich an? Ja und nein. Äh. Fuck. Ja, aber keine guten Fragen gestellt diesmal, ne? Ne, wir haben, wir haben im Dunkeln gestochert. Aber, aber warum waren das jetzt, haben wir uns jetzt nur darauf geeintet, dass nur noch Ja und Nein Fragen gefragt werden, ja? Ja. Ja. Genau, das war ein Vorschlag vom Chat, das, äh, das macht das sehr viel schwerer, finde ich. Ja, viel schwerer. Wir werden die nächste Runde auch noch so machen, danach werden wir es wieder ändern, so sage ich jetzt schon mal. Das ist, glaube ich, auch in Ordnung, das zu sagen. Äh, finde ich auch gut. Also, die müssen jetzt dann aber auch gleich noch Ja und Nein beantworten, sonst ist das unfair. Das ist echt schwer, das ist echt schwer, weil wenn man nur ein Ja und Nein sagen muss, dann wird man gar nicht festgenagelt. Äh, puh. Also, ich tendiere wieder zu einem Bild, aber dieses Mal ist es nicht so eindeutig. Was sagst du, Vlesk? Ich tendiere auch zu Bild. Ja, dann lass uns das sagen. Ja. Aber es ist halt echt... Da waren manchmal so... Also, Ja und Nein macht es halt sehr schwer, weil das ist Lügen, da muss man ja nicht kreativ sein dann, weißt du. Nee, nee, da musst du einfach nur... Genau. Man muss sich gar nicht mehr ausdenken, was wirklich auf dem Bild drauf ist. Man kann ja immer sagen, Ja und Nein. Ja gut, ihr könnt natürlich Fragen stellen, um das nochmal zu überprüfen sozusagen und euch merken, was sie da geantwortet hatten und wenn dann eine gegensätzliche Antwort kommt, dann ja. Also, eure Antwort? Bild. Bild, ja. Ein Bild, es ist ein Fragezeichen. Boah, krass. Das heißt, Punkt für Brammen und Jay. Da hat er eine kleine Familie im Kopf. Boah, man baut sich halt so ein Bild im Kopf auf mit den Antworten. Ja, am Anfang war es ein Kind und dann wurde es eine Familie und dann haben die sich angeguckt, aber nicht alle. Oder auch nicht alle. Eins zeigt die Emotion. Also, wir wiederholen die Runde nicht, das bleibt natürlich so, aber die... Wir dürfen jetzt auch nur Ja und Nein an Fragen stellen. Genau, ihr bekommt jetzt auch nur Ja und Nein Fragen gestellt und danach ändern wir das wieder. Okay. Euer Bild. Ich fang an, Bram. Okay. Und die 90 Sekunden starten ab jetzt. Seht ihr Lebewesen, Matteo? Ja. Sehst du einen Mann, Matteo? Achso, wieder ich? Ja, hätte ich gefragt. Ja. Siehst du mehrere Männer, Matteo? Nein. Siehst du auch eine Frau, Vlesk? Nein. Macht dieser Mann etwas, Matteo? Ja. Trägt der Mann eine Brille, Matteo? Nein. Ist der Mann alt, Matteo? Ja. Trägt der Mann eine Brille? Nee. Hat er graue Haare, Matteo? Ja. Trägt der Mann einen Hut, Matteo? Ja. Ähm... Hat der... Hat die Augenfarbe blau? Matteo. Joa? Vlesk... Ist die Haarfarbe von dem Dude weiß? Nein. Belogen. Das war ein Fragezeichen. Krass. Ich sag da, das ist ein Fragezeichen. Ich hab das Gefühl, dass Matteo die ganze Zeit so eine kreative Pause hat eingelegt, weil der hat immer da hingeguckt, weiß ich nicht, und dann so getan, als wenn er warten müsste. Ja, genau. Okay, also wir können Fragezeichen nehmen, ich hätte zu einem Bild tendiert. Ich glaube, auf dem Bild ist ein weißer Mann... Du hast gerade auch recht. Ich glaube, auf dem Bild ist ein weißer Mann... Äh, nicht ein weißer Mann, ein Mann mit weißen Haaren so rum und im Hut. Wenn die eine Kopfbedeckung haben, dann sieht man... Also nicht zwangsläufig die Haare, ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Weiß nicht, und Vlesk hat jedes Mal... Und die Augenfarbe ist halt auch sehr kleinteilig, und er konnte sie mit Ja beantworten. Also keine Frage wurde mit, weiß ich nicht, oder kann ich nicht sagen, beantwortet. Ja, das ist richtig. Ich find das auffällig. Ja, dann lass Fragezeichen nehmen. Das ist ein gutes Argument. Ja, dann komm, wir nehmen Fragezeichen. Ihr sagt Fragezeichen und das ist das Bild. Leckere Mio, Alter. Was ist das denn für ein Bild, Alter? Also man kann... Ja, okay. Teilweise war es auch schwer, die Fragen zu beantworten, weil graue Haare, dann dachte ich, okay, seine Barthaare sind grau. Und Augenfarbe war auch nicht so eindeutig. Also da kann man sich jetzt natürlich streiten, so die Aussage, ist das ein Hut, oder wie ist die Haarfarbe, aber Matteo hat das... Nein, das ist eine Kopfbedeckung, das ist schon okay. Ich hab versucht, so wahrheitsgetreu wie möglich, weil es nicht so einfach... Das ist okay. Das ist eine Katze, glaub ich, oder? Die bemalt wurde. Hat er eine Glatz, ist die angemalt? Das könnte auch eine bemalte Katze sein, ja. Genau, das ist eine bemalte Katze. Ja, ist doch fein. Ja, aber es ist ja nicht bewusst gelogen, also da kann man jetzt nicht natürlich drüber streiten, ist gelogen oder nicht, aber Lügen ist ja immer Vorsatz, und das hat Matteo noch nicht gemacht, deswegen alles fein. Ich musste lachen die ganze Zeit, weil ich wusste, dass Matteo sich dieses Bild gerade anguckt und versucht, Ja oder Nein zu sagen. Okay, also es steht 2 zu 2, also es ist jetzt sozusagen so wie annullierte Runde vorher. Wir machen jetzt wieder keine Ja-Nein-Fragen, sondern ihr dürft fragen, was ihr wollt. Und, äh, aber trotzdem, ihr stellt die Frage immer an eine Person, das müsst ihr mir nennen, also so machen wir das jetzt auch weiter. Okay, 2 zu 2. Bram und Jay bekommen jetzt wieder etwas gezeigt, Fragezeichen oder ein Bild. Und, äh, der Timer, 90 Sekunden, starten ab jetzt. Welche Farben siehst du im oberen Teil des Bildes, Bram? Blau hauptsächlich. Also, die andere ist dann weißlich so ein bisschen. Mhm. Und, äh, in der Mitte des Bildes, was ist so das Hauptaugenmerk, Jay? Was ist so das, worauf liegt der Fokus? Ein Auto. Äh, ist jetzt in dem Auto ein Mensch drin, Bram? Ja. Ist irgendwas an dem Bild lustig? Okay. Ja. Ähm, sind auf dem, sind auf dem Bild neben dem Auto noch mehr Gegenstände, Jay? Also, im Fokus, meinst du? Ob man die sieht? Oder generell. Achso, ja. Bram, warum denkst du, dass das Bild lustig ist? Wegen der Ente. Wegen der Ente? Äh, Jay, beschreib die Ente. Sie hat vier Räder und ist grün. Licht. Okay, äh, Bram, Bram, die Ente, ist die lebendig? Nee. Nee. Ähm, macht irgendjemand was mit der Ente, Jay? Ja. Was, Bram? Da, ne Person fährt die. Dann ist es vorbei. Ich bin gerade bei auf jeden Fall Bild, aber, oder die Verarschung ist gerade heftig. Ah. Also, ich hab halt das Gefühl, dass das echt ein Bild ist, aber... Ich glaube irgendwie nicht. Nicht? Aber ich bin auch nicht sicher. Unter, die gefahren wird. Der grüne. Ja. Der grüne Ente, so mit Rädern. Hätte er das gesagt? Na, 90 Sekunden gebe ich euch nicht, aber 20. Das war dann auch zu... Und auf einmal war das das Auto, aber es könnte... Grün ist Ente, aber... Ah, weiß ich nicht, Matteo. Dann entscheid du. Ich bin gerade bei Bild. Zehn Sekunden. Du bist bei Bild? Ja, aber auch nicht sicher. 5, 4, 3, 2, 1. Und ich brauch jetzt eine Antwort von euch. Ich hätte eher Fragezeichen gesagt, aber ich bin mir nicht sicher. Ihr sagt, Bram und Jay sehen ein Bild und sie sehen ein Fragezeichen. Sorry, Mann. Scheiße. Punkt für Bram. Ich freu mich. Alles zu mir leid. Alter, Alter. Das ist der Horror. Aber Bram, wir haben uns so geil ergänzt, Bram. Das war so gut. Ich hätte das so gut, Bram. Endprodukte nehmen wir nichts vor. Das war alles so convenient, weißt du? Das war halt einfach so ein Auto, was da gefahren ist in meinem Kopf. Ein Enter halt. Das ist recht. Oh mein Gott. Scheiße. Fuck. 3 zu 2 für Bram und Jay. Wer 5 Punkte hat, gewinnt das Spiel und sollten Bram und Jay gewinnen, haben sie den Abend gewonnen. Und auch die stellen jetzt die Fragen. Flasko und Matteo bekommen jetzt etwas angezeigt. Ich fang an, ja? Ein Bild oder ein Fragezeichen. 90 Sekunden. Ab jetzt. Matteo, was ist im Fokus des Bildes? Ein Objekt. Flasko, was ist das für ein Objekt? Das ist ein Turnschuh. Ein was? Ein Turnschuh? Ein Turnschuh. Okay, Matteo, welche Farbe hat der Turnschuh? Weiß. Flasko, hat er noch andere Farben? Ja. Welche Farben hat er noch, Flasko? Rot, Blau, Grün, Gelb, Lila, Orange. Alles außer Weiß. Reicht das? Ja. Ähm, Matteo, welche Farbe hat der Schuh? Den Flasko meinte. Hallo? Der Schuh ist weiß und es sind noch viele verschiedene Farben drauf, weil es ein Muster ist. Okay. Matteo, welche Farben siehst du denn noch auf dem Schuh? Rot, Blau, Gelb, Orange, Weiß. Aha, ja, okay. Ey, sorry, Flasko, welche Farben hat der Schuh außer Weiß als Hauptfarbe? Das würde ich so nicht beschreiben tatsächlich. Achso. Aber es ist ein Regenbogenmuster. Achso, achso, es ist ein Regenbogenmuster jetzt, ja? Ja. Hat der Schuh ne? Also keine Ahnung. Never! Das ist Fragezeichen 100%. Das muss eigentlich Fragezeichen. Ich glaube, im ersten Farbe war auch grün. Ja, genau. Alle Farben. Und wenn hat Matteo gelogen, weil er grün nicht gesagt hat? Und die Frage war, welche, nenne alle Farben? Auf dem Schuh. Das ist richtig. Außer er ist natürlich farbenblind, das kann natürlich sein. Aber ich wäre safe für die Fragezeichen. Dann möchte ich davon einen Test vom Augenarzt haben, bei Matteo. Wenn die da, wenn die da was gesehen hätten mit fünf Fragen und da ist nur ein Schuh im Fokus, ja, dann hätte der fünf Farben so, ohne Probleme sagen müssen. Also ein Regenbogen, ein Regenbogen hat auch grün. Auf jeden Fall drin. Also das muss gelogen sein. Welche Farbe, welche Farbe? Für was entscheidet ihr euch? Ja, für ein Fragezeichen. Ihr seid Fragezeichen und es ist natürlich auch ein Fragezeichen. Wieso sagst du so viele Farben? Ja, ich dachte, wir übertreiben einfach ein bisschen, weil alle Fokus einfach komplett Banane waren bisher. Aber Läschen sagt es halt auf alle Farben, außer weiß. Und Matteo sagt ein Satz vorher, ja, der Schuh ist weiß. Ja, aber pass auf, Matteo. Ich dachte mir, wenn wir uns jetzt so ein bisschen streiten und denken die, die streiten sich ja nicht über ein Fragezeichen, dann versuchen sie ja zusammenzuarbeiten, weißt du? Ja, aber dadurch, dass sie dann gesagt haben, ich soll die Farben wiederholen, war ich voll so, oh fuck! Und dann warst du die ganze Zeit so, weiß. Shit. Ja, da bin ich vielleicht ein bisschen zu aggressiv gewesen. Dürfen da nicht zu viel Infos geben. Ja. Also, grün, blau, violett. Vier, keine Ahnung. Vier zu fünf, äh, vier zu zwei. Okay, fünf Punkte, um das Spiel zu gewinnen. Das bedeutet, sollten Bram und Jay jetzt einen Punkt machen, gewinnen sie den Abend. Und das Bild oder das Fragezeichen, was auch immer, wird jetzt gezeigt. Bram und Jay und vielleicht sogar Matteo müssen Fragen stellen. Bram und Jay, die Zeit läuft jetzt. Was ist in der Mitte von dem Bild? Ein Michelin-Männchen. Äh, Jay, was für Farben hat das Michelin-Männchen? Es hat keine Farbe, wegen Weiß und Schwarz. Ähm, was ist noch, macht das Michelin-Männchen irgendwas, Jay? Stehen. Stehen? Okay, sorry. Bram, ist noch was auf dem Bild, außer das Michelin-Männchen? Ja, ein zweites Michelin-Männchen. Okay, es ist auch, was machen diese beiden? Fassen die sich an? Bram? Das kann ich dir tatsächlich nicht genau sagen. Hello. Äh, Jay, wenn du die beiden Michelin-Männchen siehst, sind dann noch andere Objekte, die im Vordergrund sind, oder sind es nur diese beiden? Nur diese beiden. Okay. Stehen die auf einer Wiese, Jay? Das ist ein Fragezeichen, ich glaube, das ist ein Fragezeichen. Nein. Scheiße. Les, hast du noch irgendwas? Äh, was, machen die irgendwas lustiges, Bram, die Michelin-Männchen? Nein. Ist an dem Bild irgendwas lustig, Jay? Nein. Äh, ist es eine Zeichnung, oder ist es ein echtes Foto? Von echten Michelin-Männchen, so von Puppen oder so. Jay. Das ist ein echtes Bild. Äh. Fuck, ey, was ist das für ein Drecksbild? Ey, keine Ahnung, ich weiß nichts mehr. Gehen wir nochmal Fragezeichen, oder nicht? Ja. Ich kann mir das Bild nicht vorstellen. Ich auch nicht. Ich sag anfangs, so ein bisschen holprig. So wie bei uns quasi. So Michelin-Männchen, und dann kam einfach, dann wusste man nicht, was man noch beschreiben soll. Ja. Und dann war so der Witz von dem Bild verloren. Aber vielleicht schätzt du das voll falsch ein. Ich bin da bei dir. Ich seh da, einfach nur weißes Michelin-Männchen ist. Ja. Keine Ahnung. Wenn es ein Bild ist, dann habt ihr es gemacht, weil ich dachte, nach zehn Sekunden ist es fake. Ja. Okay, ihr sagt, Bram und Jay sehen ein Fragezeichen. Solltet ihr recht haben, kriegt ihr euren dritten Punkt. Solltet ihr falsch liegen, bekommen Bram und Jay ihren letzten und finalen Punkt des ganzen Abends und haben damit Brain Battle diesen Abend gewonnen. Bram und Jay sehen ein Michelin-Männchen. Zwei? Zwei Michelin-Männchen, das ist der letzte Punkt für Bram und Jay. Und haben die ein bisschen Michelin-Männchen. Was ist das denn für ein Bild? Yes. Und ihr konntet ihr tatsächlich sagen, ob die sich berühren, weil, ne? Ja, ja, ja. Das sieht man halt nicht. Ihr habt es schon genau richtig beschrieben, aber das Bild ist ja wild, ey. Ja, das ist ein doofes Bild, wa? Ich hätte auch gesagt, so ganz ehrlich. Das ist ein richtig bescheuertes, stark. Aber habt ihr euch verdient, starkes Spiel. Richtig, nice. Ja, damit kriegen Bram und Jay ihren finalen und sechsten Punkt. Sehr spannender Abend. Ich habe mich um die ganze Seite, du sitzt. Links von dir, Bram. Sehr spannender, sehr spannender Abend, ey. Nee, so. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Bram und Jay, aber auch Flasko und Matteo. Das war sehr, sehr spannend. Wir hatten ja wirklich einige Spiele. Die Matches waren so krank, krank, knapp. Das war so krank. Ja. Das war wirklich nice. Aber wie Skilla Games für das Weltrekord schätzen, haben wir gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Aber ihr wusstet nicht, wo Jot ist. Ja, genau. Man weiß, wo Jot ist. Jetzt weiß ich das. Jetzt werde ich es nicht wieder vergessen. Das will ich anzweifeln, ob ihr das jeweils wieder vergessen. Naja, mal gucken. Das war Brain Battle. Nice gemacht, Andi. Danke schön, Dankeschön. Also, herzlichen Glückwunsch, Bram und Jay, aber auch vielen Dank, Matteo und Flesk. Das war sehr, sehr spannend und auch sehr lang. Ich glaube, so lange war es noch nie. Ja, super. Freut mich, dass ihr mitgemacht habt. Das war sehr, sehr toll. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön an den Chat, die ihr so fleißig mitgemacht habt, mitgeschrieben habt und in den Watch Party mitgemacht habt. An die Moderatoren, die wieder moderiert haben. Vielen Dank dafür. Und an alle, die gesubbt haben und donatet haben. Auch natürlich vielen Dank. Ja, und dann würde ich sagen, jetzt können wir auch raiden. Ja, bleibt einer von euch beiden noch online? Nee. Vlesk. Doch, Vlesk. Vlesk macht doch durch, oder? Es ist 23,51. Ich muss morgen aufstehen. Ich werde jetzt nur Valorant spielen. Also, ich bin zwar online, aber es wird nicht so spannend, glaube ich. Ja, aber da bist du ja noch online. Okay. Okay, alles klar. Ja, dann Raid will natürlich Bonjour natürlich machen. Vielen Dank. Also, wie gesagt, das ist ein geiles Format. Das ist ein Spiel mit diesen Sachen markieren, zum Beispiel, das war Genius. Das war richtig cool. Ja, richtig cool gemacht. Gute Fahrt, Vlesk. Morgen. Dankeschön. Schlaf gut, schlaf gut. Genau, jetzt schlaft euch aus und dann sehen wir uns bei einer nächsten Live-Spiel-Show wieder im nächsten Monat. Und dann, ja, noch einen schönen Abend euch und jetzt noch viel Spaß bei Bonn-Schwa und danke fürs Zuschauen. Danke. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.